Deswegen müssen wir tatsächlich, können wir nicht so lange mehr machen momentan. Ich schalte mal um auf Dark Souls 1 im SL1. In Anulondo, ich mach direkt aus meiner Kamera raus, weil was jetzt kommt, es wird nicht einfach. Anulondo ist nicht unbedingt ultra schwer, hat aber doch so die fiesesten Stellen teilweise. Im Spiel drin, zumindest die fieseste Stelle, wo ich sehr, sehr lang hing mit dem Bogenschützen, da hätte ich so ein bisschen kotzen können. Biorhythmus fixen, voll der Unsinn. Ja, sehe ich auch so, aber manchmal muss das, ne? Ach Gott, seit ich schon daran denke, muss ich weinen. Vor allem, weil ich die letzten Tage, die letzten zwei Nächte gar nicht so gut geschlafen habe. Irgendwie vorgestern, habe ich so derbe geschwitzt, dass ich aufgewacht bin, weil mir so hundswarm war. Das glaubt ihr ja nicht. Und heute Nacht sozusagen, oder gestern Nacht, mit krassen Magenschmerzen aufgewacht. Dass ich halt auch erst, glaube ich, wesentlich um acht wieder eingeschlafen bin. Oder halb neun oder sowas, war nicht geil. Geht aber zum Glück wieder besser, hält sich halt nicht so lang. Habt ihr eigentlich das Gewitter gestern abgekommen? Es hat einmal gedonnert, Lazy. Wir sind dann gestern Abend nochmal zur Tanke gelaufen. Und da hat es in der Ferne noch ein bisschen geblitzt. Sonst war tatsächlich nichts. Also es hat wohl ein bisschen geregnet, meinte Janin. Ich habe davon nichts mitbekommen. Und als wir draußen waren, hast du auch davon eigentlich nichts mehr gesehen. Dass es irgendwie geregnet hat. Also gebittert hat es nicht wirklich. Ein bisschen geregnet, wenn überhaupt. Und hat einmal gedonnert. Und daher tatsächlich nicht der Rede wert. Aber es hat sich tatsächlich auch ein bisschen abgekühlt. Also es waren ja gestern irgendwie 32 Grad in der Spitze. Und halt bums warm. Wir waren am Rand. Er hat viel geschüttet und war nice. Ah, toll. Bei uns nicht. Aber es ist heute deutlich kühler tatsächlich. Also deutlich kühler. Wenn kein Donner dabei war, ist es ein Wetterleuchten. Und kein Gewitter. Esel am Türen. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Dich kenne ich von Spike, ne? Da habe ich dich ab und zu mal gelesen. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Bei God of... Nein, nicht God of War. Was? Dark Souls 1. SL1. Wer übrigens nicht weiß, was SL1 bedeutet. Äh, Ausruhezeichen. SL1. Alles klein geschrieben. Ähm, wir spielen das Spiel auf Level 1 durch. Sind mittlerweile ungefähr in der Hälfte des Hauptspiels angekommen. Wenn man so möchte. Und ja, wir werden quasi nur die Ausrüstung upgraden. Und selbst, wir bleiben halt auf Level 1. Deswegen habe ich auch 43.000 Seen. Gebe die quasi nicht aus, weil ich habe momentan nichts, womit ich die ausgeben kann. Halt schwierig. Ausrufezeichen SL1. Alles klein geschrieben. Und ausgeschrieben. Richtig. So, jetzt ist die Frage. Die greifen mich, glaube ich, gleich beide an. Und da hinten ist halt eine Mimik. Ich dachte halt eigentlich... Oder ist die Mimik da hinten? Kann auch sein, dass die Mimik da hinten war. Weil ich dachte, da wären zwei Kisten. Kann auch sein, dass es da hinten zwei Kisten waren. Und deshalb eine davon eine Mimik war. Müssen wir mal gucken, was der aushält. Hast du die Option nahm bisher schon gemacht? Äh. Ich glaube, ich habe alle Optionen gemacht, ja. Also, ähm... Der Moonlight Butterfly, da war ich noch nicht. Wir machen aber ganz okay einen Schaden. Da kannst du eigentlich nicht meckern. Da kannst du eigentlich nicht meckern. Also, ich hätte gedacht, wir machen echt weniger Schaden. Der macht dafür, glaube ich, umso mehr. Ah, fuck. Da war ich zu früh. Hat er halt... Ah, krass, die late. Ja. Okay, da ist er down. Schön. Die geben nämlich uns viel Seen jetzt schon. Ihr könnt halt schon mal echt ganz gut farm irgendwie am Anfang. Weil ich glaube, was du am Seen hier kriegst und was du zum Leveln brauchst, ist halt gar nicht so viel. Beziehungsweise, ja, gar nicht so viel, was du zum Leveln halt brauchst. So. Können wir den... Können wir die Kiste jetzt nehmen? Ne, der kommt. Okay. Okay, jetzt muss ich aufpassen, ich darf jetzt nicht sterben. Tja, was soll ich sagen? Kacke, ey. Ein bisschen doof. Lilly, einen schönen guten Abend. Hi, na? Wie weit bist du in Dark Souls 1 mittlerweile? Du hast auch gespielt, ne? Aber du hast relativ spät angefangen, glaube ich. Hast... Warte mal, hast du gestern gestreamt oder hast du heute schon gestreamt? Ich bin mir nicht sicher, wann ich es auf Twitter gesehen habe. Wie weit bist du gekommen? Einen schönen guten Abend, Lilly. Ich hoffe, der geht's gut. Falls ich das nicht gesagt habe. Ich bin heute irgendwie... Ich weiß nicht, ich kann mich heute schwer konzentrieren. Weil es halt bumswarm ist. Sei jetzt... Wies ich nicht. Äh, vorgestern. Vorgestern? Ne, das kann ich sagen. Was? Endshaft? Okay, boll... Ich mach die jetzt nicht, ich renne jetzt vorbei. Fuck. Hol mir das Item da. Es war, glaube ich... Uh, nicht der Rede wert. Aber ich möchte es trotzdem haben. Die Mond-Titaniten. Ja, okay. Kann man schon mal nehmen. Kann man halt schon irgendwie mal gebrauchen. So, 44 Gasilen. Die möchte ich auch diesmal behalten, so ein bisschen. Okay. Die da hinten müssten wir halt eigentlich töten. Weil wir wären halt nicht unbedingt viel stärker. Das ist halt das Problem. Beziehungsweise doch, unsere Waffe wird halt schon ein bisschen stärker, wenn wir bei Dingen sind. Wenn wir bis da, wenn wir zum Schmied irgendwie unsere 40k Seen halt kriegen würden, wäre das halt schon ganz geil. Weil dann könnten wir unsere Waffe halt direkt auf 10 ballern. Ja, genau. Da sind zwei Kisten. Das funktioniert. Und die rechte müsste die Mimic sein. Deswegen sind da auch die Zeichen davor. Braucht irgendwas zum Pullen. Das ist halt schon ein bisschen doof. Ich müsste eigentlich mal mit dem Feuerball pullen. Siv und Siv und vier King... äh, four Kings schon down. Nice. Scheiße. Drei Hits. Okay, oder? Wenn wir den richtig treffen... Also mit einer Sprungattacke ist der schon ganz cool. Eine riesenhelle Bade. Ja, fuck, 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 fuck. Jetzt komme ich halt nicht dahinter. Es hat jedes Mal das Schild jetzt im Weg. Und Dominik, einen schönen guten Abend. Herzlich Willkommen. Mein Tag ist uns eins. Essl eins. Ja, aber auf dir geht's gut. Habt ihr wenigstens eine Abkühlung irgendwie mittlerweile? Also ist es bei euch ein bisschen kühler geworden alles so? Bei uns ist es halt mittlerweile... Ich glaube, ja, ab vorhin hatten wir 26 Grad. Jetzt haben wir 27. Ist aber ein bisschen bewölkt. Und deutlich angenehmer als gestern tatsächlich. Gestern hatten wir irgendwie 32. Am Morgen werden es halt wieder 30. Und ich warte mal am... Am Samstag, am Wochenende kühlt es ein bisschen weiter ab. Auf 25, dann 24 und dann 27. Am Montag wieder. Will halt schon... Ja, mal gucken. Mal gucken, ob man sich das... Weiß ich nicht, ob man das aushält. Will ja Platin machen. Muss aber erstmal den Pyro holen. Weil doch sonst Truller da unten nicht auftaucht, I guess. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, Lilly. Also ich hab Darks 1 gar nicht mehr so richtig in Erinnerung halt. Was man da alles machen konnte, machen musste. Weil ich Teile davon gar nicht gemacht hab. Muss ich mal sagen. So, Leutztalus mal nehmen wir mal. Dann können wir das Item schon mal nehmen. Kristall helle Bade. Und dann bumsen wir ihn weg. Okay, das war dumm. Nee, das hat gepost. Mehr Glück als Verstand. Mehr Glück als Verstand. Ups. Down. So, 2000 gibt der. Aber leider kein... Symbol der Gier. Das könnten wir vielleicht auch mal gebrauchen. Zum Farmen halt später. Ja, nee. Platin wollen wir auch machen, Elite. Das ist halt das Ding. Ich mach jetzt auch schon ein paar Sachen in dem SL1 Run. Damit die halt schon mal weg sind. Wie Eide entdecken und so ein Quark. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so ein Gedöns halt, ne. Ein paar Sachen machst du ja, kannst du dann schon mal machen. Farmen würde ich jetzt mit dem Char nicht unbedingt. Aber zumindest könnten wir uns Zauber holen, Pyro, Pyro-Dinger, Wunder und so ein Zeug. Ähm, dass wir das in dem Run quasi schon mal abschließen. Und im NG Plus level ich den Char dann ja. Ähm, den level ich dann hoch im NG Plus. Und dann machen wir da halt Platin fertig. Das ist halt so, der Plan schlechthin. Vorher leveln wir halt nicht. So, ein Gargäuil. Fuck. Ah. Nein, das ist die falsche Scheiße. Oh. Oh. Okay. Alles gut. Alles gut. Scheiße. Hatte ich halt für echt einen Talisman geworfen. Ja, wow. Ähm. Okay. Können wir den Schmand anpacken? Ja, ich darf halt eigentlich nicht anvisieren, ne? Das ist eigentlich Quatsch. Oh. Ei, 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 ei. Kannst du mal irgendwas Vernünftiges machen, Kerl? Das ist doch nicht dein Kackernst. Du, wo? Ja. Ripp, Ripp Estus würde ich sagen. Ich möchte nur deinen Schwanz. Okay, ich dachte, das wird's schon. Ei, 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 ei. Oh Gott, ey. Ja, okay. Kein Schwanz, aber... Gargäuilhelm. Ja, ist okay. Komm ich irgendwie mit klar? Weiß ich nicht. Äh. Werten heute 32 Grad und ich war im Anzug unterwegs. Das war schlimm, aber ja. Anzug bei dem Wetter hatte ich auch schon ab und zu. Äh, das ist nicht geil. Das ist halt meistens... Lässt das halt überhaupt keinen Schweiß durch halt. Irgendwie so was ist... Du gehst halt da drin ein, weil das nicht so luftdurchlässig ist. Zumindest ist beinahe das nicht so. Es ist noch eine normale Truhe, ne? Ja, okay. Ich war mir grad nicht sicher. Dämonentitanit. Ja, können wir immer mal gebrauchen. Ich glaub, brauchen wir eventuell für die ein oder andere Bosswaffe oder so. Von daher ist es nicht verkehrt, wenn wir das schon mal mitnehmen. Wer wirft ihr mit dem Thalesmann? Ja, hat nicht so geklappt, irgendwie. Was soll ich sagen? Der ewige Kampf, äh, Gargäuilhelm ist das Typ in der Keule. Äh, das geht in die Geschichte eigentlich. David gegen... Der Typ mit der Keule. Weiß ich nicht. Ist hier noch was? Ne, ne? Achso, jetzt wär ich hier wieder hochgekommen. Okay. Juhu. Wusste ich nämlich gar nicht mehr genau. Ich hab's jetzt zur Sicherheit nächstes Mal abgelaufen. So, jetzt kommt die Stelle. Die ist eigentlich ganz einfach. Die kann man aber schon mal verkacken. Zumindest, äh, hab ich die früher schon ab und zu mal verkackt. Oh. Okay. Alles okay. Jetzt kommen die anderen beschissenen Ställe. Ähm, nämlich hier oben. Die halt richtig beschissen ist. Weil da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Und das, ja... Das hab ich, glaub ich, nie wirklich so richtig, äh, rausgekriegt, was ich da genau machen muss. Dann muss man schon mal ein bisschen Glück haben, dass das passiert. Oder dass das, ja... Ich muss zumindest irgendwie ein Glück haben, dass das irgendwie funktioniert. Weil wenn die ein bisschen doof laufen, kann's halt echt schnell vorbei sein. Ansonsten killen die nämlich sich auch selbst. Ja, ein paar sind ja auch gestorben schon. So, man muss, glaub ich, hier so stehen. Und dann springt er, genau, ja, hier sie. Das muss jetzt mit allen klappen. Im besten Fall. Im besten Fall mit allen. So, das Ding runterwerfen. Können wir später noch holen. Ah, und Igel. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1 im SL1. Wie geht's dir? Hast du... Bist du der Wärme entkommen? Siehste, da geht mich nicht allein jetzt. Ah. Und jetzt hier Kämpfe zu machen, ist halt saugefährlich. Vor allem, wenn du keinen Schaden machst. Ah. Ah. 70% der Blutflecken sind von mir. Äh. In der SL1. Äh, Dark Souls SL1. Also, Dark Souls 1 ohne Leveling quasi. Igel. Falls du das nicht weißt oder kennst. Ich bin wie eine Blume ohne Wasser. Vertrocknet. Ja, geht mir ähnlich. Ich hab einen Ventilator. Aber es hat auch ein bisschen abgekühlt. Kommst du her? Ja, nicht so, ne? Nicht so Bock irgendwie. Ah, Schwein gehabt. Okay. Hat funktioniert. Alles okay. Das Gröbste ist geschafft. So, jetzt kann man. Warte mal. Da hinten ist noch eine Kiste. Jetzt bin ich nicht genau sicher, ob ich's jetzt schon verkackt hab. Ich glaub, ich hab's schon verkackt, oder? Hätte, glaub ich, anders abspringen müssen. Um da hinzukommen. Zu der Kiste. Weil die Kiste hab ich... Mach jetzt keinen Scheiß, Freund. Oh, du bist tot. Ach Gott, ey. Naja, in der Entfernung höre ich schon den Donner. Bald wird es kühler. Bei uns sollte es... Es soll ja die nächsten zwei Tage dann wieder donnern. Zumal es gewittern. Es soll auch gestern gewittern. Einen Donner, weiß nicht, ist jetzt nicht unbedingt gewitter für mich. Aber mal gucken, vielleicht geht es ja heute los mit dem Gewitter. Es sollte eigentlich um die Uhrzeit schon längst gewittert haben. Nix passiert. Weiß ich nicht. Es hat doch gedauert bis zu dem Ripp. Ach Gott, ey. Nigo, ich glaube, du bist gestorben. Ist ohnehin. Ich kann da jetzt noch nicht langcheaten, ne? Ich muss halt, glaube ich, wirklich hier lang, ne? Was bewegt sich hier eigentlich? Ich glaube, das ist der Aufzug, ne? Klang da schon immer so komisch? Das hat gar nicht mal so richtig in Erinnerung. Er klingt halt so, weiß ich nicht. Oh, fuck. Musst du jetzt viel wiederholen? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich jetzt schon wieder da. Ist ja dann doch schon relativ... War halbwegs fair irgendwie. Versetzt. Schade. Wow. Übrigens, hast du den Ventilator an, Nico? Ja, hört man das? Hört man das sehr? Ich habe das Ding auf zwei stehen. Ich weiß es nicht. Sonst würdest du, glaube ich, nicht fragen, wenn man es nicht hören würde, ne? Ich weiß es nicht. Hier wird jeden Tag, wenn es eigentlich regnen sollte, äh, regnen wollte, dann doch die Wetterbahnung gecancelt. Ja, geil. Ja, geil. Bei uns gab es halt auf verschiedenen Seiten auch irgendwie eine Wetterbahnung für Bremen. Auf verschiedenen Seiten eher nicht so. Ich weiß auch nicht, ob die nicht genau wussten, was sie da machen sollten. Fuck. Nein! Bremen? Okay, ciao. Ja, mittlerweile Bremen, Igel. War nett hier. Kommst du aus Hamburg, oder was, Igel? Kommst du aus Hamburg? Ich weiß es gar nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen hatten. Sorry, ich antworte kurz hier hinten. Ich glaube, du bist schon wieder gestorben. Ach Gott, ey. Dreckvieh ist es. Dreckvieh. Selbst beim Remastered noch schlecht. Ey. Da kommt Leon wieder aus der Versenkung gekrochen, um mich auszulachen. Leon, schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht es gut, ey. Auch lang nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich brauche einen zweiten Monitor. Achso. Man könnte auch denken, du atmest einfach nur lautendes Mikro. Warte mal. Ich mache mal den Ventilator weg. Irgendwie. So. Ich habe mal eine Stufe runtergestellt. Dann, ich weiß nicht, ging ich nicht wie so ein lüstener alter Kreis, der sich Titten anguckt. Also, kann ich immer noch machen. Ja, klar. Aber nur auf Anfrage. Das ist wichtig. Nur auf Anfrage. Ich gucke manchmal zu, aber schreibe nicht. Achso. Ach, guck ihr ihn an. Mir geht es gut. Und selbst. Ja, es hat ein bisschen abgekühlt. Nicht so gut geschlafen tatsächlich heute. Aber ich habe Bock auf Dark Swords. Deswegen ist eigentlich alles okay. Und daher alles gut. Mach den Wander mit Wasser und Eiswürfeln. Eiswürfel haben wir tatsächlich. Da hat Janine gestern welche gemacht. Mal gucken. Wir haben halt keine, keine richtige Schüssel, wo du wirklich deine Beine reinlegen könntest. Und ich sage mal, ich hätte ein bisschen zu viel Angst, dass das Ding hier umkippt, weil hier sehr viel Technik steht. Das wäre sehr schlecht. Das, ja. Dann, ja. Dann bin ich vielleicht einen Kopf kürzer oder so. Wiss ich nicht. Nicht nur vielleicht. Warte mal. Habe ich jetzt meine 40.000... Ja, habe ich. Leck mich am Arsch, ey. Scheiße. 40.000... Ne, 50.000 Segen quasi weg. Und ich habe es nicht mal richtig gerafft. Ich raste dezent aus. Hier. Dafür schubst ich dich noch runter. Okay, doch nicht. Ah, und Pisa. Einen schönen guten Abend. An die Leuker-Couch. Ich hoffe, dir geht's gut. Herzlich willkommen. Am Mittwochabend. Zu Dark Souls 1. SL1. Zoomer. Oh Gott. Oh Gott. Okay, er kommt jetzt wieder hier lang. Okay. Das war übrigens nicht der Ventilator. Das war mein Mund. Oh. Oh, oh, oh. Das... Boah. Mm, mm, mm. Mm. Ach Gott. Was? Du bist nicht tot? Wo bist du? Was? Wo... 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 Mal ehrlich. Wo bist du hingefallen? Okay, jetzt ist er tot. Wieso konnte der noch schießen? Mach halt zwei kleiner. Wie groß sind deine Füße? Meine Füße sind sehr groß. Also ohne Scheiß, meine Füße sind wirklich groß. Äh, zumindest für mein Körper groß. Ich hab 46. Äh, manchmal 47. Von daher... Nicht mal annähernd so groß wie mein Penis, aber schon sehr groß. Was soll ich sagen? Ne. Wie sind wir eigentlich da schon wieder hingekommen? Ich weiß es auch nicht. Tut mir leid. Entferne mich von etwaigen Äußerungen. Dezent. Ich hab 48. Du bist auch sehr groß, Boomer, ne? Also von meiner Größe... Meine Füße sehen bei mir halt aus wie Clowns-Schuhe. Ähm, weil ich bin halt 1,82. Oder 1,80. Wenn ich halt gerade stehen würde, zumindest. Hier müssen wir lang, ne? Ich glaub hier. Ich hab das nämlich wirklich nie so oft gemacht, tatsächlich. Deswegen kenn ich den Weg gar nicht so richtig. Ähm, bam, bam, bam. Ja, die ganzen Seelen waren dann weg. Aber du levelst ja nicht. Du brauchst die also nicht. Ich brauch die zum Dingensband, für die Waffe abzugraden. Ist das jetzt schon die Remastered oder Original-DS? Das ist die Remastered-Islam-Tear. Ähm. Wenn man jetzt Dark Souls 1 nicht viel gespielt hat und das nicht so unbedingt kennt, dann sieht es gar nicht so viel hübscher aus. Es geht auch nicht unbedingt, dass die Grafik jetzt tatsächlich viel, viel besser ist. Es ist jetzt auf 1080p, 60fps halt, ähm, hochskaliert. Also, auf 60fps, was wichtig ist tatsächlich. Ähm. Merkt man in bestimmten Situationen und in bestimmten Gebieten, wo es teilweise da auf 15fps runterging, merkt man das halt schon krass, wie viel besser es sich plötzlich jetzt spielt. äh, und darauf kommt's, sag ich mal, an. Die Grafik an sich ist nicht wirklich besser geworden. Ein bisschen schärfer alles, ähm, ein paar Sachen wurden umgeändert, ein paar Texturen. Sind hochauflösender, aber im Großen und Ganzen ist es halt das gleiche Spiel. Ne? Muss man dazu sagen. Man darf jetzt da keinen krassen Sprung erwarten. Ähm, SL1 hab ich noch nie gemacht. Äh, das denk ich mal kacke im DLC. Oh ja, Leon. Oh ja. Aber es macht, denk ich mal, Spaß. Also, ich... Bin ja gut oder Dinge. Dass es spaßig wird. Schon. Schon sehr. Äh, bin 1,86. Ja, eigentlich gar nicht viel größer als ich, Boomlock, hier. Bei mir sieht's halt aus, als hätte ich... Also, als würden die... die Schuhe, die Größe der Füße nicht wirklich zum Rest passen, halt. Das ist halt das Ding. Warte mal, die Kamera raus. Es ist zu warm. Ich entschuldige mich. Ich habe eventuell den Gargoyle vergessen. Deswegen. Ähm... Muss ich... Muss ich Kamera ausmachen. Ein bisschen... Ein bisschen delayen. Krieg ich jetzt mal meinen Schwanz? Ja, nicht ins Gesicht. Ich hätte ihn gern abgeschlagen. Sag mal, kannst du mich jetzt auch mal bitte irgendwie was machen lassen, das wäre super nett von dir. Ah, siehste, das passiert, wenn du das machst. Da kann doch einfach mal der Schwanz abfallen. Ei, 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 ei. Uh, ups. Wann kannst du das denn? Sieht schon schön aus, ne? Also Lichteffekte und sowas sind auch halt verbessert worden. Gargoy Hellebarde und Gargoy Shield. Schön. So, jetzt können wir da hoch. Ja, sehen kriegen wir jetzt mittlerweile hier auch ganz gut wieder zusammen. 50.000 hätten wir, glaub ich, eh nicht ausgeben können. Aber so ein paar mehr sind, glaub ich, trotzdem ganz nice. Kalamit bei SL1, hm, das macht Spaß. Ich denke schon, Leon. Ich denke schon. Salli. Der Weg geht weit rein, wir müssen gehen. Und alle Abenteuer zu bestehen. Glaub ich, würde ich behaupten. Salli. Vielen herzlichen Dank für deinen Host. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt mit Detroit Become Human. Das Spiel, worauf ich mich auch noch freue. Es soll sehr gut sein. Mach mich bitte nicht neidisch, Salli. Du machst Platin da, ne? Du bist im dritten Durchgang, hab ich gesehen. Mhm. Ich hab auch Bock. Ich hab heute wirklich so ein bisschen tendiert, so, ja, spielst du heute vielleicht Detroit Become Human? Weil das halt schon schön ist, irgendwie. Aber ich hatte auch Bock auf DS1. Es ist sehr schwierig momentan mit der Spielauswahl. Vor allem, wenn du beide sehr magst. Schwierig. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Host. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Dritter Durchgang zu Ende. Das war mega. Ja. Wie viele Durchgänge musst du machen für Platin? Weißt du das? Also hast du das gerade im Kopf irgendwie? Morgen kommt der vierte. Halt schon relativ oft durchspielen, ne? Also für Platin. Schon relativ viel zu tun scheinbar. Ich glaub, ich hab so gehört irgendwie einen Durchgang so ungefähr 13 Stunden irgendwie. Von daher mal gucken irgendwie. Und Paddy. Und schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1 SL1. Spielen das Spiel ohne Leveln durch. Sind mittlerweile ungefähr ja in der Hälfte des Hauptspiels. Wir begegnen gleich oder allzugleich bald einem der schwierigsten Bosse in Dark Souls 1. Zumindest im Hauptspiel. Wenn es um das Hauptspiel geht. Smoken Ornstein. Und das auf Level 1 ohne Hilfe und ohne zu leveln quasi. Wird gleich sehr, sehr spaßig. Kannst du dich drauf freuen. Ja. Und ihr natürlich auch an die Leute, die ein bisschen drüber gucken wollen. Ist nicht so einfach alle zu triggern, wie man will. Das glaube ich halt. Man muss halt viel im Kopf haben. Ich würde es mir halt nicht merken. Ich hab halt... Fahnen hab ich halt durchgespielt. Glaub alle wirklich nur einmal. Den Rest hab ich halt dann irgendwie im Let's Play irgendwie geguckt damals noch. Beziehungsweise im Stream dann. Ähm. So auch Heavy Rain halt. Und Beyond Two Souls. Äh. Mochte ich alle sehr gerne, muss ich sagen. Aber ich würde mir nicht merken können, was ich halt anders mach oder anders machen müsste. Damit was Neues eintritt. Ich könnte es mir halt nicht merken. Und... Da hab ich halt echt immer nur... Verdammt. Immer nur einen... Durchgang gemacht. Äh. Und mir dann halt andere durchging, beziehungsweise andere Leute angeguckt. Und zu schauen, äh... Wie die das so machen. Das Problem ist, dass ich halt... Gerade nicht gucken kann. Und das dann alles in VODs wahrscheinlich nachholen muss. Weil wenn ich's spiele, guckt's dann halt keiner mehr. Oder spielt's dann keiner mehr. So. Wo ich dann auch mit zugucken kann. Das ist schwierig. Machen dann wehs ich nicht. Vielleicht nächste Woche oder so. Obwohl's mir eigentlich in den Fingern halt brennt. Das zu tun. Also auch zu spielen. Aber... Da... Der SL1 hier macht halt auch unfassbar viel Spaß. Das ist halt so ein Zwiespalt. Ach Gott, ey. Ah. Guck mal, wie viel Spaß ich hab. Ist Wahnsinn. Mit riesengroßen Räddern. Ah. Äh. Weshalb ich so kurz, äh, hinterher spiele, ist, äh, das alles in der frischen Erinnerung. Ja, das stimmt, ja. Er kann sich halt zumindest noch an die Sachen erinnern. Aber... Ich glaub, ich hätte da trotzdem Probleme. Also grad im dritten Durchgang... Würde ich, glaub ich, halt einiges durcheinander bringen. Bei dem zweiten würde das vielleicht noch funktionieren bei mir. Beim dritten oder gar vierten... Ich glaub nicht so. Uh. Das war der falsche. Er hat noch 4 HP. Ach Gott, ey. Ach Gott, ey. So, der ist down. Mit ein bisschen Glück. Ok. Puh. Eieieiei. Eieiei. Und Knubi. Guten Abend auch dir. Herzlich willkommen. Bei Darksos 1. SL1. Na, wie ein Kitz als erstes. Äh, machst du den Kampf gleich schwerer? Ich habe überlegt, es war Es haben halt auch ein paar Leute gefragt, ob ich ja Dingens mache Zuletzt Ohnstein Das ist halt der schwierigere Kampf von beiden Das Ding ist Den Ring brauche ich theoretisch nicht Muss ich halt mal so sagen Also theoretisch bringt mir der schwierigere Kampf eigentlich nichts Ich muss generell erstmal gucken, wie ich Mit Zmaug und Ohnstein irgendwie klarkomme Komm Oh wow Die haben halt noch Blitzangriff mit drin Deswegen blocken wir nicht 100% Das ist halt ein bisschen schwierig jetzt Wir haben nichts mehr Nichts mehr an Heilung Theoretisch gibt es hier auch einen Trick irgendwie Aber den habe ich gerade nicht mal hingekriegt Dann kann ich euch eventuell Oh fuck Wenn wir das überleben sollten Oh wow wow Sag mal Okay Ja geil Okay warte mal Ich heile mich mal mit Göttlichen Segen Ja Menschlichkeit müssen wir halt noch ein bisschen behalten Doch Nico Du brauchst die Seele für die Waffe Aber die Waffe kann ich nicht tragen Lilly Achso ja gut für Platin halt Ja Aber ich brauche auch Smaug's Seele für die Waffe oder Wahrscheinlich Gehe ich mal von aus So schnell AFK Küche Hunger Ja nicht Alles klar Guten Hunger Für uns den zuletzt wäre sehr interessant wegen der Schwierigkeit Ein Equip mitbrauchst du so gut wie nichts Da du nichts tragen kannst Genau Ich werde es glaube ich mit der Keule Mit der verstärkten Keule Die wir jetzt aktuell haben Durchspielen Weil die eigentlich ganz nett ist Also range technisch Ähm Ist es ein bisschen kurz Hätte ich mir gerne was längeres gewünscht Wenn wir schon wieder bei diesem Thema sind Hätte ich mir gerne was längeres gewünscht Aber naja So Man kann die nämlich hier runterdrücken Das klappt bei den anderen eigentlich auch immer ganz gut Ich guck mal ob ich das jetzt hinkriege Die flippen nämlich immer so ein bisschen zurück Und dann kannst du ein bisschen runterdrücken Ne Geht auch eigentlich mit denen hier Man muss halt so runterlaufen Dass der hier hier stehen bleibt Und dann macht er das gleiche da runter Und auf der rechten Seite Der Typ Macht das halt auf der Seite Da brauchst du die halt eigentlich nicht mal Nicht mal mehr bekämpfen Habe ich bloß nicht mal hingekriegt Ähm Weiß ich gar nicht mehr Wie das ging Und Rince Auch dir einen schönen guten Abend Herzlich Willkommen Oi Lachsitz 1 Wie geht's dir? Und wen machen wir jetzt zuerst? Ja jetzt haben wir beide getriggert Ah fuck Ah Gott Jetzt müssen wir nämlich wirklich aufpassen Weil wir unsere HP richtig richtig brauchen werden Okay Fuck Fuck Okay wir sind tot Können wir halt durchrennen Äh ich weiß auch gar nicht warum mich die Ritter am Anfang getötet haben Muss ich mal so gestehen Weiß ich gar nicht Hätte ich mal eigentlich sparen können Ja den Shortcut haben wir zumindest frei Mehr oder minder Ähm der Fahrstuhl ist ja da Beziehungsweise Die Brücke ist ja jetzt da Aber du kannst doch Rince den einfach machen Weil du brauchst beide äh sehen für die Platine Ich kann's mal probieren Ob wir einfach Rince den einfach stehen lassen Und dann ein zweites machen Wir können's probieren Ich weiß halt generell nicht Wie ich mit dem Kampf klarkomme Ähm Er ist schon nicht so einfach Auch auf SL1 Oder gerade auf SL1 nicht Von daher mal gucken Äh generell wie viele Probleme wir da haben Vielleicht switchen wir dann doch Vielleicht ist es dann einfacher Wenn wir halt zu viele Trials irgendwie brauchen Aber der Rest ging ja Die restlichen Bosse Haben wir glaube ich alle unter 10 Trials gehabt Vielleicht sogar alle unter 5 Trials Wobei ich bei Quedag gar nicht genau weiß gerade Da waren's vielleicht 5 oder 6 Trials Und wir hatten bisher nie wirklich Probleme bei Bossen Selbst auf Level 1 halt noch nicht Aber das Ja Wir kommen langsam in Gefilde Wo das wirklich zum Problem werden kann Oder zum Problem wird Das Level Dark Souls 1 Äh No Level NG plus 7 Der Anfang war halt noch einfach Ob das später noch genauso ist Weiß ich nicht Momentan würde ich sagen Ja so NG plus 3 SL1 Würde ich halt auch machen Weil's wie gesagt Doch schon Halbwegs einfacher ist Aber wir haben halt auch noch nicht Ähm Die hinteren Bosse irgendwie gemacht Und den DC Auf den DC Da Da hab ich halt echt ein bisschen Angst So jetzt müssen wir mal gucken Oh fuck Ah toll Okay Es hätte jetzt geklappt Hätte ich den Den Riesen hier nicht Den hab ich vergessen Um den Riesen loszuwerden Muss man so ein bisschen in die Ecke gehen Da müsste er zumindest genau Okay Ist quasi wie früher Da verliert er nämlich die Akku Range Und geht wieder zurück Und dann ist alles okay Komm Beweg dich Oh Gott An die Trägheit muss man sich tatsächlich noch so ein bisschen gewöhnen Irgendwie Es ist nicht ganz so einfach Also es ist nicht so ganz so einfach Ähm Wenn du's halt nicht gewohnt bist mehr So hier pass auf Ich zeig euch das mal Jetzt müsste es halt mit dem zumindest klappen Ja Okay Das gleiche halt mit dem rechten drüben Beziehungsweise mit dem hier Brauchst du die halt theoretisch nicht mal bekämpfen Sparst du dir ein bisschen Estos Auch wenn du halt Durch die Waffe doch trotzdem ein bisschen Schaden kriegst Weil Ich weiß nicht So 10-20% Blitzschaden halt mit durch die Waffe kommt Und Sowas hast du halt meistens nicht auf dem Schild So Das ist halt meistens so das Problem Jetzt quasi die Fieseste Stelle In ganz Anulondo Vielleicht im ganzen Spiel Wenn wir jetzt mal Sensfestung außen vor lassen Richtig fieses Ding hier Wir haben jetzt hier nämlich zwei Bogenschützen Und wir müssen hier hoch Und die können uns hier super easy irgendwie runter Runterhauen Oh fuck Okay ich hab's gehört Jo ich hab's gehört Ah es war uns knapp Ah es war nicht so uns knapp Kommst halt aus dem Hai nicht raus Weil da hinten Fuck Okay fuck Ah es ist schlimm Nicht im First Try Ah kurz die Kamera raus Ah wollte ich vorhin eigentlich schon machen Ähm nicht im First Try Das ist auch echt Das ist halt echt ne fiese Stelle Man könnte halt Man könnte halt den Hinteren machen Der uns halt von hinten jetzt gerade beschossen hat Das wär so ein bisschen die Savere Variante halt irgendwo Weil dich der andere Der beschießt dich zwar Aber kommt dann zumindest nicht in Nahkampf Und naja im Prinzip Denen den ich gerade getötet hab Da müssen wir lang um die Ecke Und wenn du es relativ fix Wenn du den relativ fix irgendwie down nukst Dann geht das auch Dann ist das halt nicht so das Problem Aber wir brauchen für die glaube ich drei Hits Oder vier sogar Das ist so ein bisschen das Problem Aber trotzdem Äh Trotz zwischendurch reinschauen Noch nicht dein komplettes Equip gesehen Äh Trägst denk ich mal Hafering oder? Nee tatsächlich nicht Ähm Ich hab den Hartstahlring momentan Als Ring Ja den ich halt nicht nutze irgendwie Ich hab noch nichts besseres tatsächlich Ich hab mich da noch nicht so Keine wirklichen gefarmt Ich weiß nicht was ich da noch anziehen soll Ähm Und den Schutzring der Gunst Den hab ich an Den werde ich halt behalten Den Schutzring Bis Bis zum Ende durch Was ich dann noch machen werde Als zweiter Ring Havel macht halt nicht so unbedingt Sinn Weil Wir kriegen sowieso viel Schaden Die Die Rüstung macht dann nicht mehr so viel aus Weil wir halt wenig Leben haben Ich glaub eine dicke Rüstung Würde es nicht mehr retten Deswegen brauch ich keinen Keinen Havels Ring Ähm Irgendwas für Schaden vielleicht halt Könnt Könnt Könnte ich mir da vorstellen Einen roten Tränen Augenring Brauche ich auch nicht Weil ich Meistens voll bin Und wenn ich nicht voll bin Gerade später Bin ich wahrscheinlich One Hit oder sowas Äh Oder Oder ich heile mich halt Ne Dann wieder voll Deswegen macht ein Tränenstein Augenring Oder wie der heißt Der rote Tränen Augenring Ihr wisst was ich mein Der 30% Oder ab 30% Ne Ab 10% 30% mehr Schaden macht 10% HP 30% mehr Schaden So war das glaub ich Ähm Deswegen Weiß ich nicht Abends Einfach immer Für die Fast Roll In einem normalen Spiel Auf jeden Fall Ja Aber ich hab Ich hab ja jetzt schon die Fast Roll Ich mein ich hab nur die Nahschool Rüstung jetzt hier an Aber Ich hab halt ne Fast Roll Und im besten Fall Solltest du dich generell Sowieso nicht treffen lassen Das ist halt Äh Das Ding So es wär eigentlich Ah Meine Sehnen sind ganz links Ne Sind links bei dem Typen wahrscheinlich Ne Ah Gott Jetzt sind beide natürlich noch Im Fernkampf Oh fuck So geht das geht das geht das Okay komm 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 Wow Oh komm Oh komm Nein Du bist runter gefallen Du Dreckvieh Das ist doch nicht Im Ernst Ach Gott man Okay So in der Theorie Könnte es aussehen Nur dass wir überleben sollten Das wär schon sehr wichtig Ja Durchaus Scheiße ey Und Nenoa Vielen herzlichen Dank Für dein Follow Herzlich Willkommen Bei Dark Souls 1 Im SL1 Vielen vielen Dank Du hast gerade gesehen Das Ja Viele Tode wird es dir geben Wir haben zwar noch nicht so viel Aber es wird sich irgendwann Schlagartig ändern Denklich zumindest Spätestens im DLC Herzlich Willkommen Äh Und die Kamera mache ich gleich wieder an Für die Leute die Äh Noch neu sind Ähm Ab und zu mache ich die Kamera aus Deswegen nicht wundern Und wer nicht weiß Was SL1 bedeutet Ähm Wir spielen auf Level 1 Das Spiel durch Leveln sozusagen Nicht leveln Nur die Ausrüstung Nicht aber unseren Äh Charakter Der bleibt auf Level 1 Haben halt den niedrigsten Char genommen Ansonsten gibt es auch bei Ausrufezeichen SL1 Genau Fehler macht's gerade Äh Noch die Erklärung So ein bisschen grob Zusammengefasst Ja das ist mir nicht treffen Äh Lass uns klar Bei meinem low level run Ähm Hatte ich den Zweihänder Und keine Rüstung Sehen Rüstung nicht so viel Aber eine bessere Waffe Kannst du ja nicht holen Bei gar keinem Level Das Ding ist Ich kann die halt auch Wegen gar keinem Level Halt nicht tragen Weil ich die Werte dafür Nicht hab Ähm Leon Warte mal da Ich kann halt so gut wie Nichts tragen Also die leichten Waffen Die ich tragen kann Damit kriege ich Keine Fat Raw Ähm Beziehungsweise auch Keine Mid Raw Ähm Zum Beispiel hier Eine Riesenkeule Die würde ein bisschen Mehr wiegen Kann ich aber nicht tragen Weil uns die Stärke fehlt Ich kann nicht mal mehr Den Speer tragen Weil wir da Weil wir da 10 Äh Oder ich keine 10 Beweglichkeit hab Glaub ich 9 Ich kann halt sowieso Nichts tragen halt Ne Das ist halt das Ding Also von den Werten Halt allein nicht Achso Aber eine bessere Waffe Kannst du ja nicht holen Okay Ja Das hab ich jetzt falsch gelesen Okay Wollte schon sagen Ne Ja deswegen Also Havels Ring Macht bei einem Level 1 halt Nicht so viel Sinn Ich hatte ja damals Auch so ein low level run Äh Wenn du dich erinnerst Da hab ich ja auch Auf Level 20 oder so gespielt Aber da hatte ich ja nicht so viel Souls Erfahrung irgendwie Und da hatte ich glaube ich Den Havels Ring drin Und wenn ich mich nicht täusche Wo hast du eigentlich Bisschen am meisten gehangen Ähm Bloodborne BL4 Da heißt es halt BL4 Weil es Blood Level ist Deswegen heißt es BL Ähm Und 4 Weil 4 halt der niedrigste Charm war Ähm Ist halt da Der Nichts nutzt Ähm Auf Deutsch glaube ich Raced of Skin Glaube ich im Englischen Und Da hab ich bei Ludwig gehangen Äh Der erste DLC-Bus quasi War das Da hab ich tatsächlich 5 lange Streams dran gehangen Ohne Spaß 5 Streams Ludwig 700 Tode Hab ich da gefarmt Und wir hatten In ganz Bloodborne Ähm BL4 2.500 Tode 2.500 Tode Zirka Ähm Da sind halt die Bosse In Dark Souls 3 Letztendlich Wo ich da Unter 2-3 Streams Gehangen hab Wie halt Weiß ich nicht Die Dämonenprinzen Oder so Friede Friede Warte ich muss mich kurz Konzentrieren Was Warum trittst du denn Eigentlich nicht Jetzt fällt er wieder runter Ich hasse Ich hasse diese Knights Ich hasse sie War das SL-15 Ich weiß es gar nicht mehr genau Tatsächlich Ne und ja Das war Die DS3 Bosse waren halt ein Witz Gegen Ludwig Ähm Dämonenprinzen waren halt Superschwer Im DLC Von DS3 Ähm Friede war so ein Fall Ähm Midian war auch so ein Fall Äh Selbst der Der Wolfsboss Aus dem ersten DLC Also Friede Und der Wolfsboss Äh Beide Bosse Aus dem ersten DLC Von DS3 Die waren kackenschwer Also selbst der Wolfsboss Der eigentlich im normalen Spiel Nicht so die Probleme Ähm Macht Aber durch die Masse an Wölfen am Anfang Und der Zeitdruck Dass der Typ halt da ist Plus Dass der Wolf dann halt kommt Ähm Ab der Hälfte ungefähr Dass er den dann ruft Das hat das ganze Auf Level 1 Irgendwie echt schwierig gemacht Tatsächlich Da hab ich auch Vielleicht Eineinhalb Streams Gehangen Und sehr sehr viele Tode gelassen Auf jeden Fall mehr Tode Als ich hätte gedacht Dachte der geht halt weg Relativ Ne Bei DS1 schon irgendwo Probleme gab Ne Tatsächlich noch nicht Ähm Hatte ich aber bei DS3 Am Anfang auch nicht Also DS3 Waren halt die Die knackigen Bosse Die letzten Soul of Cinder Ist halt knackig gewesen Ähm Die Prinzen waren für mich knackig Weil ich die nicht so gut konnte Also nach wie vor Kann ich die nicht so gut Äh Die haben Gleichsweise länger gedauert Ich glaube drei vier Stunden Oder so Ich glaube drei vier Stunden oder so Äh Soul of Cinder Und so halt auch So zwei drei Streams Das sind so Weiß nicht Das sind so vier fünf Bosse Die halt richtig hart reinhauen Und ich denke mal Ähnlich wird es halt bei Dark Souls 1 Sein Dass wir durchs Spiel Halbwegs gut durchkommen Wir hätten halt bei DS3 Im ersten Stream Glaube ich auch fünf Bosse down Ähm Da sind wir halbwegs gut durchgekommen Aber hinten raus Wo es halt dann deutlich Knackiger Und langwieriger Was die Kämpfe halt angeht Weil die halt logischerweise Mehr aushalten alle Und du halt nicht Nicht wirklich den Schaden Mehr bringen kannst Den du halt bei einem Gut aufgelevelten Oder normal gelevelten Char halt machst Das ist halt das Ding So Ich wollte eigentlich nochmal testen Wie kann ich denn eigentlich treten Nein Bitte kein Pfeil Bitte kein Pfeil Okay Danke Ei 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 Und geschafft Das war doch War schwieriger als gedacht Scheiße ey Fuck Close Der war sehr close So Aber wir haben es geschafft Zumindest Zum Bonfire Und so leer ist es auch schon da Warum auch immer Obwohl ich die Quest Eigentlich gar nicht gemacht habe 13.000 Seen Ähm Ich habe glaube ich nichts Womit ich meine Waffe verstärken kann Ich weiß nicht mal wo sie ist Ich weiß nicht Wo ist die denn Die müsste hier doch dabei sein Helbade Blitze Oder habe ich die schon auf 10 Ach sie ist schon auf plus Okay Ja okay Sie ist schon auf plus 10 Vergesst es Ich muss zum Schmied Ähm Um auf plus 11 Umzuwandeln Und da Hatten wir glaube ich Schon einen Brocken Wenn ich mich nicht täusche So Können wir ein bisschen rum machen Hier Können wir ein bisschen looten Und gehen dann Nachher zum Boss Erstmal Shortcuts Äh Shortcuts frei machen Äh Sachen looten Hier und da Mal gucken Okay Da ist schon daumen Und zumindest haben wir dann Vorausgesetzt wir sterben nicht Ein paar Seelen So hier können wir lang Dann können wir uns eigentlich schon mal Hier das Equipment holen Weil ich glaube die Waffe bräuchten wir wahrscheinlich auch für Platin Dann können wir die schon mal mitnehmen Oh fuck War wirklich ne Mimik dabei Was Ach man ey Ich sollte jetzt übrigens aufpassen Mimiks Ständen lieben Achtet immer drauf Wie die Ketten liegen Achtet vielleicht auch drauf Ah Wie Ob die Kiste atmet Oder so ein Scheiß Dass dir das noch mal passiert Ich Ich hab vorhin zu Janine schon gesagt Ähm Ich kann mich an Dark Souls 1 Weil ich das lange nicht mehr gespielt hab Leon Gar nicht mehr so richtig erinnern Tatsächlich Ich hab nicht mal das Graslappenschild bisher geholt Fällt mir grad auf Das hab ich auch noch nicht gemacht Das wollte ich mir eigentlich noch holen Krieg's dir eigentlich relativ früh Am Am Spiel Äh Deswegen Hab ich noch nicht geholt Und ich sagte halt zu ihr irgendwie Ja so ein paar Mimiks kann ich halt noch Weiß ich halt noch Oder so ein paar Kniffe Aber die späteren Mimiks Weiß ich nicht mehr Tatsächlich Also die hab ich Hab ich vergessen Da kann ich mich eher an Dark Souls 3 Sachen erinnern Als an das Zeug hier Weil ich hab bestimmt Seit dem Youtube Runs Hab ich keinen Dark Souls mehr gespielt Also kein Dark Souls 1 Und das ist halt 4-5 Jahre halt her Oh die hält ganz schön viel was aus Und Peter Einen schönen guten Abend Herzlich Willkommen Bei Dark Souls 1 Perfekt gekommen Herzlich Willkommen So Ich glaube die hält nur 4 aus Weil ich nicht 2 nicht war Und nochmal hinterher Los Symbol der Gier vielleicht Ne okkulte Keule Okkult war mit Äh mit Schwarzmagie Ne Ja Die bräuchten irgendwann Vielleicht mal noch eine heilige Keule Für die Katakomben vielleicht Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt So Havels Helm Havels Rüstung Havel Falls ihr den noch nicht kennt Und nur hier geschaut habt Havel haben wir noch nicht getötet Da gibt es dann auch den Havels Ring Der halt viel Belastbarkeit halt bringt Dass du halt mehr Sachen halt tragen kannst Und hier ist die komplette andere Rüstung halt noch drin Von Havel Die sehr sehr schwer ist Aber man hält auch damit sehr sehr viel aus Das Ding ist Wir können die nicht tragen Wir könnten die höchstens Bei den 4 Kings vielleicht gebrauchen So wo geht's hier raus Ähm Bei den 4 Kings brauchst du halt nicht unbedingt Ausweichen dann Mit der Rüstung vielleicht Weiß nicht ob es auf SL1 vielleicht auch geht Weil du mit der Rüstung sehr viel aushältst Kannst du dich halt auch nicht Großartig bewegen Wenn du nicht viel Belastbarkeit hast Bräuchten wir dann vielleicht Bei den 4 Kings auch gar nicht Vielleicht wäre das halt eine Option Ähm Bei denen zumindest So Was wir machen müssen Ist die Katharina Quest noch Den Siegmeier müssen wir noch anquatschen Beziehungsweise finden hier Das kommt halt auch noch Das wollte ich halt hier auf jeden Fall noch machen Ähm Also den nächsten hat er frei Wir haben SL1 ran mit Mit Havelts Arme Für die 4 Kings halt vielleicht So ich glaube das ist noch eine Mimik Ne Ja Seht ihr an den Ketten Übrigens Ähm Normale Normale Kisten Falls ihr halt irgendwie Dark Souls nicht kennen solltet Oder so Oder neu seid Normale Kisten Haben halt Von der Kiste weg Eine Uhr gedreht So liegt die Kette sozusagen Und wenn die Kette zu dir zeigt Es ist halt eine Mimik Das ist halt ganz wichtig Musste ich mir damals In den YouTube Kommentaren Als ich noch YouTube gemacht hab Und da Dark Souls 1 gespielt hab Musste ich mir das So oft anhören Und ich hab's Nie richtig gerafft Wie es funktioniert Und mittlerweile hab ich's gerafft Mittlerweile Weiß ich Ein bisschen besser Bescheid Kannst du mal ein bisschen stolz sein Leon Ne Ein bisschen Symbol der Gier Nice Ähm Den Kopf teilen Die man quasi Oder das man quasi nur bei Oh fuck Das ist auch eine Ich dachte Es wäre nur einer Auf diesem fucking Gang Pro Tipps Poggers Und direkt Direkt drauf reingefallen Wieder Ich fass es nicht Ey Ich fass es nicht Ich erklärste Sachen Und Wie sollen die Leute Dann meine Tipps ernst nehmen Wenn ich sowas mach Weiß ich nicht Wir machen erstmal den hier Bevor ich den vergesse Und die Kiste da Scheiße ey Fuck ey Äh Kann Dark Souls übrigens Doch ein bisschen Auch wenn das manchmal Nicht so aussieht Ja Okay Also wirklich So Ja was du dir damals Alles von mir anhören musstest Bei den Fels Ja So Sonnenlicht mit da eben Brauchen wir auch für Platin glaub ich Brauchen wir Müssen wir glaube ich Den Moonlight Würde ich gerade sagen Äh Den Sonnenlicht Eid Hoch machen Folgt der uns Ja ich glaube Aber vielleicht Nicht Nicht allzu lang Wow Nico Jeder hat nun die Kette Auf die Kette geschaut Nur einer nicht Ja Ja Kommt der hier hoch Ja okay Ja okay Agro range ist halt In Dark Souls 1 Noch ein bisschen höher Als in den anderen Teilen Man kann die an An gewissen Punkten Bei gewissen Mobs Irgendwie doch noch Ein bisschen austricksen Aber Manche laufen Die halt echt Ein ganzes Ganzes Weichen daher So Zack Kiste Und nochmal Okay jetzt nicht mehr Braucht meine Seelen Okay Noch ein Mal Glaube ich Nee Aber jetzt Das reicht Okay Schön Und The Flips Einen schönen guten Abend Herzlich Willkommen Bei Dark Souls 1 Im Esle 1 Und eine Goldmünze Du bist gut in die Woche gestartet Herzlich Willkommen bei uns Also in die Woche gestartet Das ist Mittwoch Ja also Ja Ihr versteht So Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen Das geht wieder rum Und hier Vor Müsste Siegmeier stehen Beziehungsweise Ist das schon hier Ich glaube Nee Gar nicht Oh fuck Nicht mal geblockt Ja Parry muss ich halt lernen Das stimmt halt Da ist man kurz mal stolz auf Nico Und dann das Ja Was wollte ich sagen Es hat sich halt nicht viel geändert Nur dass ich trotzdem Ich habe jetzt Wissen Dass ich jederzeit vergessen kann Das ist schwierig Leon Das ist schwierig Ne das würde das Spiel einfach machen Wenn er Wenn er es könnte Er würde es ja entertainen Parryen Tust du ja immer noch nicht Ne Ne Parryen kann ich halt wirklich nur in Dark Souls 3 Halbwegs gut Will ich mal behaupten Da habe ich halt Den ein oder anderen Boss halt komplett kaputt geparriert In Dark Souls 1 ist das Timing halt noch ein bisschen anders Da muss ich erstmal noch reinkommen War richtig knapp Muss gleich mal trinken Nach dem Backslash Muss ich halt wirklich noch machen Spätestens bei Gwyn muss ich parryen können Wobei halt Eigentlich in jedem Spiel Die Black Knights oder Silver Knights Ganz gut zum Parry üben sind Also die kannst du relativ gut voraussehen Und halt theoretisch parryen Aber Ich habe mich heute tatsächlich noch nicht getraut Die zu parryen Deswegen Muss ich halt vielleicht mal noch machen Ähm Ich habe mal eine Frage Ähm Ich bin jetzt in Arno Londo fertig Was muss ich denn jetzt machen? Ähm Du hast jetzt in Arno Londo sozusagen den Boss getötet Ne Den Den Doppelboss Dann hast du verschiedene Wege frei Sozusagen Ähm Dann steht dir das frei Wo du jetzt hingehst Du kannst beispielsweise Am Feuerband schreien Also je nachdem Möchtest du jetzt gespoilert werden Mal empfehlen Würde vielleicht Also würde ich jetzt vielleicht so machen Geh mal Ähm Zum Leuchtfeuer bei Quelag Also du hast Quelag getötet Das ist die Spinne gewesen Wo du die zweite Glocke Ähm Geläutet hast Geh da mal runter Ähm Zu dem Bonfire Oder zum Leuchtfeuer Und Wenn du bei der Glocke halt bist Dann geht es da nochmal eine Treppe runter Glaube ich Oder so ein Gang nach unten Und da ist so ein Loch in der Wand Und dann kommst du in so eine Feuerwelt Da geht es weiter Unter anderem Würde ich dir zu empfehlen Ist so Für mich der leichtere Weg Oder der leichteste Weg irgendwie Bei den Ziegenmenschen lang Genau Genau Da war vorher Wenn du da schon mal warst Da war vorher halt Eine goldene Nebelwand Ähm Beziehungsweise Warte mal Ich denke Ja okay Warte mal Warte mal Ganz anders Äh Geh mal zum Feuerbandschreien zuerst Da ist ja Nachdem du die Glocken geläutet hast Ist da so ein Riesenvieh Ähm Aufgetaucht Am Feuerbandschreien Äh Wo es zum Friedhof geht Da lang Da ist quasi jetzt so So eine Riesenechse Oder Was auch immer das ist Und dem Musst du jetzt quasi erstmal Da Das Herrschergefäß halt geben Und der zeigt dir dann auch Wo es weiter geht Theoretisch Ah ja Da war ich unten Hab das Ding reingelegt Okay Der hat dir nämlich auch gezeigt Wo es weiter geht Tatsächlich Ähm Von daher Geh mal in das Feuergebiet Bei dem Ziegen lang Eine Primordial Serpent Okay Keine Ahnung Keine Ahnung Wo Ähm Ich finde Harville perfekt gewesen Und Paris Nein Ich quatsch schon mal an Jetzt müssen wir nämlich noch mal retten Au Au Immer dreimal ansprechen Okay Das war's glaube ich jetzt Ne Ah genau Jetzt wiederholt er sich wieder Also immer dreimal ansprechen Bis er halt sich wiederholt Ähm Immer ganz wichtig Weil Im Zweifelsfall Könnt ihr irgendwas von Von den NPCs bekommen Ähm Oder sie geben dir Irgendeine Aufgabe Oder Entscheidungshilfe Beziehungsweise Eine Entscheidung Ah immer ganz wichtig So Oh fuck Den hab ich vergessen Der Raum ist nämlich jetzt tricky Feine Weil wir jetzt aufpassen müssen Wenn Siegmeier jetzt mit angreift Dass er nicht stirbt Das ist nämlich Ganz ganz wichtig Sonst ist die Quest nämlich auch futsch Oh fuck Warte mal Ich muss mal was trinken Ah Wie er durch die Wand schauen kann Und aufpassen Dass du den nicht kaputt haust Also nicht an Ah fuck Nicht anschlägst Sonst ist er irgendwann auch sauer auf dich Ah Gott ey Okay Er hat glaube ich Ein paar Heils abgekriegt Warum er jetzt mir nicht folgt Weiß ich auch nicht Er müsste Vielleicht muss ich Eher oder schneller rein Beziehungsweise weiter rein So Und Flips Vielen herzlichen Dank Für dein Follow Herzlich willkommen bei uns Bei Dark Souls 1 Level 1 Beziehungsweise 2 Level SL1 So Wir spielen es ohne Leveln durch Herzlich willkommen bei uns Er kommt halt wirklich nicht nach Ne Das war glaube ich War glaube ich mal anders Oder War gefühlt glaube ich mal anders Dass er eigentlich hinterher kam Wenn ich mir jetzt nicht total vertue So Ups Ah wow Jetzt aber Ich bin schneller So hier ist glaube ich Ein Zauber drin Ne Den Mond Ich hab die Drops hab ich halt echt Nicht mehr raus glaube ich So jetzt müssen wir glaube ich Nochmal mit ihm reden Ja Ja Winswesenringen Okay, den haben wir zu Start halt schon genommen. Deswegen brauchen wir den nicht. Halt echt neu, dass er nicht hinterher kam. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Das war's. Dann ist das Ding schon mal abgeschlossen. Jetzt müsste der... Jetzt weiß ich gar nicht, wo der als nächstes auftaucht. Weil die Katharina-Quest... Ich habe generell, glaube ich, noch keine Quest richtig beendet in Dark Souls 1. Weil, wie gesagt, das waren halt damals meine Anfänge. Und da kann ich mich halt auch noch nicht so aus mit Souls allgemein. Ich war froh, dass ich halt unter etwaigen Bedingungen halt durchkam. Von daher war halt immer ein bisschen schwierig. So. John, einen schönen guten Abend. Und Pascal, auch dir einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. Im S1. Let's. Silberritz an. Mich kaputt holen wollen. Okay. Noch ein Backstepping nachher. Das war ein Overkill, aber safe ist safe. So. Was war hier eigentlich? Das war nur ein Balkon, ne? Ja, Balkon. Balkon. Flakon. War's. Holt Nico schon? Oder drückt er sich vor Smauken und Steen? Noch nicht. Was kann ich? Aber wir machen's gleich. Wir erkunden gerade so ein bisschen das Level. Ich habe jetzt noch Katharina gemacht. Ich will jetzt noch den Shortcut freimachen. Und ja, hier war glaube ich Dingens drin. Ne, okay. Unten war da drin. Der Dämon. Äh, Titanit-Dämon. Dämon-Tit-Dämon. Ne. Titanit-Dämon. Ja. Da war's andersrum. Den werde ich nicht machen, weil den brauchen wir nicht. Und der ist, der ist auch kacke. Weil der, weil der unten sehr eng ist. Das kann ich euch gleich zeigen. Sag mal, kannst du bitte mal von der Wand weggehen? Möchte dich noch nur ums Hürkeln, danke. Der kam an der Stelle glaube ich nie mit. Er echt nicht? Dann habe ich das echt falsch in Erinnerung. Wie gesagt, ich habe halt nicht mehr so richtig alles im Kopf. Mir war halt so, als käme er mit irgendwie. Ich habe das so dunkel in Erinnerung. So, Sieler Held. Und da unten sind wir auch einen Dämon, äh, beziehungsweise Titanit-Dämon. Haben wir auch schon mal einen bei André gesehen. Und in Vans Festung unten sind halt auch Arschviele. Kann man machen, muss man aber nicht. Bekommt man halt, äh, Dämon-Titaniter davon. Die halt zum Upgraden für Waffen zum Beispiel sind. Ich glaube nur für Waffen, für Rüstung braucht man das glaube ich nicht. So, jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Kannst du nämlich ein bisschen abkürzen. Jetzt kann man nämlich hier hochlaufen. Können wir da nochmal gucken. Jetzt haben wir den Shortcut glaube ich nicht. Jetzt sind wir nämlich hier wieder rausgekommen. Hätten wir vorhin schon lang gehen können, theoretisch. Und hier kommt man halt auf besten Wege zu Smaug und Ornstein. Indem man da halt rüberhüpft. Macht man sich alles ein bisschen einfacher. Was bekommt man denn, äh, wenn man diese Steinblitzviecher erledigt? Achso, das ist die, äh, Dämon-Titanit. Ähm, das kann ich dir gleich mal als Dingens zeigen. Als Item. Das ist halt wirklich nur Upgrade-Material für Waffen. Ich glaube, Dämon-Titanit brauchst du halt wirklich nur für Bosswaffen oder sowas. Oder für, für manche Bosswaffen. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen Kamera-Fail. Ah, kann ich dir zeigen, oder? Bekommst du halt das hier. Dämon-Titanit, äh, verstärkt Waffen aus besonderen Seelen. Okay, das sind wirklich für Bosswaffen. Ähm, wenn du den, oder wenn du einen davon tötest, bekommst du die halt. Gibt halt ein paar im Spiel. Von den Viechern bekommst du auch so reichlich Dämon-Titanit. Es sei denn, du möchtest halt mehrere Waffen, mehrere Bosswaffen irgendwie auf 5 upgraden. Dann brauchst du halt theoretisch mehr. Ich glaube nicht, ich glaube, die droppen halt nichts weiter als dieses Dämon-Titanit. Nicht noch eine Waffe oder sowas. Aber das weiß ich tatsächlich, oh fuck, nicht ganz genau. Ich glaube, die droppen wirklich nur, nur das Material, um nicht weiter. Und geben ganz gut Seelen. Ach, fuck, ey, komm. Ich möchte doch nur den Shortcut freimachen. So. Das war keine Mimik, ja. Ah, Silberritternstulpen und Silberritter-Gamaschen. Und das andere Silberritter-Zeug. Hier kriegt man direkt die Silberritter-Klamotten. Habe ich sehr, sehr oft und sehr lange benutzt tatsächlich. Ist eine schöne Rüstung eigentlich. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Da geht es jetzt zum Bonfire. Wo wir uns eigentlich nochmal hinbegeben können. Dann gehen wir jetzt nämlich zum Schmied. Schalten da den Shortcut frei. Dann grade ich die Waffe ab. Oder auf. Und dann gehen wir zum Boss. Das klingt nach einem Deal. So, jetzt. Das ist nämlich das Wichtige irgendwie. Dass du halt, weiß ich nicht. Meistens, wenn du halt irgendwie bei einem Boss bist. Und dir der Weg gefühlt sehr, sehr lang vorkommt. Gibt es in den meisten Fällen irgendwo noch eine Tür. Eine Treppe. Weiß ich, was weiß ich. Dass du aufmachen kannst. Damit der Weg halt kürzer ist. Halt die Shortcuts im Prinzip. Jetzt können wir nämlich hier lang laufen. Ja, können uns von denen treffen lassen. Ganz prima. Das war geplant. Das war geplant. Weiß ich nicht. So, jetzt sind wir nämlich hier. Dann haben wir uns ein bisschen Weg gespart. Hier geht's zum Dämon-Titanit rein. Äh, Titanit-Dämon so. Jetzt machen wir den doch mal weg, ne? Naja, komm, wir rennen. Wir rennen einfach. So, und jetzt sind wir in der großen Halle. Kennen vielleicht ein paar Leute noch aus, oder schon aus Dark Souls 3. Da sah es noch ein bisschen anders aus. Ein bisschen dunkler. Und mit anderen Gegnern gespickt. Und mit Aldrich am Ende. Hier ein bisschen anders, aber das Grundprinzip bleibt halt gleich. Es hat genau das gleiche Ding halt eigentlich. Genau die gleiche Welt. So, machen wir das Teil auf. Könnte mal theoretisch jetzt halt von da nach hier laufen. Und zum Boss. Ist aber halt relativ weit eigentlich. Deswegen, wir gehen halt eigentlich den anderen Weg von dem Bonfire, wo wir gerade halt waren. Ich hoffe, du gehst Manus nicht auf die super langweilige Methode. Durchs Nebelgate, meinst du, Leon? Also nein, also so cheesy Tactics machen wir halt gar nicht, Leon. Wir hatten bei Bloodborne, Koss, weiß ich nicht. Ich glaube, das war der zweite Tag, an dem wir das getryt haben. Als wir den Koss getryt haben. Ist der plötzlich in der zweiten Phase stecken geblieben. Und hat sich nicht mehr bewegt. Ich hätte den quasi da töten können. Dann habe ich quasi ausgelockt. Habe dann den Bosskampf neu gemacht. Also so cheesy Zeugs macht man halt quasi nicht. Wir machen das halt schon eins gegen eins. Ohne irgendwelche cheesy Tactics. Um da halt... Den halt normal zu töten im Prinzip. Weil selbst wenn er irgendwie rumbackt oder so. Werde ich das halt dann den Try halt abbrechen. Weil das ist halt nicht der Sinn dahinter. Deswegen mache ich halt keinen SL1 halt. Um es mir dann doch wieder einfacher zu machen. Cheesy Tactics dann zu nutzen. Ähm... Ceaseless Discharge. Okay, Ceaseless Discharge habe ich mit der cheesy Taktik. Mit dem One-Hit gemacht. Den haben wir schon down gehauen, ja. Weil ich das noch nicht so oft gemacht habe. Und das eigentlich ganz cool fand. Den haben wir so gemacht tatsächlich. In der cheesy Taktik. Aber der ist auch so nicht schwer. Weil ich habe das einmal gemacht bei Ceaseless Discharge. Und konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, wie das funktioniert. Oh, wow. Oh, jetzt mach keinen Kack hier. Ich habe keine Estos mehr. Okay, wow, 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 wow. Ah, willst du dir meinen Fury Swordline? Nein. Den habe ich nicht so gerne gespielt, John, muss ich sagen. Ich habe das einmal gemacht, glaube ich. Und das skaliert ja mit Menschlichkeit, ne? Und ich... Damals bin ich halt noch nicht so gut gewesen. Bin halt so oft gestorben. Hab da so viel Menschlichkeit verloren. Fuck. Scheiße. Ach, kacke. Okay, wir müssen nochmal laufen. Aber nicht so schlimm. Ich hoffe, man hat das Item noch. Jo, Manus kann man ohne Aufwand killen. Oder killen ohne Aufwand. Ich finde es zwar interessant, dass es sowas gibt, aber eigentlich immer langweilig. Ja, eben. Was ich rausgefunden habe, das... Du hast da auch zugeguckt, Leon, damals. Bei Demon's Souls, ne? Letztens haben wir Demon's Souls auf Platin gespielt. Im Stream. Und da habe ich im zweiten Durchgang wollte ich... Also da mache ich halt sowas. Wir haben halt normal aufgelevelt, ne? Und das war halt schon der zweite... Oder wäre der zweite Kill dann schon gewesen. Ich wollte mal die Menschenfresser, also die Gargoyles mal schießen. Und mit der Armbrust oder Pfeilen durchs Nebelgate halt schießen. Und den ersten Gargoyles schon mal kaputt machen. Das ging nicht mehr, ne? Das haben die... Also das ging mal, wenn ich mich nicht täusche. Das haben die halt... Entweder vertue ich mich komplett. Oder die haben es halt gepatcht. Dass du die nicht mehr... Dass du den Typen nicht mehr aus... Aus... Aus der... Oder vor dem Nebelgate halt irgendwie Schaden machen kannst. Das fand ich heute schon ganz interessant irgendwie. Halt war schon ein bisschen schade, weil ich die immer gehasst habe. Die Menschenfresser. Ähm... Die Gargoyles. Auch nach wie vor. Deswegen wollte ich das halt mal probieren. Und... Ja, fand ich... Fand ich schade, weil ich es halt nie gemacht habe damals. Und in so einem Platin-Run kann man sowas halt mal machen, weißt du? Und da wollte ich es mal probieren und dann ging es nicht. War ich... War ich sehr traurig. Tatsächlich. Das Free Sword war nach dem Bados Sideshort Medeliebingswaffe. Das Border Sideshort, das hatten wir gestern bei Janine im Stream irgendwie noch. Ich meinte halt... Ja, was gibt es denn so für... Für Decks Waffen gute? Und da kam halt auch auf das Border Sideshort zu sprechen. Das habe ich ja damals... Elendlich lang... Ähm... Gefarmt. Hab halt irgendwie 6-8 Stunden... Äh... Zwischen den Folgen auf YouTube halt... Einfach die Border Knights gefarmt, damit ich dieses Schwert bekomme. Und es hat so arsch ewig gedauert, aber... Dafür war das Schwert auch ganz geil. Würde ich halt so, glaube ich, nicht nochmal machen. Können wir halt leider auch nicht tragen. Darf mal abgesehen. Nico hat Ehre. Guck ihr ihn da an. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Der Friedemann kommt noch, Leute. Äh... Stell dich auf 4-5-Stream ein ein. Ähm... Ich fand halt Manus damals nicht so schwer als... Äh... Leon. Ich fand halt Kalamed und Arturias wesentlich schwerer als Manus. Bei Manus hatte ich halt in Let's Plays damals nie wirklich das Problem, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Das ist halt das Ding. Von Manus hab ich halt irgendwo nicht so die Angst. Obwohl es halt auf Level 1 halt alles nochmal anders sein kann. Wie gesagt, da sind halt Bosse in Dark Souls 3, die... auch völlig unterschätzt hab. Die dann plötzlich ums viel Schaden machen. So. Dich müssen wir jetzt irgendwie runterkriegen hier. Jo. Dafür, dass du mich umgehauen hast. Ach nee, du hast mich umgehauen, ne? Nee, der hat mich umgehauen. Der Dreckarsch. So. Roll zurück. Also, beziehungsweise lauf zurück. Los. Tu's. Tu's, Junge. Wow. Er macht's halt nicht, ne? Er macht's halt wirklich nicht. Jetzt. Okay. Dauert manchmal ein bisschen. Muss man auch ein bisschen Geduld haben. So. Und Fraktal. Einen schönen guten Abend. Jetzt willkommen. Bei Dark Souls 1 SL1. Geht's gut. Und es ist nicht so arschwarm bei dir. Bei uns hat's halt hoffentlich... äh, zum Glück abgekühlt. Ein grauer Brocken. Okay, das war sogar echt wichtig. Können wir das... ähm... Da können wir die Waffe, glaub ich, auch auf 12 jetzt upgraden. Das ist ganz cool. Ähm... Ich hab jetzt mal endlich mein, ähm... Live-Hunt-Skyf. Ähm... Aber die ist nicht mehr so geil wie in meiner Erinnerung. Vor allem, weil ich nach drei Hits damit selber einen Bloodloss hab. Ach, das ist die, ähm... Das ist doch die Priscilla-Sense, oder, John? Ich glaub schon. Ein Ritter zu Beginn in der Kapelle, tropft das? Braucht nur Geduld. Ja, okay. Da hast du halt zwei Ritter, glaub ich, oder... Ich glaub zwei Ritter. Kannst du da relativ schnell farmen. Du kannst es halt viel besser, find ich, bei Sens Festung halt farmen. Weil da der Laufweg zum Bonfire und zu den Viechern irgendwie kürzer ist. Da hab ich's halt damals gefarmt. Da war halt der... Die Farming-Route halt besser irgendwie. Kannst du... ...forge deine Weibungen? Achso, der redet gar nicht. Wow. Guck mal. Lass mal nochmal ein bisschen reden hier. Forge. Very good. Forge Icon. So, Rüstung umwandeln. Verstärkte Blitzkorn. Achso, nee, wir haben... Ach, fuck. Wir haben die Riesenglut gar nicht. Fällt dir grad auf. Also sehr spät fällt mir das auf, aber wir haben die Riesenglut nicht. Lass mich mal überlegen, ey. Waren... Waren Smoke und Ornstein, die waren gegen Feuer anfällig, ne? Smoke's Hammer. Wie jetzt schon Spoiler, ne? So ein bisschen krass. War gar nicht aufgefallen, dass das jetzt quasi schon auswehbar wäre. Oder zumindest angezeigt wird. Ich hab nichts, was Feuer macht. Weil ich auch da nie Glut noch nicht hab. Stimmt, wir haben halt echt die... Wir haben Dingens noch nicht, ey. Fuck. Uh, und... Was verkaufst du sonst so, Kerl? Wo darf ich jetzt 39.000 Seelen? Kannst du mir das bitte verraten? Das ist jetzt die große Frage. Der warst nicht mal... Nicht mal ein Bogen, ne? Schade, ey. Ja, Riesenzeug. Oder mal verkauft... Kleine Scherben verkauft der. Es bringt halt nichts, mein Schild jetzt abzugraden. Weil ich sowieso das Graswappenschild halt nehm dann. Auf lange... Also was ist das lange Sicht? Von Anfang bis Ende dann. Ich war bloß noch zu faul, mir das zu holen. Wir könnten es halt holen, sobald wir halt Smoken Ornstein down haben und uns porten können. Dann sind die Laufwege nicht mehr so lang. Weil hier zurückzulaufen, das wäre halt unsinnig. Ah, und ne Rüstung, ne passende, hab ich halt auch noch nicht so wirklich gefunden. Mag die aktuelle Rüstung... Also die Nazgul-Rüstung mag ich schon ganz sehr. Äh, ganz gern. Das Ding ist... Lohnt sich das, die abzugraden? Weil die macht... Ja, das kostet ja trotzdem... Das bringt ja trotzdem Schaden. Das ist das Ding. 39.000 Seelen, ey. Hm. Schwierig. Reparier mal mein Zeug. Kann ich zwar auch am Bonfire machen, aber... Da vergesse ich es irgendwie doch uns. So, naja, müssen wir mal gucken. Geh mal einfach mal... Smog vom Ornstein. Weil, jetzt haben wir eigentlich alles abgefrühstückt. Jetzt können wir da eigentlich reingehen. Mit drei Estos. 39.000 Seelen. Das ist die Idee, die ich haben kann. Eher nicht so. Wehe ich nicht. Bei jedem Boss muss man nur dodgen. Ja, Priscilla. Ah, okay. Ja, aber je nach Boss, ähm, mal einfacher oder schwieriger. Ich weiß, das fand ich auch so witzig. Also, äh, Manus war auch einfach. Man muss nur dodgen, äh, da die Attacken sehr langsam sind. Äh, geht aber. Joa, deswegen. In der Festung ist es, äh, ist es auch besser. Ja, wie gesagt, da ist der Weg halt der, der, die Farmroute halt besser. So. Mach kurz die Kamera gleich wieder an. Hier oben sind wir zwar mindestens halbwegs safe. So. Und dann können wir runter gucken. Wir sind halt nicht mal voll. Das ist halt das, das, der Punkt. Wir haben theoretisch, das kann ich mal noch equipen. Ähm, Feuerbomben haben wir noch. Und, ja, schwarze Feuerbomben. Aber das hier meine ich. Ähm, kohlehartiges Arz. Äh, Harz. Die sind nämlich, glaube ich, feueranfällig. Wir werden Smaug dann scheinbar als erstes machen, wenn ihr das so wollt. Wir werden es zumindest am Anfang mal probieren. Wenn wir da jetzt irgendwie doch Stunden hängen sollten, werden wir vielleicht die andere Variante probieren. Okay, das passt zu weit. Naja, gut, ne? Probieren wir mal. Ja, okay. Das hat, wow. Trip, nächste Estus. Geil. Bei Bouncing ist halt Magieangriffe. Und diese eine Combo-Move ist tödlich. Manu ist halt nicht langsam, sondern echt schnell und auch sehr aggressiv. Das macht den Boss schwierig. So. Wir kommen zum schwierigsten Boss im Hauptspiel zumindest. Oder zum nervigsten. Den ersten Doppelboss. Ne, ist gar nicht wahr. Gargoyles sind auch schon Doppelbosse. Vergesst, was ich gesagt habe. Zum nächsten Doppelboss. Nervigsten Doppelboss. So. Fuck. Ah, hab ich das gehasst ihr? Das könnt ihr euch gar nicht. Vorstellung. Was? 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 Ja, okay. Ja, okay. Wir machen uns eines. Wir machen uns noch den kürzeren Weg. Da brauchst du theoretisch nicht mal mehr den Shortcut. Laufen wir jetzt hier lang und springen da rüber. Dann sind wir direkt schon hier. Wir haben quasi den Shortcut nochmal shortiger gemacht. Indem wir da rüber gehupft sind. Und quasi jetzt schon im Heal sind. Können wir uns ein bisschen Zeit sparen. Beziehungsweise auch eventuelle Hits, die wir halt fressen, auch noch ein bisschen sparen. Dann sind wir direkt beim nächsten, oder beim nächsten Try. Sieht vielversprechend aus. Ich glaube, Smaug war Feuer und Ornstein war blitzanfällig. Nee, genau andersrum. Achso, die waren unterschiedlich? Echt? Okay. Okay. Die müssen wir halt so ein bisschen auseinanderziehen. Aber fuck. Ja, okay. Wir haben ihn nicht getroffen. Er hat uns aber auch nicht. Dafür kam Smoker. Äh, Ornstein. Schubi. Warte, 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 warte. Und? Okay, jetzt muss ich gleich lesen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Marinya. Oder Marini. Ayatons. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ansonsten gerne mal reinschreiben. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für dein Follow. Und willkommen bei Smaug und Ornstein auf Level 1. Ich gebe mein Bestes. Vielen, vielen Dank fürs Reinfolgen. Reinfolgen vor allem. Reinfolgen. Reinfolgen klingt halt schon wieder nicht so geil. Rein, follow und schon. Das ist zumindest okay. Kacke, ey. Man muss halt auch mal so Angriffsdinger finden. Zu zweit sind die halt echt noch ein bisschen... kniffliger. Aber du musst aufpassen, dass du nicht doch irgendwie noch einen Hit frisst. Ja, geil. Springer erstmal. Okay, Nerven. Smaug hätte uns, glaube ich, getötet. Von daher war das gar nicht so verkehrt. Ja, das wird deutlich... Ich glaube, wir müssen das Bonfire das erste Mal ein bisschen upgraden, dass wir mehr Estus haben. Ich kann jetzt mal eines probieren. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Ah, fuck. Das mache ich zwar nicht. Ich würde eigentlich meine Waffen verzaubern. Aber das hat zumindest nicht so lange gedauert. Scheiße. Ich mache nämlich echt nicht viel Schaden. Warte mal, wie war das? Ich gucke jetzt gerade nochmal. Ich glaube, Smaug war Feuer und Ornstein Blitz an Pflicht. Aber es war andersrum, meinst du? Also bringt es nichts, wenn wir jetzt unbedingt Feuer für Smaug als erstes nehmen. Sondern wir sollten eher, wenn Smaug halt tot ist... Also, warte mal, wir regrainen es vielleicht wirklich mal ab. Wenn Smaug halt tot ist, sollten wir dann erst die Buffs benutzen, um halt den großen Ornstein kaputt zu machen. Okay. Dann müssen wir jetzt eine Doppelmenschlichkeit am besten nehmen. Dann graden wir das Feuer auf. Bzw. machen wir uns menschlich. Und können dann erst das Feuer upgraden. Und naja, mal gucken. Cool. No Hit auf die Bosse. Richtig geil, ne? Entfachen. Wir können uns hier sogar Hilfe holen. Und Leute auch mit Level 1 irgendwie. Oder maximal Level 10 unterwegs. Die ihre Zeichen hier sogar legen. Guck dir mal an. Juu. Und Pastor Lul. Okay. Es sind halt tatsächlich Leute da, die im SL1 oder, weiß ich nicht, SL10, weil du darfst halt ein gewisses Level nicht überschreiten. Sonst könnte ich die Leute nicht, nicht, nicht summon. Die müssen halt schon irgendwie in der Rage 1 bis 10 halt sein. War ein schönes Experiment, kannst du öfter mal. Wenn uns die mit Blitzen wirft, wäre es ja komisch, wenn er schwich als Blitze hat. Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Wäre unlogisch. Das ist voll gut. Seine Magieangriffe sind vorhersehbar, aber schwierig zu dodgen. Seine Milieangriffe sind schnell, aber wie du sagst, vorhersehbar. Das Problem ist, dass seine Vertikanangriffe haben alle einen kleinen AOE-Effekt. So, zumindest das jetzt erst mal geblockt. Ah, fuck, okay. Ich dachte, ich kann es irgendwie wegrennen. Wow. Ja, das ist wieder... Ah, Gott. Hat so eine umslange Range. Und bei der Seen sind die eh schon weg, ne? 40.000 Seen, again, rip. Ah, fuck. Wow. Jetzt wollte ich wieder einen Sprüngangriff machen und dann kommen der Affe von hinten. Okay. Mach mal irgendwas. Wir sind halt schon ein paar Hits, die Smoke halt aushält, ne? Wir müssen und dürfen uns auf jeden Fall weniger treffen lassen. Oh, fuck. Ah, ich hab's geahnt. Hätte vielleicht doch nochmal rollen sollen. Oh, fuck. Oh, fuck. Das Problem ist, dass er jetzt halt vorn ist. Es bringt halt auch nichts, beide gleichzeitig so ein bisschen down zu hauen. Weil sobald... ...einer tot ist, ist der andere wieder voll. Von daher... Auch schwachsinnig. Wow. Habe ich jetzt echt nicht getroffen? Treff halt einfach nicht. Also wieder so ein langsamer. Joa. Okay. Spring mal irgendwie oder sowas. Weiß ich nicht. Ah. Eine gedodged. Und dann kam wieder Ohrenstein um die Ecke. Und hat mich weggehauen. Das ist... Ne, das ist kein Langsams war der Angriff. Leck mich doch, du Dreckshund, ey. Keine... Ja, okay. Wir hätten sowieso nur noch zwei Estos, ey. Wir müssen wesentlich besser ausweichen. Eieiei. Eieieiei. Einfach dodgen. Oh, Mann, das war nah. Oh, Mann, 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 oh, Mann. Er hat da gerade gefollot. Vielen Dank für den Follower bei Janin. Herzlich willkommen bei den Zugerschnuten. Hat sehr... Also hat... Hat sehr schön gerade zu dieser Szene gepasst. Herzlich willkommen bei den Zugerschnuten. Herzlich willkommen bei den Zugerschnuten. Du wirst es wahrscheinlich nicht sehen. Aber vielen Dank dafür. Herzlich willkommen bei den Zugerschnuten. Dieser neue Follow Sound. Das ist halt extra für Dark Souls halt drin. Ich suche immer noch einen Follow Sound oder einen Follow GIF Follow Sound Mischmasch für Digimon, damit wir halt unsere Mahn ein bisschen austauschen oder aktualisieren können. Habe ich immer noch nichts. Ich will es auch nicht, ey. Glitcher. Was? Glitcher. Wegen des Shortcuts hier. Ja, kann man schon mal machen. Er geht ja nur um Wege. Ah, und Lone Rider hat einen schönen Namen. Er ist jetzt willkommen. Bei Smauke und Onsdream. Im SL1. Und bei Dark Souls. Er ist jetzt willkommen. So, vielleicht kriegen wir das jetzt diesmal besser hin. Wir müssen halt seine Attacken so ein bisschen forcieren. Ja, das war okay. Das war nicht so okay. Ah, das war nicht so okay. Vor allem, weil ich keinen Hit rausgekriegt habe, ey. Ah, kann man so machen. Malefiz. Einen schönen guten Namen. Herzlich willkommen. Boah ey. Dark Souls 1. Ich bin immer noch drauf und dran, God of War zu sagen. Smauke und Onsdream. Ah, okay. Das war schön. Haben wir auch mal ein bisschen Glück gehabt beim Angriff. Er steht halt echt super nah dran. Ja. Er hat noch so einen kleinen AOE, wenn er springt. So, komm her. Nur nicht zu gierig werden. Wir machen es gerade mit dem Esbus eigentlich relativ gut. Ah, fuck. Eigentlich relativ gut. Dürfen bloß nicht zu Sicherheits werden. Ah, Gott. Jetzt haben wir halt wieder so ein bisschen Pech, was das Muster halt angeht. Jetzt fressen wir halt doch wieder mehr Estos als gedacht. Oh, warte. Du machst echt On-Still-Import? Ja, lass mich. Mach ich. Jetzt wurde es sich so gewünscht, dass ich das tue. Wer bin ich? Wenn ich es nicht versuchen würde. Ah. Okay, das ist wieder ein Angriff jetzt. Ah, fuck. Von ihm auch. Ah, nee. Eventuell braucht er nur noch einen Angriff bis zur zweiten Phase. Oder halt doch zwei. Fuck. Oh, ich hab's geahnt. Und nochmal. Ah, wow. Fuck. Richtig Pech. Richtig Pech. War aber schön. War schön. Kann man drauf aufbauen. Immer an die Doppelbosse aus Neo denken, Nico. Ja, das ist hier hingegen dann super easy. Die Neo-Doppelbosse waren die Hölle, ey. Es war die Hölle. War gut. Vielen Dank, Herr Schmeins. Und schönen guten Abend, ey. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. S-Lines. Bin so hochgegangen, ne? Da ist es. Das krieg ich mittlerweile auch besser hin. Ich weiß nicht, ob es an der FPS-Anzahl liegt, dass es mittlerweile einfacher ist. Weil früher hab ich das nie First Try geschafft. Die Leute, die halt die YouTube-Bios früher noch geguckt haben, die werden sich erinnern. Kann man auch so sehen, mit Ausgutzeichen YouTube, kann man sich den YouTube-Kanal nochmal angucken. Ja, gibt es viele Kurzsachen drauf, aber auch andere Horrorsachen oder sowas. Oder Wattwiesig. Da kann man sie auch angucken. Wenn ihr Bock habt, oder ja, zu viel Zeit habt. Weil da echt viele Videos drauf sind. Sehr viele Videos. 2000 Stück, glaube ich. An der Zahl. 2100, glaube ich. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich wollte gerade trinken, Mann. Was ist los mit dir? Scheiße. Und Jaguar1986 für deinem Follower. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. SL 1. Bei Smokin' Onsteen. Herzlich willkommen. Nächster Run. SL No-Hit Speedrun. Das haben wir halt öfter schon mal gesagt, Leon. Sowas könnte ich, glaube ich, No-Hit, wäre ich, glaube ich, zu ungeduldig für. Und so, ich hätte, glaube ich, den Skill nicht für No-Hit. Und die Geduld halt. Auf jeden Fall. Noch ein Stückchen höher. Jetzt war ich zu hoch. Zu tief. Speedrun habe ich tatsächlich mal überlegt. Weil wir ab und zu mal Squiller-Killer geguckt haben. Und der, da war ich ein bisschen Fanbow-mäßig. Der hat sogar gefollowed hier. Ähm, war ich sehr stolz. Nicht nur bei Squiller, aber auch bei vielen anderen. Wo ich so ein bisschen gefanbowed habe. Und die jetzt trotzdem hier, oder auch hier followen. Vielleicht auch die Sally. Aber das möchte ich nicht so laut sagen, weil das peinlich ist, weil sie eventuell irgendwo noch in der Lurkecke hängt. Deswegen schwierig. Deswegen sage ich das nicht so laut und hoffe, sie überhört ist. Ähm, verdammts. Okay. Bin ich voll mit dem Ding? Äh, nee. Schade. Mit einer Estus weniger. Schwierig. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal besser spielen jetzt. Äh, deswegen. Ich wäre, glaube ich, halt zu ungeduldig. Äh, Speedrun Dark Souls 3 würde ich halt vielleicht mal machen. Weil wir haben halt viel bei Squiller, äh, Dark Souls 3 gesehen. Und das könnte ich vielleicht lernen. Und wir wollten das irgendwann mal, zumindest mal einen Tag probieren, das mal so ein bisschen Speedrun-mäßig zu machen. Zumindest so schnell, wie es halt mir möglich ist. Wahrscheinlich nicht mal annähernd so schnell, als dass man sich Speedrunner nennen dürfte. Aber zumindest mal so ein bisschen probieren halt. Einfach mal so testweise. Hätte ich Bock, ein paar Sachen halt zu lernen. Muss ich mal sagen. Ah, fuck, das ist das Langsame. Es kommt auch immer so ein bisschen aufs Timing drauf an. Ist manchmal auch ein bisschen Glück und Positionierung halt. Ja, das zum Beispiel. Jetzt ist er halt von dem einen Punkt geflogen. Und hat dann entweder genau zum gleichen Zeitpunkt nochmal so ein Charge genutzt. Oder ist halt abgeprallt und einfach weitergeglitscht. Oder weitergesprungen. Das ist dann immer so ein bisschen Pech. So, das ist jetzt Risky as fuck, ja. Und da kommt die Quittung. Fuck, ey. Du hast das Broken Great Sword vergessen. Du meinst das Broken, das Broken, äh. Heißt das Broken Great Sword? Das heißt so, ne? So ein Run würde ich halt machen. Ein Broken, ähm. Hm. Ne, Broken Straight heißt das, ne? Broken Straight Sword. So ein Run würde ich tatsächlich mal machen. Also wenn wir die SL1 Runs durch haben. Es fehlt im Prinzip jetzt noch Demons Hoods im SL1. Und Dark Souls 2 im SL1. Und dann würde ich eventuell überlegen. Verdammt. Okay, ja. Jetzt müssen wir halt wieder den Typ machen. Ähm. Dann würde ich halt überlegen, vielleicht ein Broken Straight Sword Run zu machen. Sowas ist halt, glaube ich, eher mein Fall. Dass man halt sich sozusagen reinbeißen kann in das Ganze. Dass es nicht darauf ankommt, wie viele Tode du hast und wie schnell du da durchkommst. Sondern dass du es überhaupt schaffst. Weil da bin ich, glaube ich, eher drin. Dass ich halt, dass ich die Geduld hab und die Frustrationsgrenze, um das halt durchzustehen irgendwo. Ähm. Und das dann trotzdem irgendwann zu schaffen. Egal wie lange es halt dauert. Und bei einem No-Hit Run einmal nicht aufgepasst, hast du einen Hit ganz neu anfangen. Das ist halt... Da hätte ich, glaube ich, nicht die Geduld für, dauerhaft neu anzufangen. Weil ich mich irgendwann im Laufe des Runs nicht mehr konzentrieren kann, um einen Hit zu fressen. Broken Straight Sword. Naja, irgendwann liegen die halt trotzdem, ne. Egal wie lange es dauert. Und da bin ich halt eher so der Typ... Verdammt! Ich kann... Ich muss halt wirklich rollen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ja, okay. Bist du... Er... Ballert dann so ein bisschen um die Ecke. Und dann denkst du... Naja, du bist halt eigentlich... Außer Range. Aber er knallt sich dann trotzdem um. Mach mal bitte jetzt was. Okay. Vorhin hatten wir halt, glaube ich, entweder echt eine viel, viel, viel bessere Positionierung. Obwohl ich eigentlich nichts anderes mache gerade. Aber es gehört halt auch mal ein bisschen Glück dazu. Wie halt alles läuft. Und was für Attacken die machen. Und wie sie halt sich generell positionieren. So, der erste... Okay, ja. Ja, ein Hits und dann tot. Schwierig, ey. Schwierig. Äh, hab heute Sif gemacht. Ähm... Und die Mondlichtschmetterling, beziehungsweise die Motte gelegt. Äh, Sif macht immer wieder Spaß. Sif ist halt ein schöner Bosskampf. Ähm... Sif ist auch echt... Also generell sehr schön, halt. Wenn ich mir irgendwann ein Tattoo machen werde, oder lasse. Was halt nur eine Frage der Zeit ist. Und irgendwo des Geldes auch, weil das, glaube ich, sehr teuer wird. Äh, werde ich mir ein Arturias und ein Sif, äh, Tattoo machen. Fun Fact. Habe ich, äh, tatsächlich sehr Bock drauf. Generell würde ich mir, äh, ein Dark Souls Arm machen. Halt komplett, äh, von oben bis unten, ähm, zum Handgelenk. Komplett halt mit, mit Souls, äh, Viechern. Also mit irgendwelchen Bossen. Oder... Halt Dark Souls-Related Sachen halt. Oder Bloodborne. Irgendwann, hoffentlich. Irgendwann. Wollte ich, wollte ich eine ganze Weile. Habe lange drüber nachgedacht, ähm, und tatsächlich immer jetzt noch nicht gemacht. Aber wird hoffentlich irgendwann mal kommen. Ah, da war die Rolle zu spät. Kein Ludwig Tattoo, ich bin enttäuscht. Ludwig vielleicht auch. Ludwig hat sich jetzt so ein bisschen reingemogelt in die ganze Sache. So, kriegen wir den jetzt von der Range her? Ja. He uns aber auf. Tschöö. Okay, gleich nochmal. He nachher, er aber auf. Das ist ein Schlagabtausch. Kann ich mich bitte nochmal heilen oder so? Ja, das ist jetzt schlecht. Ah, so ist besser. Ah. Da ist das wieder das Langsame. Das Langsame finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend zum Royden. Zum Royden, ja. Es ist auch sehr riskant, halt, eine Sprungattacke auf Smaug zu machen, wenn du nicht siehst, was der Kerl hinter Smaug macht, ey. Fuck, ey. Fallen den Teaser aus, nice. Also V176. Muss ich mir nachher nach angucken. Ich wusste, wir haben vorhin kurz drüber geredet, ähm, Lone Rider. Ne, hat das Lone Rider gefragt? Ähm, ja, das hat Lone Rider gefragt. Ähm. Wir haben halt kurz über die E3 vorhin geredet. Weil wir halt zur E3, zu den Pressekonferenzen was machen werden, ähm, das halt Restream und ein bisschen drüber diskutieren. Und uns gemeinsam über angekündigte Titel freuen. Ähm. Und ich hab das gestern quasi mit dem Teaser nur mitbekommen, hab aber dann die Auflösung nicht mehr mitbekommen. Und hab's auch bei Twitter, ist es heute so ein bisschen an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Deswegen muss ich vorher erstmal aufgeklärt werden. Und ich muss mir den Teaser nachher noch anschauen. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Dachte, du musst dir einen, äh, Strichcode und, äh, Property of Pink Pony stechen lassen. Das vielleicht auch, ja. Schauen. Guckt mich kommt auf die linke Pobacke. Äh, perfekt für ein Schandensatz. Damit es auch ja nie jemand sieht, außer ja nie. Obwohl, wer sagt, dass jemand Arsch sieht, ne? Ist schwierig. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Gehen. Ah. Was ist mit mir? Okay, Kevin sieht ihn vielleicht auch. Ach Gott, ey. Du Dreckvieh. Ja, mach mal halt beiden Schaden. Leckt mich. Wenn ihr beide aufs Maul wollt, dann gebe ich euch beiden aufs Maul. Oh, fuck. Das wäre so schön gewesen, ey. Das war ein bisschen greedy alles. Oh, fuck. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Hoffen, hoffen, hoffen. Jo. Ah, fuck. Okay, ne, das ist jetzt mir zu risky. Ja, das ist mir alles zu risky gerade. Lieber auf den 8 Estos halt sitzen bleiben so ein bisschen. Anstatt zu viel zu riskieren, weil die mich halt immer noch 2-hitten können. Vielleicht auch 1-hitten, weiß ich nicht. Gab's bisher noch nicht. Vielleicht kann mich halt die zweite Phase 1-hitten. Das war halt wieder ein bisschen, ein bisschen strange. Ach Gott, ey. Ah, das ist schon ein bisschen fies, ey. Ich treffe in der Range halt nicht, weil das Ding zu kurz ist. Das ist der von GZ. Kannst du bitte auch irgendwie eine Attacke machen? Ja, kurz stehen bleiben, genau, dass ich irgendwie Zeit habe, Sachen zu machen. Wow. Ah, voll rein, ey. Ich versau's. Gegen Ende versau ich's halt immer mal noch ein bisschen. Da kann der Anfang eigentlich ganz gut sein, aber ganz gut laufen. Und dann läuft's im Nachhinein echt. Ach Gott. Mit ein bisschen Pech. Wow. Eih. Es ist halt auch nicht einfach, was soll ich sagen? Ist schwierig. Sehr schwierig. Äh, hab auch immer, was? Hab auch immer das Okay von den... Darf alles außer kaputt uns, äh, Dellen reinmachen. Äh, zum Ende du bist mittendrin. Ja, okay. Ja, das stimmt, ja. Warte mal, ich muss mal den Modchat dabei rufen. Der war irgendwie nicht runtergescrollt. Der hat nicht mitgescrollt. Ähm. Achso, wir können's beim Boss mit, mit 10er Schritten machen. An den Modchat. Wenn, wenn er das machen will. Weil manchmal passiert's ja doch, dass es halt... ...schnell mal der Tod eintritt. Und je nachdem, wie lange wir jetzt scheinen müssen. Nur mal gucken. Könnte eigentlich, also 10er oder 5er Schritte machen, ne? Wie er am besten... ...zeit Zeit habt oder so. Wie verarscht ich? Äh, schau den dir mal an. Äh, der hat schon lauter Dellen. Sie will nur, dass du dann fürs neue Modell bezahlen musst. Ja, Janine hat mir letztens, ohne Spaß, ähm, mein Bart, in Anführungszeichen Bart, weil ihr das nicht anerkennt, ne? Da hat's ein graues Haar, ein komplett graues Haar rausgezogen. Ich bin keine 30. Also noch keine 30. Und es fängt jetzt schon an. Manche Leute haben mit 40 noch keine, keine, kein graues Haar. Bei mir kommen das alle schon mit 27, beziehungsweise, ja, schon eigentlich früher. Jetzt, glaube ich, mein erstes graues Haar mit 17. Da hat's nämlich ausgelacht, dass es wie ein Bindfaden aussah, aber so weiß wie ein Bindfaden war. Okay, komm, 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 okay, passt, voll. Ich muss mal triggern, du musst dann bleiben. Das ist halt fies, der, der, wenn wir den Hammer logischerweise treffen, machen wir keinen Schaden. Der kann uns aber mit dem Hammer durch seine Bewegung nochmal so drehen, dass wir dann nicht zu ihm rankommen. Schon ein bisschen fies. Okay, wir haben gerade noch ein bisschen Glück, tatsächlich. Mit dem Bewegungsmuster. Es trifft uns gerade nicht so sonderlich. Ah, fuck, das war zu Greedy. Gebe ich zu. Und jetzt komm ich hier wahrscheinlich nicht raus, weil zu Greedy. Trink. Nein, ich hab's geahnt. Ach Gott, es war schön. Schön war's. Aber ja, aber sowieso. Es war sehr schön. Ich mach nochmal die Kamera aus und weine innerlich in mich rein. Fuck, ey. Es war tatsächlich schön. Dann hast du bald was Silbernes unten hängen. Was? Graue Haare hab ich auch schon. Ja, du bist aber, du bist, warte mal, du bist doch alt wie meine Schwester. Du bist wahrscheinlich 85 geboren, Lone Rider, würde ich sagen, ne? Dann bist du 33. Wahrscheinlich. Geh ich mal, geh ich mal von aus. Bin am ersten Mal weg. Viel Spaß und Glück noch. Leon, vielen Dank fürs Reinschauen. Habt einen schönen Abend. Mach ich bis zum nächsten Mal, wenn du Bock hast. Vielen, vielen Dank. Meine Barthaare wären bei Kontakt mit Sonne immer roh. Sehr nervig. Ich glaub, das hatte Croydon letztens auch erzählt, ne? Croydon war das, glaub ich. Manchmal merk ich mir Dinge. Sinnlose Dinge, aber manchmal merk ich sie mir. Gibt Pferde 33, ja. Ja, ist 33 dann auch schon zu früh? Noch für graue Haare? Ist das zu früh? Weiß ich gar nicht. Was ist nur der Durchschnitt, wo man, an welchem Alter man graue Haare bekommt? Er merkt sich Dinge. Und Markus, vielen Dank für den Outro-Haus. Herzlich Willkommen an die Zuschauer von Markus, die da gerade ein bisschen rumdengeln, ne? Falls ihr Bock habt, drüber zu kommen. Die machen ein bisschen Dark Souls SL1. Weiß man auch in Ordnung, den. Wenn ihr Bock habt, kommt gerne rüber. Und, ja, weiß nicht, lacht mit oder sowas. Was sagt man denn in dem Fall? Ich weiß es nicht. Herzlich Willkommen auf jeden Fall. 19. Das ist der Durchschnitt, ja, ja, ja. Versteht jeder. Dann bin ich ja voll im Durchschnitt, Mensch. Alle so alt hier. Tatsächlich, ja. Wir haben ein sehr hohes Durchschnittsalter. Wie gesagt, das hat man, haben wir öfter mal das Thema. Wir haben generell ein sehr hohes Durchschnittsalter. Ja, ich weiß nicht, wie das passiert ist und warum. Weil ich wahrscheinlich doch etwas ruhiger bin und nicht ausraste. Und ich glaube, ich bin bei den Kids irgendwie nicht so beliebt. Die Kids wollen wir nicht so sehen. Die wollen eher, dass ich Sachen durch den Raum schmeiße und rumschrei. Aber das mache ich nicht. Da habe ich auch keine Lust zu. Du müsstest ja aufstehen. Das wäre ja Quatsch. Oh, fuck. Ich habe es geahnt. Ja, komm, mal komm, mal komm. Ah, sieben Estus. Ei, 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 ei. Jetzt kommt Janin. Ah, okay. Und, fuck. Sie lacht mir jetzt gleich aus. Aha, das ist okay. Ich habe mehr Arbeit. Super. Okay. Ja, nein, erstickt mich. Ah, ich habe es geahnt, ey. Okay, nee, dann machen wir eine ganz kleine Pause wie bevor, ne? Da ist Janin, hallo. Und da geht es gleich weiter mit Spauk und Unsteen. Auf SL1. Wird es richtig gut. Gleich. Bis gleich. Viel Spaß beim Shit Happens Video. Ja, ist immer noch falsch. Viel Spaß. Bis gleich. Ich bin der Busch. Ich bin der Busch. Er ist auch der Busch. Er ist mehr Busch als ich. Dann bin ich halt Messer. Ja. Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stam sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Doch. Jetzt dauert es. Wenn ich das sage, bedauerst du das. Also nein, ich bedauere es nicht. Nein. Nein. Ich bedauere es nicht. Ja, wenn die das nochmal sagt, ne? Ich habe schon die Tores erschossen. Ich erschieße die auch noch. Ja. Das war vielleicht nicht die richtige Taste. So, wir gehen runter. Das war fast falsch. Ich wäre fast in den Abgrund gefallen. So, hier. Zack. Oh, oh, oh. Nein. Was ist das? Du. Ich habe ja zu mir, aber ich konnte mir bei dir. Oh, tut mir das Spiel das an. Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stam sind. Also nein. Du glaubst doch nicht, was ich dir gleich antue. Oh nein. Du glaubst nicht, was ich dir gleich antue. Ist so ein bisschen was anders, wenn man das auf hart spielt. Und das würde dann halt zumindest so ein Run irgendwie rechtfertigen. Fuck, Mann. Nein. Aufpassen, wie hier Rudolf Robb. Bedauern Sie es schon, ey. Ich drehe gleich durch. Ich drehe durch, ey. Ah, meine Fresse, ey. Diese Frau. Diese Frau. Das gibt es nicht. Macht nicht wahnsinnig. Wieso habe ich gleich nochmal auf Nightmare angefangen? Negrosch wollte das so, ne? Bedauern Sie es schon. Damit kann ich wieder gut machen, was sich Lilly angetan haben. Und all den Anzeigen... Dann hat es dann echt wenig Zeit, sich neu zu positionieren. Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe ein fucking Déjà-vu. Mal gucken, ob das irgendwie hier... ... ... ... ... ... Ja! Gott, ey. So, ich muss. Viel Spaß euch noch. Nein. Nein. So, und da haben wir jetzt mal zurück. Herzlich willkommen. Bei Dark Souls 1 SL1. Indien ist da. Mauck und Grunsten sind auch noch da. Alles gut. Oder? Weiß ich nicht. So, da sind wir wieder. Mal gucken. Ob wir das jetzt irgendwie gescheit wieder hinkriegen. Habe ich alles angemacht? Ja. Deshalb Sound ist... Okay, passt alles. So, guck mal einfach mal. Wir müssen einfach ein bisschen Glück haben. So zwischendurch. Und hoffen. Weil die Angriffe... ... das ist halt richtig... ... richtig kacke. Na, das ist aber manchmal echt doof, ey. Du greifst den an und dann kommt von der Ecke... ... uns den angeflogen. Vor allem, wenn Smaug den verdeckt hat. Dann kommt der angeflogen und haut den Hit rein. Vor allem, weil wir halt zu wenig aushalten. Immer ein bisschen schwierig. So. Ist halt wichtig, dass wir hier halt nicht getroffen wären, ey. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, er kommt normal angelaufen. Ach Gott, ey. Jetzt habe ich mir ein Hit durch die Lappen gehen lassen. Das war knapp. Okay. Komm, komm, komm. Oh. Gerade mehr Glück als... Okay, da haben wir ein Hit. Wollt gerade... Ich habe es doch... Ich habe es selbst schon gejinxt, ey. So, und jetzt... Er wird jetzt geblockt. Durch Ohrensteam. Das ist ganz schön. Ah, fuck. Okay, jetzt bin ich wieder... Ja, im Sandwich. Au. So. Zwei Hits wahrscheinlich noch. Sieben Estos, beziehungsweise noch sechs gleich. Fuck, und das hat mich mal getroffen, ey. Okay, komm, 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 noch ein Hit schnell. Fuck, nicht zu greedy werden. Nein! Er, es ist ein Fitzel. Es ist ein Fitzel. Es war ein fucking Fitzel. Ich fass es nicht, ey. Dann sind wir doch noch greedy geworden. Es war schön. Es war an sich echt schön. Es war auch trotzdem erfüllt, graziös. Ich bin eine Ballerina. Der Pisa freut sich, ne? Ich merke mir das. Ich merke mir das. Trotzdem ein guter Try. Tot wäre besser gewesen. Das würde Boomer zumindest sagen. Es ist erst ein guter Try, wenn er tot ist. Auch wenn ich das immer verneine. Aber ja. War schön. Wir hatten halt auch ein bisschen Glück. Das ist halt das Problem. Die Trys können halt trotzdem super schnell vorbei sein. Wenn du halt auch ein bisschen Pech hast halt, ne? Ah. Jetzt haben wir halt eigentlich getroffen irgendwo. Der hat aber keinen Schaden gekriegt. Weil wir noch zu sehr wahrscheinlich am Hammer gekliebt haben. Dass das quasi dem Hammer irgendwie zugerechnet ist. Oder ich habe halt wirklich... Bumms weiter neben geschlagen. Ich kriege halt keinen einzigen Hit raus. Siehste, so kann halt auch ein guter... Oder ein schlechter... Ein guter Try. Und danach halt so ein schlechter halt irgendwie. Weil du den dann nicht triffst. Das ist halt echt nicht easy. Wenn wir jetzt... Allerdings wenn wir aufgelabelt wären. Wäre der Kampf tatsächlich nicht mehr so schwer wie damals. Also damals hatte ich halt schon echte Probleme damit. Ich habe glaube ich Smog und Ornstein. Wenn überhaupt. Ein, zweimal irgendwie Solo gemacht. Im ersten Run. Weil das war halt mein erstes Holz irgendwie. Ich wusste nicht, dass es nicht dazu gehört. Irgendwie Leute sich zu beschwören. Und irgendwann habe ich mir bei Smog und Ornstein halt auch einen Typen halt beschwört. Und in nachfolgenden, ähm... Runs dann halt auch mitunter. Das ist halt das Ding. Deswegen so oft habe ich den ja gar nicht erledigt. Oder alleine gemacht. Das hat sich halt alles so ein bisschen geändert mittlerweile. Ah Gott. Okay, er ist wenigstens getroffen. Ja, er schiebt sich halt wieder jetzt vor. Ah, fuck. Die Greedy hätte ich eher weggehen müssen. Ah, ich sollte mich eigentlich heilen, ne? Er hat gerade mal einen Hitze drin. Na, komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, da ist er. Komm, 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 komm. Ah, komm. Oh, Mann. Oh, Mann. Der eine Hit hat mich quasi aus der Balance getrieben und dann das, ey. Oh, wow. Ach, Gott, ey. Zeig mal her. Wer sagt denn, dass der unter der Husten auch so dick ist? Vielleicht ist er grad ziemlich wie nix. Der Katharina-Mann ist ja zum Beispiel auch nicht dick, oder? Okay, Janine, will mir irgendwas zeigen? Nein? Achso. Achso, du hast mal den Schlüppermann. Okay, warte. Ich mach gleich mal kurz die Kamera aus. Warte, lass uns mal töten. Das ist... Ich mach mal kurz die Kamera aus. Janine möchte durch die Kamera laufen. Also... Ähm, beziehungsweise zum Balkon gehen. Wenn, doch nicht zum Balkon. Sonst hätte ich mich nix mehr an. So ein richtiger Lauch unter der Rüstung. Wenn ich zeichnen könnte, würde ich jetzt einen super dünnen Smaug zeichnen. Naja, so... So eine Zeichnung, wo du Smaug in Infrarot darstellst. Wo du die Rüstung trotzdem siehst, aber so die Körpertemperatur und die Körperwärme und das hat die richtige die richtige Körperform dann auf den Smaug innen drin siehst. Das wäre schon ganz lustig. So. Achso, ich hätte gedacht, Entschuldigung. Sie musste halt wirklich durchlaufen. Das ist wichtig. Sie hat sich die Switch geholt. Um Star Trek Valley zu spielen wahrscheinlich. Um kurz mal nach den Blaubeeren zu gucken. Und auf ein Neues. Jetzt hat die Frage, ob es dann wirklich schwieriger wird in der zweiten Phase oder ob es dann easy going ist in der zweiten Phase. Aber dann musst du dich wirklich nur noch auf einen konzentrieren. Und dann könnte man halt auch noch die Waffe buffen. Und ich glaube, in der zweiten Phase halten die ja generell nicht mehr so viel aus. Beziehungsweise annähern so viel. Oh fuck. Wie in dieser Phase hier, was ja eigentlich nicht viel ist. Sama! Wie viele Hits kannst du denn noch machen? Komm, 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 komm. Das war aber ganz schön verzilbert. Kerl. Ah. Okay. Hat nicht so ganz viel Schaden gemacht, weil wir nur die Spitze getroffen haben. Und du mit der Spitze. Das ist der Tipp. Ansonsten würden es halt 100 Schaden, glaube ich, mehr sein. Bis mit, glaube ich, 82 oder sowas. Ah. Ist ein kleines Geduldsspiel halt auch, ne? Fuck. So. Komm, 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 komm. Ah, fuck ey. Dass immer irgendwas durchkommt. Nein. Okay. Glück gehabt. Komm, weg hier. Die Theorie mit der zweiten Phase will ich bewiesen sein. Ich hoffe auch. Ich hoffe, sie beweist sich verwuscht. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Sechs Estus. Ja, geht das? Jo. Okay, so können wir ihn ein bisschen jetzt weghauen. Ah, nein. Oh, fuck 2. Fuck, hier bin ich ne Sackgasse, Drecksvieh. Ich raste aus, ey. Ach, Gott, ey. Dann haufe ich mit dir, aber mach dir keine unnötige Hoffnung. Ei, 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 ei. Das ist sehr toll. Ein sehr tolles Gimmick. Kannst du das bitte an jeder, äh, Tür jetzt kleben? Okay. Na, fuck. Na, komm. Ah, jetzt kriege ich es eigentlich hin. Jetzt bin ich gerade nur mit Zeitdruck. Ja. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Dass der halt da kommt. Du kannst den auf der Treppe halt echt beschissen machen. Weil du den dann nicht so richtig schön backstabben kannst. Jetzt steht er natürlich genau da, wo ich eigentlich runter muss. Daher ist es schwierig, an ihm vorbeizukommen. Ohne ihn zu töten. Ei, 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 ei. Ja, okay. Er ist jetzt unten. Das ist, das ist okay. Die Handtücher sind meine, ja. Ah, die hast du mit ins Zimmer genommen. Aber wohin genau, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Achim, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Bei God of War, nein, nicht bei God of War, sondern bei Dark Souls. Eins. Er ist noch eins. Schönen guten Abend. Twitch ist down, keine Emotes, also hier ein imaginäres Einhorn. Twitch ist down? Ernsthaft? Könnt ihr noch sehen, dass ich da bin? Okay, Twitch ist halt wirklich down. Reload ist gerade durchaus schwierig. Ei, 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 ei. Dann am besten nicht reloaden, ähm, äh, sonst schwierig. Sonst wird's schwierig. Ähm, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut, Achim. Ähm, kann ich klagen. Es ist ein bisschen abgekühlt, ähm, außer Smoking on Steam ist alles okay. Von daher, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und Timo. Du hast dich umbenannt, Timo, ne? Das wollte ich letztens schon fragen. Timo, einen schönen guten Abend dir. Herzlich willkommen zu Dark Souls 1. Ah, fuck, ey. Ah, ich hab circa zehnmal versucht, reinzujoinen. Ach, das ist ja doof, ey. Ah, fuck. Schwierig. Ah, schwierig. Ja, du bist noch da. Ich seh alles noch. Ich seh dich gut. Am besten dann nicht reloaden. Die halt, äh, das Aktuelle noch sehen. Am besten nicht reloaden. Weil es könnte durchaus sein, dass ihr dann nicht wiederkommen könnt. Deswegen. Schwierig. Ähm, Twitch is currently broken. Also egal, äh, was ihr tut. F5 nicht. Das ist wichtig. Ne, Timo, Timo, wann hast du dich umbenannt? Das ist mir, äh, ich weiß gar nicht, wann mir das, oder wo mir das aufgefallen ist. Ich glaub, bei Drakon, ich glaub, das ist mir bei Drakon vor drei, vier Tagen irgendwie aufgefallen. Da standst du halt mit drin. Und da dachte ich mir, Ichishammer, TM, hat er jetzt das Hollowed weggemacht. Ich konnte mir halt schon, schon denken, dass du das bist. Aber ich hab halt den Wechsel gar nicht mitgekriegt. Vor ne Woche. Also, als ich bei Drakon Level 100 gehittet hab. Da hast du dich umbenannt. Okay. Du konntest quasi dein Zeug nicht mitnehmen. Es sei denn, er hat sich für dich umgestellt. Quasi deinen alten Account draufgeballert. Ne, aber schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Och, ne ganze Weile nicht gelesen, tatsächlich. Ei, 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 ei. Okay. Nein, wir machen 264, okay. Aber fast 280. Das war halt so ungefähr, als hab ich's mit dem Kopf gehabt. Das war ein bisschen risky, aber zwei Hits. Da kann man mal so einen Schaden zumindest mal irgendwie mal einstecken. Solang's nicht so oft vorkommt. So, heim uns mal noch. Okay. 370. Weil, wenn's hier die Blutung jetzt mit durchgekommen ist, ne? Kann auch sein. Weiß gar nicht, ob, ob, die hat auch blutungsanfällig, beziehungsweise die Blutung überhaupt da triggert. Ich hab S. Holtz oder DS1 nie mit einer Blutungswaffe durchgespielt. und das war rein zufällig, dass die halt tatsächlich Blutung hat. Ah, fuck. Ist halt echt schwierig, wenn man nicht sieht, was da passiert. Schoss Zero. Ob wir die Kraft haben zu bestehen, das war ja vielleicht Schoss Zero. Vielen herzlichen Dank für den Host. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt mit wahrscheinlich Blutbohren. Ich hab's nämlich zumindest in der Online. Nein! Das macht halt so viel Bummschaden, ne? Ach, Gott, ey. Ha, Schoss Zero. Jetzt haben wir zumindest Zeit. Vielen, vielen Dank. Wie war Blutbohren? Wie weit oder wie bist du vorangekommen bisher? Ich weiß gar nicht, wie weit du mittlerweile bist. Habe ich gar nicht weiter reinschauen können seit dem letzten Mal. Wie weit hast du vorangebracht? Und vielen Dank und schönen guten Abend an die Zuschauer von Frost Zero. Wir machen Dark Souls 1 im SL1 ähm und sind bei Smaug und Unstein. Quasi ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Frostrains! Metalbärchen. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Äh, ich wollte ja schon ewig den Namen verkürzen und jetzt ist es halt gleich mit Twitter. Stimmt, bei Twitter heißt es ja auch so. Ähm, ich würde mir halt gern, ähm, da habe ich mit Janin gestern, glaube ich, drüber geredet. Ich würde mir eventuell auch gern den Kalix-Account schnappen. Dass ich live quasi ablege und nur noch Kalix, äh, als Namen habe. Das Ding ist halt, dass der Kalix-Account vergeben ist und er eventuell mir gehört, ich aber die Daten halt nicht mehr habe und, ja, da halt auch nicht drauf streame. Und sobald er vergeben ist, kannst du den halt nicht mehr schnappen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich würde halt gern nur Kalix reißen und das Live-Account. Aber, ja, ich weiß auch nicht, wenn das wirklich, wenn Kalix wirklich mein Account ist, also dieser Kalix-Account, dann weiß ich nicht, weshalb ich damals angefangen habe, auf Kalix live zu streamen und nicht auf Kalix. Ich weiß es nicht. Das macht eigentlich alles keinen Sinn, aber das würden wir eh nicht sehen. Deswegen schwierig. Schwierig, schwierig. Ich mache melodisch mit. Fuck, ey. Okay, rennen ein wenig. Rennen, mein junges Rehlein. Rennen. Rennen bitte schneller. Und trink. Okay, haben wir nicht, wir haben keinen Hit gemacht, ne? Aber warum auch immer, ich habe es jetzt nicht so ganz mitgeschnitten. Ich glaube, wir hätten eigentlich auch schon treffen müssen. Okay. Wir haben manchmal auch echt Pech, irgendwie, ne? Zielpartner, um endlich den Namen zu wechseln. Nee, ich brauche den Haken eigentlich nur für den Herbst, damit ich meine Jacke aufhängen kann. Das ist der, der einzige Grund. Fehler. Weil, ich weiß halt nie, wo ich meine Jacke aufhängen soll. Und wenn ich dann einen Haken hätte, hätte ich zumindest einen Platz für meine Jacke. Schwierig. Er ist sehr schwierig. Fuck, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Ei, 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 ei. Halt zwei Hits, glaube ich, gemacht. Und sonst nicht getroffen. Ah, Gott. Und Frosty U macht sich, glaube ich, schon ins Bett, wenn ich das nicht sehe. So aus dem Augenwinkel. Falls es so ist, ich sage einfach schon mal gute Nacht. Vielen, vielen Dank für den Haus nochmal. Komm, ruhig ins Bett. Und hab einen schönen Abends, beziehungsweise, ja, eine schöne Schicht in Wohnen. Vielen, vielen Dank. Das ist gerade mal ein bisschen schwierig hier. Oh, fuck. Direkt, äh, auf den Chat mit aufzupassen. Ja, das ist zu, ja, das habe ich geahnt. Das war zu risky. Aber wir haben halt sowieso schon wenig, ähm, schon wenig HP, äh, ja, Estos gehabt, so. Nochmal für die Neuen, äh, falls noch nicht gesehen, mitbekommen. Twitch-Support-Status. Guck mal, guck ich mal kurz rein. Achso, im, im, im Discord, im Mod-Discord habt ihr das auch schon gepostet. Äh, wir investigating reports of site-wide loading issues. Hang tight. Okay. Naja, hoffen wir mal, dass es sich irgendwie wieder einpendelt, das Ganze. Am besten nicht reloaden, das ist halt ganz wichtig. Aber da Kalix ein Buchtitel, äh, und kein Fantasie-Gedöns ist, könnte er tatsächlich jemand anderes den erstellt haben, obwohl das, äh, mit dem Vergessen ist stimmiger. Ja, deswegen ist halt, äh, nicht nur ein Buchtitel-Koron, es ist eine Stadt in Schweden. Das kommt noch dazu. Es ist tatsächlich auch eine Stadt in Schweden, die ich gerne mal besuchen würde. Ich würde gerne als Kalix ein Foto vor dem Ortseingangsschild von Kalix machen in Schweden. Ist tatsächlich so ein, so ein kleiner Traum, ein kleines Reiseziel, was ich mal unternehmen würde. Kalix in Schweden besuchen. Also es ist tatsächlich nicht nur ein Buchtitel. Äh, okay, achso, alles klar, dann muss ich wohl doch gehen, äh, muss ich wohl gehen, wenn Nico das will, dass ich ins Bett gehe. Ach, doch nicht? Achso, und, ah, okay, ich hab, ja, Peter hat geschrieben und Namen Frost Zero. Ich hab aus dem Augenblick gedacht, ich, das sah aus ein bisschen wie Gute Nacht Frost Zero. Deswegen schwierig. Ähm, dann, bleib ruhig da Frost Zero, Kim, Kim, sehr gern. Tut mir leid. Ah. Photoshop regelt. Ja, gut, das ist richtig. Bin ich gewohnt, der Pisse hat mich immer überlesen und jetzt liest du es nicht mehr richtig. Das passiert mal öfter, dass ich Sachen hier richtig lese. Jetzt hab ich mir eventuell von Markus abgeguckt oder so. Dass der völlig anderen, andere Sinne, ähm, in Sätze legt. Nikos V-Log Kalix verläuft sich in Kalix. Hätt ich richtig Bock. Würde ich tatsächlich auch vloggen, ja. Ich hab ja schon, schon lange keinen Vlog irgendwie gemacht. Das ist auch schon, der letzte Vlog ist, glaube ich, auch schon echt ein Jahr her. Obwohl ich das eigentlich immer ganz gern mache. Weil ich auch gern Videos schneide, so. Ist halt immer so die Frage, lohnt sich halt der Aufwand und ist das halt wirklich so interessant, was ich mache? Ähm, weil manchmal sind es halt wirklich nur, ja, wir fahren hier mit dem Besuchen. Ne, so, so ganz krasse Sachen machen wir ja gar nicht. Deswegen, aber ich schneide sowas, schneide sowas eigentlich ganz gern, muss ich mal sagen. Aber ich schneide generell halt, ich treffe halt nicht, ne. Ich schneide generell halt sehr, sehr gerne Videos. Fuck, okay. Das war der richtige Reinvoll. Reinvoll, reinvoll. Mann, Mann, ich kann mal raus und weine. Weine in mich rein. Äh, Twitch hat auch noch mit der Wärme zu kämpfen. Wahrscheinlich, ne. Naja, weiß ich's wahrscheinlich. Ne, wahrscheinlich nicht. Ähm, also ich hoffe's für, ich hoffe's nicht, dass Twitch irgendwie an der Wärme scheitert. Also so, so warm ist es halt nicht, dass, weiß nicht, dass Serverräume abrauchen, damit halt, weiß ich nicht, dass halt irgendwie eine Seite wie Twitch halt abraucht. Glaube ich nicht. Ne, es ist, es twitcht die Bahn oder was? Die irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Sommer kommt, plötzlich irgendwie die Probleme haben, weil er überraschend kam, dieser Sommer und plötzlich Sachen wieder ausfallen. Ausbruchzeichen Wein, äh, erdrucken. Geschichten aus Fail City. Es soll halt arschkalt sein in Kalix. hab ich gehört. Ich hab halt Bekannten irgendwie, oder ich kannte jemanden aus Schweden und der war halt schon in Kalix. Und der meinte halt, es ist sehr trist da, also es ist auch nicht so viel zum Gucken da, aber, und es ist halt arschkalt. Aber könnte man ja trotzdem machen, also, würde ich trotzdem gerne machen. Man muss jetzt ja in diesem Urlaub oder in dieser Reise nicht nur Kalix oder die bereisen, sondern kann sich ja generell mal in Schweden so ein bisschen umgucken. Ne. Ah, fuck, er läuft ja. Ah, es war wieder zu risky. Es war zu risky. Hätte er es nicht tun sollen. War ein bisschen doof. Hand hoch, wer morgen arbeiten muss. Ja, schon. Das Ding ist, hier ist auch kein Feiertag. Von daher, es haben nur vier, fünf Bundesländerfeiertage. Also gar nicht so viele tatsächlich. Ehr die Minderheit. Ja, die Südlichen und NRW, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hab, haben Feiertag. Verdammte Hacke. Okay, aber dann lassen wir uns töten. Ich will halt wirklich schon mit vollem Estus rein. Nochmal upgraden kann ich das nicht, ne. Das ist Leuchtfeuer. Das kann ich erst, wenn ich Pin-Wie getötet hab, ne, auf 15. Es geht nicht vorher, tatsächlich. Sehe ich richtig, ne. Ich hab das nämlich nicht mal so ganz genau im Kopf irgendwie. Oh, Chat geht. G. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. Ja, Twitch ist ein bisschen kaputt an die Leute, die irgendwie nicht schreiben können oder vielleicht keinen Chat haben oder so. Twitch ist ein bisschen kaputt, von daher, seid trotzdem gegrüßt. Schönen guten Abend euch lurkern oder Zwangslurkern in dem Falle, weil ihr nicht schreiben könnt. Schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Im Winter ist es genauso mit der Bahn. Ja, plötzlich Winter. Er hat es dann halt so, da ist man halt nicht drauf gefasst, ne. Im Sommer wird's halt warm, plötzlich. Und im Winter kalt mit Schnee. Da muss halt einer erstmal drauf kommen. Da ist es halt sehr schwierig. Es war, er war schon gar nichts, es ist Trista. Umge, lass das, lass das, ich kann nicht mehr, was? Also, wow, okay, ja, wenn ich das, okay. Also sowas hab ich jetzt nicht gedacht, Kräuter. Warum? Was ist los mit dir? Feierdach plus Brückendach plus Wochenende. Nice. Vier Tage frei. Hat sich Nico wieder einen Twitch-Server probiert? Aber warum gibt's Probleme? Ich hab diesmal nichts angefasst. Wirklich. Wirklich. So, ich mach die Kamera gleich wieder an. Ich hab ausnahmsweise nichts angefasst. Aber ich glaub, die machen wieder ein paar Änderungen. Ich weiß gar nicht, wann die Twitch-Con ist wieder. Ich glaub, die ist doch im September oder sowas. September, Oktober ist die Twitch-Con. Vielleicht gibt's da wieder große Announcements. Und deswegen basteln, die basteln halt wieder relativ vier rum Twitch momentan. Deswegen gibt's da halt viele Ausfälle, beziehungsweise auch echt vermehrt wieder Bugs, auch was Visper angeht und sowas. Immer ein bisschen schwierig. Grad Visper, die halt nicht wirklich funktionieren, die halt nicht richtig ankommen oder so. Das hatte ich halt in der Vergangenheit echt auch vermehrt. Ah, ich wollte gar nicht amüsieren. Ah, fuck. Wir müssen ihn halt irgendwie ein bisschen davon trennen. Ein bisschen weiter trennen. Halt ich mich schon? Ja, komm. Schaut, ob ihr den PS4 oder das Handy, da geht alles. Schon mehrmals neu geladen. Ja, okay. Also PS4 scheint dann zu klappen. Die nutzen ja auch da wie auf dem Handy halt die Twitch-App. Fuck, ey. Vielleicht gehen da die Server halt noch ganz normal. Vielleicht kann man auch am Desktop die Twitch-App gucken oder so. Die funktioniert ja glaube ich auch noch, ne? Die dürfte ja noch nicht abgeschaltet sein. Wird bloß halt nicht mehr supported. Vielleicht klappt da ja auch eher. Obwohl ich halt auch nicht die Twitch-App ich hab die Twitch-App nie wirklich benutzt, davon abgesehen. weil das hat im Grunde alles Discord halt für mich erledigt. Muss ich mal so sagen. Ah, fuck. Ah, okay. War ein bisschen Pech. Okay, jetzt seh ich grad nix. Einfach panisch wegrollen. Sieben Estos. Wenn man mit fünf Estos in die nächste Phase gehen, ist okay. dann wäre ich theoretisch zufrieden. ist risky. Twitch ist in Hinsicht ist in Hinsicht TwitchCon echt Arschig, was so stabiles Server angeht. Weil die halt am Live-Projekt halt rumschrauben halt. deswegen. Deswegen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, gut. Geht halt irgendwann wieder, ist dann nur in der Zeit ein bisschen doof. Musst du halt irgendwie mit leben. Ah, fuck, ey. Okay, jetzt wieder aus dieser Sackgasse irgendwie rauskommen. So, komm, bitte, bitte, bitte. Fünf erst los, jetzt am besten nichts mehr schlucken. Ah. Ah, fuck, warum ist er nicht gerollt? Sehr, sehr ärgerlich. David, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Bye, Smorgan Ornstein. Und Dark Souls SL1. Herzlich willkommen. Okay, wieder ein halber Hit. Okay, es ist mir zu risky gerade. Ich habe kurz überlegt, ob ich rangehe. So, jetzt einen schnellen, okay. Er ist down. Somit die zweite Phase mit Ornstein im Gepäck. Ach, die nächste Phase machst du no it. Okay. Okay. Jetzt wird ein bisschen größer. Man kann auch, ähm, ja, so springen. Mal gucken. Ich habe uns den, glaube ich, in der Sache, oder in der zweiten Phase noch nie wirklich richtig getriet, geschweige denn, ich glaube, auch noch nie getötet. In der Phase. Deswegen, mal sehen. Okay. Und oh, oh, oh. Wie gehts euch so? Scheiße ey. Fuck. Das one-headed. Okay. Es war abzusehen, dass mich der Sprung halt one-headed. Es war wirklich abzusehen. Ähm. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich den Sprung jetzt macht. Zu dem Tag. Äh, zu dem Zeitpunkt. Das war doch schon mein Anfang. Ja. Ja. Jetzt hab ich schön mein cool-hardiges Harz irgendwie verballert. Eins zumindest. Bleibt noch eins. Mal gucken. Findest du den Boss schwer, Kalex? Äh, tatsächlich ja. Kapper. Also ja, find ich. Er ist die erste Herausforderung im SL1. Gerade. Der erste Boss, wo wir tatsächlich irgendwie so, so wirklich im zweistelligen Bereich halt tryen müssen. Ohne dass er umfällt. Okay, kriegt er an manchen Stellen irgendwie mehr Schaden? Das war jetzt schon wieder. Ah, fuck. Das war jetzt schon wieder. 370. Statt die üblichen 264. Wo? 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 Aber wo? 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 Also an welcher Stelle? Ich hab grad das Bein eigentlich getroffen. Wo das so viel... Ah, fuck. Okay. Okay. Das war... Das war... Das war das Bein halt. Davor. Ich weiß nicht, was da anders war plötzlich. Weiß ich nicht. Ah, die Kamera ist auch schon mal echt gut. Ja. Ja. Er ist grad bei den Großen ist die Kamera generell in Souls halt, ne? Immer ein bisschen schwierig. Da ist die Kamera auch großer Endboss. In Souls halt generell halt. Aber da... Ja, da hast du dich eigentlich... Wenn du ein bisschen Souls gespielt hast, hast du dich dran gewöhnt. Dann ist das jetzt auch nicht mehr ultra schlimm. Ähm. Zweite Phase wird leichter, Nico. Der war wohl schlimm. Der war. Ja. Ich kann mich an meine Bote erinnern. Wird nicht so leicht. Die Frage ist halt, wie viel... Wie viel Schaden machen wir wirklich mit dem Feuer dann? Mit dem Feuer-Buff. Das hätte ich gern noch, äh, gesehen. Beziehungsweise ich hätte gern nen Hit durchbekommen. Um zu sehen, wie viel Schaden wir wirklich machen. Vielleicht sollte ich einfach wirklich bei... Bei der zweiten Phase... Ah, verdammt. Nicht die Sprungattacke machen. Auch wenn die mehr Schaden macht, aber... Sie geht halt gern... Gut und gern mal vorbei. Und kostet natürlich immens Zeit irgendwie, um die durchzukriegen. Im Vergleich zu einem normalen Schlag. Äh, einhändig. Vielleicht können wir auch zweihändig machen. Weiß ich nicht. Aber es war zumindest schon mal anfangen, in die zweite Phase zu kommen. So, war grad einkaufen. Schon P2 geschafft. Ja, lazy. Natürlich hab ich P2 geschafft. Ich hab den einfach jetzt nochmal respawnen lassen. Und ihr meint's wahrscheinlich. Die haben's schon einmal in den P2 geschafft. Gerade, ja. Die sind... Naja, nicht instant, aber schon schnell gestunken. Sagen wir mal so. Schnell. Schnell, ja. Das escalated quickly. Rein, äh, aus Interesse würde es gehen, den anders zu legen. Ja. Es ist so, wie wir jetzt machen, quasi das Schwierigere von beiden. Aber die Leute haben sich das gewünscht irgendwie, dass ich halt die schwierige Variante von beiden mache. Deswegen, probieren wir das halt einfach mal. Verdammt. Also es ist halt... Und die... Beziehungsweise der Dicke... Smaug ist das. Der im P2... Wäre schon besser. Beziehungsweise leichter in dem Fall. Ah, er ist zu nah und zu offen hier. Als dass ich da echt noch ne Attacke machen möchte. Ah, bam bam bam. Ah, fuck. Er hat mich halt echt noch getroffen. Ich dachte... Kann dem noch entweichen. Hab ich zu früh gedodged? Nee, es ist mein Tod, ja. Manchmal doch noch zu... Wesentlich zu risky irgendwie unterwegs. Okay, vielleicht fehlt da ein In. Was passiert eigentlich, wenn beide gleichzeitig sterben? Das passiert nicht. Also es... Passiert glaube ich nicht. Weiß nicht, ob man das machen kann. Mit irgendeinem Zauber oder sowas. Dann... Wird wahrscheinlich der, der von der Animation zuerst stirbt. Ich denke nicht, dass du... Ja, weiß ich nicht. Wenn die wirklich auf die Sekunden, auf die Millisekunde gleich sterben, dann wird sich halt das Spiel wahrscheinlich irgendeinen raussuchen. Weiß nicht, ob das dann random ist, oder ob dann fest einer ausgewählt wird. Habe ich tatsächlich... Fuck. Da ist es doof. Noch nie geschafft, beziehungsweise geschweige denn ausprobiert. Weiß ich gar nicht. Ob das halt irgendwie... geht. Vielleicht mit einem Feuersturm oder so. Ich glaube Feuersturm gibt es in DS1 auch noch. Oder auch schon. So, 370. Das ist halt ganz komisch, ne? Ich weiß nicht, wo ich da... mehr Schaden mache. Weil das wären... es sind halt 100 mehr Schaden, ne? Das ist halt schon super angenehm. Ah... Ah... Einfach ein küsstes Schauspiel durchballern. Ah ok, ja. Ja, mit irgendwelchen Zaubern, ja. Das ist halt... AOE-Zauber. Oder halt einfach so... Fuck, ey. Ah, das war Glück, dass wir das überlebt haben. Ich brauche mal eine neue Säule hier. Und dann hoffen wir mal. Ah, komm. Mach was, Junge. Was ist denn los mit dir? Was will ich so... Ja, jetzt, jetzt wo ich getroffen werde. Ist das eigentlich denn ernst? Ah, fuck ey. Ach Gott. Jetzt haben wir aber bei 5 und der ist gerade mal... bei einem Drittel. Ja. Das war wieder ein bisschen... semi-gut. Ja. Auch semi-gut. Echt? Wow. Ich nutze deine Bruder jetzt schon, ey. oder was ist... was ist da passiert? Semi-gut. Patent bei Schnien. Darf ich nicht mehr nutzen ab jetzt. Semi-semi-gut. Ah, da, 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 da. Ach Gott, ey. Ich kriege von jeder Ecke Damage. Ja. Okay, das war nur eine Frage der Zeit. Beide Empowered wären lustig. Ich glaub das geht nicht. Also das wird wahrscheinlich nicht gehen. Einer stirbt auf jeden Fall zuerst. Äh, hab jetzt die ersten Bosse... äh, acht Bosse in NG Plus gelegt. Nice, Bruder. Nico, mach mal. Nico, mach das. Naja, geht so. Äh... Theoretisch könnte ich mich ja zwischendrin im Bosskampf auch mit... mit Menschlichkeit heilen. Das wäre theoretisch nicht so das Problem. Äh, die... rauchen glaub ich zum Heilen ein bisschen länger. Also die Animation ist da glaub ich ein bisschen länger. Aber ich möchte tatsächlich dafür nicht eine Menschlichkeit... oder Menschlichkeit generell halt opfern. Das ist halt das Ding. Vor allem weil es in Phase 2 dann doch... mal schnell irgendwie vorbei sein kann durch den Sprung. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Kann ja sein, dass Twitch grad Probleme hat? Guten Morgen, Lazy. Ähm... Ja, äh, Twitch hat leichte Loading... leichtes übertrieben... äh, untertrieben. Ein paar heftige Loading-Issues. Mal gucken... Also am besten die, die neu reinkamen... oder neu da sind... oder nicht aufgepasst haben. Am besten nicht reloaden. Sonst besteht die Gefahr... dass er nicht mehr draufkommt. Ah, fuck. Ja, hab ich geahnt. Nicht getroffen... und dann noch den Hit kassiert. Ah, Gott. Dreckhund. Aus dem Leben gedrückt. Also nicht ganz. Aber... Ah, aber jetzt. Ah, ha, 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 ha. Also... Ah, da müssen wir zurücklaufen. Das wäre ja Schwachsinn, ey. Wir könnten uns halt in New Londo halt schon die groß... oder die Riesen-Clute halt holen... und upgraden. Hätten wir... ne plus zwölf Waffe. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ach, komm, ey. Ähm, das ist halt das Ding. Also wir müssten halt wirklich viel, viel zurücklaufen... und dann in New Londo ein bisschen was machen. Dann könnten wir uns da die Riesen-Clute holen... und upgraden. Das Ding ist... wir müssen halt da sehr lang zurücklaufen... und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Deswegen müssen wir den so klatschen. Bitte. Sehr schön. Drei Erfolge fehlen noch. Wer dachte, dass es eine gute Idee ist, alle Bosswaffen zu craften? Ich war gerade einkaufen für knapp eine Stunde. So schnell lebig bin ich auch nicht. Aber... du musst dich im Internet anpassen, Lazy. Was ist los? Weil... was du da... Warte, was muss ich gleich lesen. Ich weiß halt gar nicht, was... was so richtig farmintensiv ist... ähm, bei Dark Souls 1. Was die Platinen halt angeht. Das konnte ich jetzt... aus den Erfolgen bisher noch nicht so richtig rauslesen. Aber ich habe die auch noch nicht so... im Detail halt angeguckt. Aber die wollen wir halt auch noch machen. Ich glaube hier und da halt Eide. Die wären wieder ein bisschen Farmerei. Gehe ich mal von aus. Weil wir die Eide teilweise brauchen. Ah, fuck. Glück habt's! Wieder Glück habt's! Meine Herren! Von daher mal gucken, was da so wirklich zeitintensiv ist. Bei Demons Roads... Ich glaube, in jedem Throads gibt's halt so eine... so eine Farmkomponente für die Platinen. Und selbst in Demons Roads hattest du das. Und da gab's halt noch keine Eide. Die Eide sind halt eigentlich... das farmintensiviert in Throads halt immer gewesen. Bloodborne hingegen ging halt eigentlich. Vom Farming-Aufwand. Da hattest du halt diese Chalice... Fuck, ey! Warum?! Waaah! Waaah! Da hast du halt diese... Chalice-Dungeons. Farm ist eh... Farm bei DS1 ist easy. Schön. Da freu ich mich drauf. Eid, immerhin halt. Immerhin. Ich glaube die Waffen sind das Schlimmste. Das Blöde ist ja, dass man nach einem dritten Run... Ähm... Ein dritten Run nur für eine einzige Waffe macht. Echt?! Das ist halt bitter, ja. Das ist halt nervig. Aber aus irgendeinem Grund muss Sif ja drei Sachen haben, im Gegensatz zu allen anderen. Warum muss man ein Spiel dreimal so mal spielen, dass man eine Waffe bekommt? Nee, das Ding ist, Metalbärchen, du musst halt nicht ein Spiel dreimal durchspielen, sondern wenn du halt von Sif, von dem Boss, bekommst du halt eine Seele. Und mit der Seele kannst du halt drei verschiedene Sachen halt craften. Wenn du halt die Waffe willst, dann spielst du es einmal durch, holst du die Seele von Sif, machst du die Waffe, fertig. Wenn nicht der Rest nicht interessiert von Sif, brauchst du nicht dreimal durchspielen. Wenn du aber alle drei Sachen von Sif haben möchtest, dann musst du es halt dreimal durchspielen. Das ist halt das Ding. Und das brauchst du halt, für Platin brauchst du dann halt in dem Falle alle Boss-Sachen. Deswegen musst du halt dir alle craften, deswegen musst du halt auch einen dritten Run machen. Dass es aber dann echt nur für eine Waffe ist, ist halt ein bisschen schade, beziehungsweise ein bisschen ungünstig. Du musst halt eigentlich alle Souls halt dreimal durchspielen, aber in allen Souls hast du halt im dritten Run so drei, vier, fünf Sachen, die du halt erst im dritten Run halt kriegst. War halt im Prinzip... Ah, fuck. Okay, das war zu greedy. Ich wollte halt noch einen Hit machen. Ich habe einmal reloaded und konnte nur noch zugucken. Achim, wie ein Bier, herzlich willkommen zurück. Nicht reloaden. Wichtig. Es sei denn, ihr wollt die Ladeschnecke haben. Die Ladeschnecke könnt ihr euch eigentlich auch per YouTube angucken. Und daher braucht ihr auch einen Reload. Das ist voll okay. Das ist keine Schnecke. Wie nennst du die denn doch? Nennt man so? Ladeschnecke. Kennst du das nicht? Wer nennt das... Wer nennt das... Janine sagt gerade... Ladeschnecke. Was soll das denn sein? Das ist doch keine Schnecke. Wer nennt das außer mir noch Ladeschnecke? Wer kennt den Begriff? Okay, ich wusste nicht, was eine blinde Flieger ist. Das stimmt. Das stimmt. So. Kann man jetzt irgendwie mal Schaden machen oder so? Das wär schon ganz geil. Ich hasse Ladeschnecken. Sister G kennt das schon mal. Okay, sie ist ein Österreicherin. Wird schwierig. Wird auch kein Garant dafür, dass man das kennt. Ladekringe. Ladeschnecke ist mir auch neuer. Timo. Ich dachte, wir Ossis halten zusammen. Begriff für was? Na, wenn's Lied. Hast du ja bei YouTube oder Twitch. Hast du ja... Ne? Diesen Kringel da. Wir haben das immer Ladeschnecke genannt. Ich hab da gar keinen Namen für. Das dreht sich einfach nur. Ich nenn das auch so. Okay. Nennst du das so wie ich, Peter? Wenn du kommst aus dem Osten, ne? Du hältst vielleicht auch zu mir. Das ist vielleicht gut. Wenn's der Lauch erlaubt, schmasse ich mal ein One-Shot-Video von mir. Von mich rein. Hau rein. Du kannst halt eh reinhauen. Muss halt nicht mal permitted werden. Von daher hau ruhig rein. Ladeschnecke höre ich gerade zum ersten Mal. Ich wies gar nicht, wie es dazu kam. Achso. Ne. Ja, stimmt. Wir haben gesagt... Ich hab gesagt, ne? Komm, wir müssen aufstehen. Es ist schon ein Viertel. Hast du nicht gesehen? Hab ich halt bewusst... Genau, die Reise muss weitergehen. Geht nicht auf. Es wird noch viel geschehen. Steve. Vielen Dank. Cute. Der nicht mehr cute heißt. Steve. Schönen Dank. Vielen Dank für deinen Hüß-Sub. Im fucking neunten Monat. Aber es stimmt, wir haben ein Baby. Das ist ja ekelhaft. Steve. Möchtest du unserem Baby einen Namen geben? Weiß ich nicht. Das ist ja... Also Steve schreibt's halt sogar, ne? Stell dir vor, du hast ein imaginäres Twitch-Baby. Mit mir. Ich hatte an deiner Stelle auch Angst. Ja. Sind wir beide... Ja. Wie fühlen's beide? Eher so dreckig, ne? Schon. Wir nennen es vielleicht Ingo oder so. Weiß ich nicht. Vielen Dank auf jeden Fall. Steve. Für den Re-Sub im neunten Monat, ey. Vielen, vielen Dank. Ich glaub, du bist tatsächlich einer der Ersten, der den neunten Monat reinballert. Muss man mal so sagen. Vielen, vielen Dank dafür. Für den Re-Sub. Vielen, vielen Dank. Für die Unterstützung. Früher hieß es Ladebalken. Da war alles einfacher. Lade Latte. Wollt ihr das dir keiner nennen? Wow. Ne, wir waren halt heute Morgen im Bett irgendwie. Oh Wunder. Wir schlafen. Schon strange, ja. Ähm. Und ich sagte halt, ey, es ist schon Viertel zwölf oder so. Wir müssen aufstehen. Ich hab halt bewusst Viertel zwölf gesagt, weil das kennen die, ne? Das kennen die aus dem Westen nicht. So Viertel und Dreiviertel. Ähm. Deswegen, äh. Hat Janin versucht, instant eine Mauer aufzuziehen. Hat dann Kissen genommen. Hat uns quasi innerhalb des Bettes getrennt. Wenn ich fertig mit Streamen bin, ist da vielleicht auch eine neue Mauer hochgezogen. Wird schwierig. Ach so, ist da nachgemachtes Persipan. Das, das, das kennen halt. Und danach kannst du ein bisschen Muckgefuck trinken. Ich weiß gar nicht, ob das noch, ob das Leute kennen. Ähm. Kennt ihr Persipan? Das ist so, das ist, das ist quasi der, der Marzipan-Ersatz, ähm, der billig ist. Und es gibt, es gibt vom Persipan, was die Nachmache von Marzipan ist. Also der Ersatzstoff. Gibt's einen Ersatzstoff von Ersatzstoff. Also einen Ersatzstoff von Persipan. Was super strange ist. Was super strange ist. Kann man mal schon sagen. Hast ja auch verdient. Kappa. Bitter der Kippo. Wow. Vielen, vielen Dank, Steve. Vielen Dank. Und ich melde mich bei dir, wenn's soweit ist, ne. Dann war ich's bescheuert. Also wenn ich, wenn's, wenn's schlüpft, ne. Fuck. Okay. Wegen, wegen, wegen Unterhalt und Alimenten und so, ne. Das, Ingo möchte, braucht auch einen Balkon zum Leben. Das ist wichtig. Mein Balkon kriegt er nicht. So viel sei gesagt. Von Ladelatte, äh, zu... Wir waren heute Morgen im Bett. Ohne Kommentar. Fuck. Jetzt komm ich nicht mal über die, die Latte hier rüber. Jetzt schon. Verdammt. Okay. Das war suboptimal. Müssen wir jetzt doch noch töten. Jetzt kommen wir da wieder nicht ran. Hast du das Video schon gepostet, Bumbler? Ich hab's, glaub ich, dann... Oder? Oder ich hab was, äh, hab's aber, äh, oder so. Ach doch, da oben. Okay. Wollte schon sagen. Ich dachte, du hast jetzt noch gewartet und hast es nicht gehört. Dass du es reinhauen kannst. Na, nochmal. Danke. Schick's mir mal, ähm... Ne, ich hab dich auf YouTube abonniert, von daher. Da wiesig, wo ich gucken kann. Wo ist das denn? Da. Okay. Grad kurz verlaufen. Wenn beide auf einmal spawnen, könnten, äh, könnten, dann wär's möglich. Für jeden Gargoyer, ach so, wegen Gargoyer-Gedöns. Bruchrechnen kann manche Westen noch nicht. Aber Verständnis und bringt den Ostdeutsch bei. Naja. Janin, äh, weigert sich vehement dagegen. Viertel und Dreiviertel anzuerkennen. Auch wenn dies eine valide Zeitangabe ist. Wie, glaub ich, Julia gestern meinte. So, streit dich nicht ab, äh, lernen Ostdeutsch. Mach die Glotze auf, du Arsch-Krampe. Wer kennt das? Das ist halt auch Hunsall. Das ist so Anfänge des Internets. Da gab's das Video. Ähm, es gibt ja irgendwie Lernlesen und Schreiben und sowas, ne? Diese Werbung. Das wurde halt mit Ostdeutsch, äh, gemacht. Äh, sehr, sehr cool. Kann man, kann man sich angucken. Ich bin mir halt nicht sicher, von welcher Firma das war. Ähm, das Original halt. Ich glaube, da, danach könnte man bei YouTube dann mal suchen, wenn man die Firma hätte. So wird's, glaub ich, ein bisschen schwieriger. Fuck. Ist auch valide. Bin ja ursprünglich Leipzig. Ist so. Bei dir hört man's aber tatsächlich gar nicht, ne? Also, bei dir hört man, hört man, hört man wirklich gar nicht. War überrascht, dass du wirklich aus Leipzig kamst. Oder da hat man jetzt geboren, bis halt. Das hätte ich halt zumindest nicht gedacht, weil man meines Erachtens irgendwie den Dialekt bei dir ja nicht mehr raushört. Äh, ich kann nur noch sechs beschrieben. Hab da 15 Jahre jung. Ja, du hast ihn deutlich besser weggekriegt als ich. Ach Gott, ey. Wo, wo bin ich da reingeraten? Äh, da, 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 da. Okay, ich lese gleich wieder den Chat. Das ist halt echt krall. Nicht so richtig machbar. Na, komm, komm, komm. Ja, nein, wieder nicht. Wow. Also, es hat immer so ein Fitzelchen, was dann fehlt, äh, damit es ein Hit wird. Hat... Bisschen strange. Scheiße. Okay, kann ich zum Heim nutzen? Na, nee, okay. Naja, nicht übertreiben. Sieben Estos haben wir noch. Natürlich kommt der Hit von, von hinten. Und Nustir. Einen schönen guten Abend jetzt bekommen. Bei Darksuit 1, Essl 1. Smoken Onsteam. Seht gleich wieder den Chat. Ich schreib grad viel. Ich muss... Den Kampf kann ich immer nicht. Das ist immer ein bisschen schade. So, dann haben wir noch 6. Ja, geht das? Oh, nicht mal einen Hit gekriegt. Okay, also ich hab einen Hit gekriegt, aber die beiden nicht. Bin ich, lebe ich noch? Ich lebe noch. Okay. 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 Okay, ich weiß nicht. Okay, das passt. Okay, komm, komm. 4 Estos. Fuck, ey. Ich dachte, ich wäre out of range. Krass aus. Dieser Kampf wird nach wie vor, als Minus of Essl 1, schon ein bisschen herausfordernd. Vor allem, wenn man nicht ausweicht. Ah, jei, jei, jei. Nehme ich jetzt eine Menschlichkeit? Ja oder nein? Macht es Sinn? Ich weiß es nicht. Oder macht es vielleicht erst Sinn, wenn es wirklich sehr, sehr knapp ist, in Phase 2 eine Menschlichkeit rauszuhauen? Im Fall der Notfälle. Ah, natürlich. Ich wollte die noch ein bisschen. Ah, Gott. Ah, ich hasse das viel, ne? Ah, Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Ah, du Dreckvier. Naja, Leipzig ist nicht so stark vom Akzent her. Und Künder können fies sein, wenn man nicht Hochdeutsch spricht, wenn man hier wohnt. Ja, okay, das stimmt, ja. Und Leipzig? Naja, es geht. Es kommt immer drauf an. Also die Jugend spricht nicht mehr ganz so krass. Das stimmt. Die Älteren, ähm, wie halt in vielen dialektreichen Bundesländern irgendwie, die Älteren sprechen halt nochmal einen härteren, einen fieseren Dialekt. Oh, scheiße. Und das kommt aber auch mal drauf an, wie halt die Familie dann halt ist, ne? Ob du dann halt mehr oder weniger Dialekt hast. Würde ich behaupten. Weil ich hab teilweise schon einen ganz schönen Dialekt gehabt. Ich hatte einen richtig, richtig harten Dialekt. Mittlerweile geht's halt irgendwie. Manchmal kommt's halt doch noch irgendwie durch. Aber sonst geht halt manchmal. Ah, okay. Jetzt wollte ich eigentlich einen Chat lesen, ey. Warte mal, ich geh mal, ich geh mal hoch. Kann ich kurz mal nachlesen. Sollte eigentlich hinhauen. Kommt ihr mich dann besuchen? Und macht einem Ort, Eingang, äh, Ortsschild ein tolles Fanfoto, wie ich jetzt Kind. Wie gesagt, ich wollte tatsächlich mal nach Schweden und ein Foto machen vor Kalix. Vor dem Ortseingangsschild von Kalix. Hätte ich voll Bock drauf. Das würde, glaub ich, auch Janin gefallen, weil da ist es kalt. Arschkalt. Arschkalt. Riessebrutal wie Chemnitz oder Erzgebirge. Ja, da kann man sich's nicht anhören. Äh, Peter, komm da aus. Kam Peter aus dem Erzgebirge? Ich kann mir das bei dir nicht merken, Peter. Ich glaub, aus dem Erzgebirge, ne? Ich sag immer Dresden, es ist aber Erzgebirge. Sag jetzt bitte nicht, dass es umgekehrt ist. Schönste Frauen, wenn Bremen mit dem zweiten Platz leben kann. Leipzig dominiert für mich den ersten Platz. Ist deine, ist deine, ist deine, ist deine, ist deine Frau, Freundin, beziehungsweise Frau aus Leipzig zufällig? Ach, hast du erzählt, ja? Okay. Wenn mich gestern ein Hörspiel gehört, für die, die es nicht wussten oder wissen. Ähm, das ging halt um Bremen oder die waren halt in Bremen. Die meinten halt so, in Bremen gibt's die schönsten Frauen. Ähm, Gruselkabinett war das. Ich weiß gar nicht, wie es genau hieß. Ähm, ist auch so, ja. Also ich, wäre jetzt schön blöd, das nicht zu sagen. Erstens wäre ich dann tot. Und zweitens würde ich lügen. Äh, next, thanks to the boss. Boom, da. Nico, mach das, mach, dass es kalt wird. Janine hat zumindest versucht, eine Klimaanlage zu machen. Ich merke jetzt nur, ich merke noch nicht so viel. Der hat, ähm, Eiswürfel gemacht, das in den Teller gelegt vorher. Oder vor den Ventilator. Und, und, und hat damit eine Klimaanlage gebaut. Habe ich noch nie gemacht? Habe ich noch nie von gehört oder gesehen? Weiß ich nicht. Liegt, doxt, now's dark in Janine. Dann warst du doch nie in Bremen, Donrider. Was habe ich nicht gelesen? Achso, wegen schönen Frauen, bloß. By the way, heute gesehen, äh, dass hier beim Herrn Sohnemann im Haus wohnt. Was? Ein Herr Sonnemann im Haus wohnt. Ich bin neidisch auf den Namen. Das ist ein wahrscheinlich das Sunbro. Achso. Kalex, hab ich dir, was? Ich hab dir noch gar nicht mein neues Tattoo gezeigt. Nee, du hast es nur erzählt letztens. Beim letzten Reasonab hast du erzählt, dass du ein neues Tattoo hast. Ähm, wenn ich mich nicht täusche. Also muss ich, was? Muss dich Kalex immer in der Leine führen? Nee, eher umgekehrt. Ähm. Achso. Ja. Hundelein. Hundelein schlicht. Das stimmt. Welche Freundin? Meine? Ja, deine, Lone Raider. Nee, dass ich den Termin... Achso, okay, dass du den Termin hast. Okay, dann warst du, ja. Ja, mein Gedächtnis, ne? Uuhh. So. Ähm, achso. Wer hat das gefragt? Nustier hat's gefragt. Nustier. Ähm, mir wurde gerade zugetragen. Ich hab's gerade leider überlesen, glaub ich. Ähm, wie mir das Remaster gefällt. Ähm, sehr gut, muss ich sagen. Ich mag halt Dark Souls 1 generell. Ist halt mein Lieblings-Rot. Ähm, von daher bin ich da auch nicht wirklich, äh, parteiisch. Man muss halt dazu sagen. Man muss schon ein großer Fan sein, um das auf einer anderen Plattform zu kaufen, als auf dem PC. Auf dem PC bezahlst du ja nur 20 Euro. Wenn du halt Dark Souls Prepare to Die hast, ne? Was ja die meisten irgendwie haben. Und auf dem anderen Plattform bezahlst du halt 40 Euro. Und es sieht jetzt nicht unbedingt viel hübscher aus. Ist alles ein bisschen, äh, detaillierter, was halt die Texturen angeht. Alles ein bisschen schärfer. 1080p, ähm, auf den Konsolen. 1080p ohne DS-Fix auf dem PC. Und was das Wichtige ist, halt mit 60 FPS, ähm, Schandstart. Komplett ruckelfrei, was sehr, sehr schön ist. Es soll wohl bei Civ, ähm, tatsächlich ein bisschen ruckeln. Das habe ich noch nicht getestet. Habe ich nur gehört jetzt, ähm, von jemandem aus dem Stream. Und daher kann ich das noch nicht belegen, ob das halt bei allen so ist. Oder ob das vielleicht ein Zufall ist, oder so. Ähm, ansonsten, es macht halt sehr viel Spaß. 60 FPS machen schon viel Spaß. Deswegen spiele ich halt auch gerne nochmal neu durch. Und es fühlt sich halt doch alles schon wesentlich, wesentlich schöner an. Ach Gott. Man kriegt schön in 60 FPS aufs Maul. Das ist halt schon sehr schön. Wer wünscht sich sowas nicht? Scheiße. Nee, es macht halt schon Spaß halt irgendwie. Ob man sich das dann kauft, ob es sich lohnt, ähm, 40 Euro oder nur 20. 20 schon eher für den PC, kann man sich's holen? Ähm, würde ich ja sagen, auf jeden Fall. Egal wie groß du Fan bist, wenn du es halt nochmal spielen willst. Erspare dir halt, ähm, den verkappten, äh, PC-Port. Und hau halt mal 20 Euro raus und hole dir das schöne Ding hier. Auch wenn es hier und da trotzdem noch Bugs hat. Ähm, dafür, dafür läuft's halt irgendwie flüssig. Was? Check den Link. Ja, ja, Nini, klatsch dir mal hinten rein irgendwie. Ich raff gar nix. Nice, ey. Das ist dein, das ist Bein, ne? Das ist Knie. Das ist überm Knie quasi. Echt schön gemacht halt auch. Hast du das aus dem Internet irgendwie oder, also das Motiv, äh, Steve, oder, oder wie sieht das aus? Also hat das irgendeiner für dich gezeichnet oder so? Oder hast du das irgendwo her? Weil es sieht echt gut gemacht, also auch gut gezeichnet halt aus. Ähm, ja und wie gesagt, was ich noch, was ich zu Ende bringen wollte. Ähm, 20 Euro würde ich auf jeden Fall investieren, wenn du die PC-Version hast und halt den Rabatt kriegst. Ähm, für andere Konsolen muss es vielleicht nicht unbedingt sein. Es sei denn, du magst halt Souls genauso gern wie ich. Dann kann man das auch schon mal auf der PS4 irgendwie nochmal holen. Äh, oder wie Janine irgendwie, wesentlich 40 Euro immer für die Switch-Version ausgeben. Beziehungsweise, ich glaube es sind wirklich 40, ne? Es war mal irgendwie im Gespräch, dass es mal 60 Euro kosten sollte. Aber ich glaube, das ist halt, war nur ein Gerücht irgendwie. Die haben das dann wieder rückgängig gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Äh, hab ich da komplett frei und, äh, so halb halb. Sie hat natürlich Vorlage bekommen, hat das aber bearbeitet. Das ist ganz geil. Das ist halt echt ganz geil. Wo, wo warst du da, Steve? Ach Gott. Ich hätte mich doch nochmal heim sollen. Ach Gott. Wo warst du das, Steve? Äh, wo hast du das machen lassen? Ich hab Prepare to Die, äh, von DS nicht und 40 Euro sind immer zu viel. Naja. Du hast halt Souls auch nachgeholt, Steve, ne? Du hast halt, glaub ich, nur einmal diese Blind Runs gemacht. Demons Souls fehlt dir, glaub ich, noch. Sonst hast du, glaub ich, alle Souls gemacht, oder? Oder fehlt dir Darks 1? Ich glaube, Darks 1 fehlt dir auch noch, ne? DS2 hast du auf jeden Fall. Bloodborne hast du auf jeden Fall. Und DS3 auch. Steve ist übrigens einer, der das mit Duster Tour spielt. Maus und Duster Tour. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Lässt ich nicht. Also krieg ich, da will ich, da will ich ne Macke kriegen. Tatsächlich. Aber er macht's halt echt ganz gut. Also dafür, dass er irgendwie komplett neu in dem ganzen Genre ist, ist er echt damals gut durchgekommen. Er ist ne Polin, ähm, die nur für Guestspot in Essen war. Ach so. Also müsste man jetzt nach Polen reisen. Okay, schade. Schade, schade, ey. Also in Achim kann man echt, fuck, jetzt ist es weg. In Achim kann man echt gut wohnen. Ich bin auch immer überlegen, dass wir außerhalb von Bremen ziehen. Weißt du halt nicht, hast du mir schon mal Bilder von Achim gezeigt? Weiß gar nicht, ob das, ob das schön war. Wir haben gestern aus irgendeinem Grund irgendwie mal nach Frankfurt oder, ähm, gegoogelt. Oder okay, war heute. Ähm, ist auch ne schöne Stadt, tatsächlich. Das ist mir jetzt mal so aufgefallen. Dafür hat Remaster andere dämliche Features, äh, die man zum Glück nicht überall bemerkt. Im hohen Baum runter zum Aschesee, ähm, zieht man zum Beispiel, dass jeder Mob und jede Leiche endlose Schatten wirft. Da kittst ganz oben was und den Schatten siehst noch ganz unten. Ist das so, Ekel? Und schönen guten Abend. Hättest du dir bekommen. Lang nicht gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ach, lang nicht mehr gesehen. Du bist auch letztens bei Markus wieder aufgetaucht. Hättest du dir bekommen, ey. Schönen guten Abend. Ähm, das ist natürlich doof, ja. Ja, also manche Bugs oder manche neue Bugs sind halt mich dabei. Neues Bonfire, meinen sie, äh, Janin, ja. Janin jetzt noch. Äh, nein. Äh, Janin halt noch. Ähm, beim, beim Knochen, äh, Typen. Beim Knochenschmied. Kann man jetzt drüber streiten, ob man's braucht oder nicht. Ist halt praktisch, wenn du halt hin und her reißt. Ich weiß halt gar nicht, was der Knochenschmied halt anbietet so richtig, muss ich sagen. Ob das, weil ich bin da nicht so oft gewesen. Ich hab da, glaub ich, einmal freigeschaltet. Und ich bin mir grad nicht sicher, was der, was der halt drauf macht. Also jeder, jeder Schmied kann ja irgendwie verschiedene Sachen irgendwie infusen. So war das, glaub ich. Ähm, wenn ich mich nicht täusche. Von daher schwierig. Die ist öfters in Deutschland. Sieht halt echt schon ganz geil aus. Ich würd halt so derart, also wenn man das jetzt irgendwie vergleichen kann, auch irgendwie wie das Holzsachen machen. Das wär halt schon ganz geil. Ne, Bilder von mir hat's noch nicht. Ist auch ziemlich hässlich. Hab DS1 damals auch mit Tastatur und Maus gezockt, kontrolliert, äh, DS2, was hab ich gesagt? DS1, DS2 damals auch mit Maus und Tastatur und Controller kam später mit Borderlands 2, glaube ich. Okay, du hast, du hast also Dark Souls 2 mit Maus und Tastatur gespielt und ein Shooter dann mit Controller. Was ist los mit dir eigentlich? Was ist da los? Und sind nur ein Schlaßschön. Bis zum nächsten Mal, wenn du Bock hast. Komm gut ins Bett und gut in den Abends. Hm, hier mal erst Gebeterwarnung. Dann doch nicht. Nun hat es tatsächlich wenigstens geregnet. Bei uns, glaube ich, noch nicht heute, ne? Wiss ich gar nicht. Was mich halt stört, ist, dass, äh, die Endes-Backsteps immer noch drin sind. Das Matchmaking, äh, ja okay, PvP war halt nie so mein Fall. Da soll wohl DS2 irgendwie das Beste so von allem sein. Ich hab nie wirklich PvP gemacht, halt. Deswegen ist das mir tatsächlich herzlich egal, muss ich mal so sagen. Wow. Okay, jetzt seh ich grad nix. Wann seid ihr wieder in Hamburg? Ich war bisher nur einmal in Hamburg. Ähm. Lange erstmal nicht, also, seitdem wir hätten einen Grund. Aber wir haben keine Gründe. Ach so, okay, äh, wie gesagt, gerade im Juli ist Kedekon. Das wär zumindest ein Grund, nach Hamburg zu fahren. Und macht die Kede, ähm, äh, Community-Treffen. Ja, sind wir halt nur kurz da, ja. Wahrscheinlich nicht mal mit Übernachtung halt. Halt einfach mal hinfahren, weil das ist ja nur ne Stunde weg. Einfach, äh, bei Kede Hallo sagen und gucken und machen. Und dann halt wieder nach Hause. Und daher... ...halt wirklich nur einen Tag, beziehungsweise, ja, ein paar Stunden. Irgendwann im Juli. Also, Janine wird wahrscheinlich genau wissen, wann. Okay, Janine weiß es doch nicht, wann. Äh. Ah. Ach, fuck ey. Komm, 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 mach nix. Ja, wow. Wow, diese Verspätung ist halt echt... Der, der, der zeigt es sozusagen an, dass er es machen möchte. Dann stellt er sich normal hin. Naja. Ey. Okay, das ist schön. Ah, knappe Sache. Okay, er hat uns nicht so richtig getroffen. Genauso wie wir ihn. Twitch läuft wieder. BB Frost Zero. Ich hab ja gesagt, nicht relaunen. BB. Jetzt willkommen zurück. Was im Prinzip das gleiche aussagt, ja. Aber, was soll ich sagen. So. Oh. Ach Gott, ey, das kann nicht sein. Und Noctir. Auch lang nicht mehr gesehen, Mensch. Vielen Dank für den Host. Herzlich willkommen. Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich denke mal, es gab bei dir Dark Souls, ne. Ich würde es... Ich würde es dezent behaupten, dass es bei dir Dark Souls gab. Vielen, vielen Dank dafür. Und an die Zuschauer von Noctir. Einen schönen guten Abend. Wir spielen ebenfalls Dark Souls wahrscheinlich. Sind bei Smaug und Ornstein. Und wir sind... Level 1. Weil SL1 Run. Wer nicht weiß, was ein SL1 Run ist, kann ich gerne nochmal Ausruhezeichen SL1 raushauen. Das ist gerade sehr schwierig. Ich muss mich tatsächlich im Buschen konzentrieren. Warum bin ich tot? Weil wir gerade schon da echt zu viele... zu viele Hits um die reinkriegen. Wow, wir haben gerade wieder richtig, richtig Pech, ey. Ja, wie gesagt, Angebot steht mit Menschlichkeit zur Not. Und in der Phase 2 heilen. Wenn wir es schnell genug finden, halt. Jetzt müsste er trotzdem... Genau, er rennt halt trotzdem. Das ist halt so strange. Er zeigt diesen... Er zeigt halt diesen Dingens an. Äh, diesen Sprint. Geht an die normale Position und macht es dann trotzdem halt verspätet. Was halt super verwirrend ist. Geht das? Ja, geht so? Ja, kriegen wir trotzdem Hits. Okay. Ach, fuck, ey. SL1 alles klein. Postsum. Also, S klein, L auch klein. Ach, Gott, ey. Da waren natürlich wieder die Dingens. Im Weg. Die Wand. Ach, Gott, ey. Wann hast du gesagt, man soll nicht reloaden? Aber die Rüstung von Orson in Smaug im Remaster glänzt so schön. Ja, generell halt. Hat schöne neue Texturen halt, ne? Esel 1. Leckt mich. Leckt mich, ey. Esel 1 ist super. Esel 1, alles klein, klein. Ähm, falls du mich meinst, ähm, bei mir gab es auch des Remastered, genau. Dachte ich mir halt fast, ne? Als ob du keinen Darks-Botard spielst, ne? Ne, wie lief's denn? Bist du, also wie weit bist du denn vorangekommen? Machst du irgendwie spezielle Rants oder so? Oder einfach nochmal normal durchspielen oder vielleicht Platin holen oder so? Was ist dein Plan, Locktier? So, da ist es. Jetzt muss ich mal gucken, eben. Bups. Ne, du spielst tatsächlich zum ersten Mal. Ach, ernsthaft? Okay, du warst, du warst halt so ein Dark Souls 3 Profi, wenn ich das halt, äh, in Erinnerung hatte. Du warst ja, du bist ja damals bei dem SL1 Run in Dark Souls 3, glaub ich, dazu gekommen. Und warst ja so, äh, vertieft nie Mechanics. Deswegen dachte ich halt, du bist halt schon echt ein lange, langes Holtz-Spieler, quasi. Aber dann viel Spaß auf jeden Fall. Ist ohne die Nostalgie-Brille ein bisschen schwierig vielleicht, ähm, Dark Souls 1 noch richtig, richtig gut zu finden. Weil es ist natürlich alles ein bisschen einfacher, im Gegensatz zu, ähm, späteren Holtz-Teilen. Aber es macht ja trotzdem noch nach wie vor Spaß. Und es sind jetzt halt mit dem Remaster-Teil auch tatsächlich etliche neue, äh, dazugekommen. Die halt vorher mit Souls noch gar nichts am Hut hatten. Was aber eigentlich auch ganz schön ist. Äh. Äh, an DS3 bin ich ziemlich gut. Ja, wenn ich das mal von irgendeinem Dark Souls von mir behaupten könnte. Ach, fuck ey. Soll ich mich heilen? Er ist halt schon wieder bei der Hälfte. Pff. Nien macht einen Song draus. Von Fanta 4. Jetzt muss ich mich halt heilen. Ach Gott, ey. Schwierig, schwierig. So, machen wir was. Okay, das war schön. Noch ein, noch ein zweiter Hit hinterherhauen. Ja. Ah, fuck. Da hab ich noch kurz überlegt, nochmal umzudrehen und noch einen Hit zu machen. Und das war halt wieder das Ding, wo ich selbst einen Hit gefressen hab, ey. Schade. Schade. All hey, till my parry queen. Du kannst halt leider nicht parryen, ne? Schwierig. Ach. Langsam schwinden die Estos halt schon wieder. Und es wird aus einem, an sich guten Scheu, ein normaler Scheu. So. Und bei meinem Glück wird jetzt wieder ein Fitzlichen übrig bleiben, wenn ich ihn jetzt hitte. Jo, hab ich geahnt. Als ob der so programmiert ist, dass dieser eine Strich da unten immer da bleibt. Super ärgerlich, ey. Okay. Feuer drauf machen. Gott hält ja viel aus. Was? 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 Ei, ei, ei. Und ich hab schon die Waffe gebufft. Oh, oh, oh. Ich hab schon die Waffe gebufft. Ja. Ich hab schon die Waffe gebufft. Die Waffe gebufft. Ich hab schon die Waffe gebufft. Ach, ich hab schon die Waffe gebufft.. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war richtig gut. Ich versuch's mal mit Pfeil und Bogen. Hab ich nicht, würde halt noch weniger Schaden machen, Gehirnschmerz. Also das wäre halt wirklich nicht so geil. Ah, warum der Bub sich das nicht in den Hopper packt? Hab ich zwischendurch kurz überlegt, dachte ich mir... Ah, kann halt genauso schief gehen, ne? Dann hätte ich noch ein bisschen länger im Menü hängen müssen. Ähm, ja, ich war länger im Menü als nötig. Naja, ich will die Menschlichkeit halt wirklich nicht verballern. Ähm, aber im Notfall will ich sie halt doch gebrauchen. Ähm, 17 Stück haben wir jetzt noch, beziehungsweise noch ein bisschen Doppelmenschlichkeit. No Hotbar Run, neuer Run. Ähm, musste man an Giant Ornstein nicht nah dran stehen bleiben. Die Sperrengriffe, ähm, haben Effekt, die, äh, alle Overrange, so. Ähm, hab ich versucht, ähm, das Ding ist, beim nah dran stehen bleiben... ...komme ich beim Sprung manchmal gar nicht richtig weg. Weil ich den dann zu spät raffe, irgendwie. Und ich hab jetzt versucht, eher so den Sprung auszulösen. Was auch ganz gut geklappt hat, weil ich dann halt meine Sprungattacke auch machen kann. Aber es hat dann doch nicht so... ...richtig geklappt, weil ich... ...ja, nicht genau wusste, wie ich den Sprung irgendwie auslösen kann. Wir brauchen halt mehr... ...Estos in der Phase. So viel steht fest. Das heißt, Phase 1 muss im Prinzip... ...noch ein bisschen besser laufen. Mit mehr als 5... ...Estos. Scheiße, ey. Ach. Ich mach nochmal die Kamera aus, ey. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir heute echt so lange an Smoke und Gornstein hängen. Gornstein in den Smoke. Hier ist richtig. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Na, du könntest ja auch eben Pingree machen. Könnte ich alles machen, Bum, das stimmt. Ich könnte auch zurückgehen, ähm... ...die Riesenglut halt holen. Ich will mir tatsächlich das Zurückgehen ersparen. Das ist halt das Ding, weshalb ich noch nicht zurückgegangen bin und entweder die Riesenglut geholt hab, oder Pinwheel gemacht. Oder vielleicht noch ein bisschen Buffhut. Äh, für die Waffe. Weil wir könnten theoretisch... ...schon mit der Waffe auf Level 5, oder auf Plus 15 irgendwie kommen. Wir haben halt zwei... ...graue Brocken heißen die. Und ich könnte mir die halt theoretisch auch in... ...in New Londo irgendwie holen, die grauen Brocken. Und das Ding halt hoch... ...hochleveln. Dann wäre es auch noch ein bisschen einfacher. Ich möchte aber tatsächlich ungern zurücklaufen, um dann nochmal herzulaufen. Auch wenn es jetzt nicht ultra weit ist, weil wir ja die Shortcuts auch in Sensfestung haben. Wäre halt nicht so ganz ultra schwierig und ultra weit. Aber ich wollte es mir dennoch irgendwie auch sparen. Aber dann können wir porten und dann ist halt eh egal, ne? So, ich mach nochmal mit der Kamera raus. Oh, okay. Ah, fuck, okay. Gib nicht doppelten Schaden, das passt. Wow. Einfach mal... ...stilecht irgendwo rumflippern. Komm, 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 komm. Heilig, heilig. Ja, wieder 370. Ich verstehe manchmal nicht, wo der Schaden anher kommt. Was wir da genau treffen... ...dass das halt getriggert wird, ne? Ah, wow. Er ist nicht gerollt. Hätte, glaube ich, keine Stamina, ne? Okay, nochmal high in. Acht. Okay, sieben. Oder ganz totgleich. Dops. Schuhe. Ah, wow. Er bleibt halt nach dem Trinken immer nochmal so kurz stehen, dass das halt Schaden möglich ist. So, komm, bitte. Natürlich, kommst du von der Seite. Schon sind wir wieder bei nur noch 5 Astos. Gegen Ende läuft es halt immer noch so ein bisschen, also gegen Ende der ersten Phase, immer noch ein bisschen doof. Weil wir die Angriffe dann echt schon so ein bisschen, na, nicht kombinieren, aber so ein bisschen zeitlich aufeinander abgepasst sind. So, 4 Astos. Weiß gar nicht, wie viel wir gerade bei dem Tray hatten. Fuck. Hätte ich eigentlich vorher sehen können. Ah, ich dachte, ich wäre auch so Range. Konzentrierst dich halt auf Smaug und kriegst dann halt von ihm den Hit ab. So, noch ein Hit. Diesmal ohne Fizzichen. Ja, fast voll. Dann kommt der nächste Hit. Geil. Unsere Lehrfan. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Bei Darksits 1. Essl 1. Bei Ornstein und Smaug. Smaug und Ornstein. Ich bin noch gestorben. Ja, wir sind gestorben. Und jetzt kommt der Todesbalken. Okay. Dann darfst du beim zurückgehen nicht sterben, benutzt den Heimatknochen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber der Weg ist aber sehr lang halt. Das ist halt schwierig, gell. Sehr gut. Oh. Genau das so, Lehrfan. Genau das, ey. Wenn ich dran denke, dass ich jemand gesehen habe, der DS1 SL1 einhändig gemacht hat. Ja, das ist halt auch mit SL1 mit Broken Straight Sword. Würde ich durchdrehen, glaub ich. Weil du da so wenig Schaden machst. Das ist halt unfassbar. Hat so unfassbar wenig Schaden. So. Naja, probieren wir es noch ein bisschen. So ultralange machen wir ja auch nicht mehr. Ähm. Von daher würde es jetzt auch ein Zurücklaufen nicht unbedingt lohnen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Zurücklaufen halt dauern würde. Äh, achso. Wir könnten es ja schon so schaffen. Das ist ja jetzt nicht aus Reichweite irgendwie. Der Kill. Einfach ein bisschen besser spielen in Phase 2. Ein bisschen sicherer sein. Dann wird das halt schon. Auch wenn wir halt gar nicht so viel Schaden machen. Und Lichtreflex. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Goddorf. Darks 1. Nicht bei God of War. Ich habe zu oft oder zu lange God of War gespielt. Das ist noch zu sehr drin. Herzlich willkommen bei Darks 1. Immer noch hier. Da hat sich nichts viel geändert. Praktual. Alles klar. Sag mal. Komm ich da bitte irgendwie durch? Nee. Wow. Wollen wir doch zurückrennen kurz? Das dauert halt lang. Ich müsste halt New Londo freischalten. Da die Riesenseele holen. Pinweer wäre halt noch so ein Ding. Und dann nicht sterben. Das kannst du halt vergessen. Nee. Das wäre Quatsch eigentlich. Also Pinweer töten. Und da runter rennen ohne zu sterben. Ist kein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich sehe es kommt. Dass ich das nicht schaffe. Und ebenso New Londo. Ah wow. Er hat noch nicht geblockt. New Londo. Das Wasser halt runter lassen. Das muss ich halt für die Riesenseele. Äh. Für die Riesenglut. Das heißt. Ich brauche halt den Typen mit dem Schlüssel. Und muss halt doch schon relativ weit nach New Londo rein. Das ist halt. Ach Gott. Das war ein bisschen doof. Huh. Au. Okay. Der Zeitpunkt kommt. Dass ich nicht mal das mal hinkriege. Bitte. Tu es einfach. Danke. Ja. Trotzdem ein Hit. Naja. Ich war einkaufen und Abendessen. Und es hat sich nichts geändert. Gewöhn dich dran. Fractal. Das ist wie damals. Bei Bloodborne. GG. Jetzt kriege ich. Es ist wieder so weit gekommen. Dass ich für Kleinigkeiten ein GG bekomme. Es ist wirklich wieder so weit. GG. Du hast das Nebelportal erfolgreich betreten. Kennt ihr das? Wenn ihr auf dem PvP-Eyde farmt. Und der andere disconnectet. Da kriegst du halt gar nichts. Sam. Das ist halt. Dann sollen sie halt nicht online spielen. Wenn sie halt bei sowas disconnecten. Dann sollen sie halt direkt offline spielen. Das ist dann noch ein bisschen nervig. Ich gehe das Risiko halt ein irgendwie. Wenn ich menschlich bin. Kann ich halt invaded werden. Dann ist es halt so. Ach Gott. Dann breche ich mir halt auch keinen Zacken raus irgendwie. Dann schaffe ich es oder sterbe halt. Und mache halt weiter. Das gehört halt zum Spiel halt mit dazu. Ah Quack, Quack, Quack. Blaine. Einen schönen guten Namen. Da hättest du dich willkommen. Wenn Nico disconnectet, gewinnt sein Team meistens. Blaine. Vielen Dank für den Resub im zweiten Monat ey. Vielen Dank. Herzlich willkommen zurück. Bei Dark Swords. Schon guten Abend. Ich hoffe dir geht es gut. Ich hoffe dir geht es gut. Vielen Dank für den Resub. Für die Unterstützung. Ich hoffe du hast ein bisschen Spaß. Weiterhin bei uns. Benutzt bitte das E-Mode nicht so oft. Wir haben nur eins. Herzlich willkommen. Mit deinem Traum, denn der wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Ray Waterman. Jetzt hat... Jetzt muss man erst mal gucken hier. Ray, vielen Dank für dein Erstlings-Sub. Sogar T2 direkt. Was ist los mit dir? Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, du bist nicht gerade erst dazugekommen. Sonst können wir schon mal ein bisschen gucken. War es ja schon ab und zu mal da. Ich hoffe du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Herzlich willkommen bei den Fade-Tieren. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß. Verdammt. Bei uns. Methoden. Verzweiflung. Und ab und zu mach es geht. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Vor allem MT2. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Und viel Spaß mit den zwei Emotes. Stimmt, mit den zwei Emotes sogar. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich kann mir das immer nicht merken, tatsächlich. Ich glaube, du hast jetzt noch das Herz dazu. Genau. Ein Hai und ein Herz. Gibt es ab T2. Das Ding, das schöne Kalix Fail. Und ist tatsächlich am schönsten irgendwo. Gibt es leider erst ab T3 irgendwie. Hat alles ein bisschen ärgerlich, aber... Dafür gibt es das bei BTTV. Könnt ihr zumindest den Kanal nutzen. Von daher, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. DS1 war das erste Spiel, bei dem mal ein Controller dran glauben musste. Vier Könige war ich sie... Was? War... Habe ich sie beim ersten Mal gehasst. Ich fand die 4Kings gar nicht so schlimm. Tatsächlich. Nito fand ich nicht so schlimm. 4Kings nicht. C fand ich schon schlimm. Irgendwo. Und der Rest ging halt. Obwohl Nito auch ein bisschen komisch war, teilweise. Aber 4Kings hatte ich halt immer irgendwie ein bisschen... Was heißt Glück? Aber ich konnte nie so richtig verstehen, wo man da Probleme hat. Werden wir vielleicht mit ESL 1 dann mal herausfinden. Wo da die Knackpunkte sind. Dass dann zu viele Viecher irgendwie kommen. Wiss ich nicht. Aber halt zu wenig Schaden machen, dementsprechend. Verdauern sie es schon. Nee. Ich habe ja... Es wäre... Ich hätte es bedauert, wenn sowas nicht vorgekommen wäre. Also... Nicht unbedingt bei Smog & Ornstein schon. Aber wenn wir halt echt locker flockig durch den ESL 1 durchgerannt wären. Das waren jetzt die ersten paar Bosse. Das war halt irgendwie klar. Und irgendwann kommen halt die Bosse, wo es halt ein bisschen schwieriger wird. Und das ist jetzt mit Smog & Ornstein oder uns im Smog. Ähm... Jetzt hätte ich mal aufge... Boah... Ja. Passiert. Danach die Bosse werden wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher. Bis auf 1, 2. Dann... Das Ende. Und halt DLC wird halt knackehart. Knackehart. Das kann ich... Das kann ich schon versprechen. Das kann ich echt schon versprechen. Und Zeg. Ein schöner Unnörm. Ich glaube, wir haben uns noch nicht gesehen, ne? Ja, gewittert. Ist gewittert. Neues. Ist gewittert. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass es jetzt ultra ausrastet. Müssen wir nicht ein bisschen aufpassen. Ne, Zeg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. Ich glaube, wir hatten uns noch nicht, ne? Oh, fuck. Ach, nein. Kommt von da, der Hitz. Ich muss gleich... Ich guck gleich nochmal rein. Aber mit dem Schwanz des DLC-Drachen Kappa. Das selbstverständlich. Sichtreflex. Also, ohne Kappa... Ich werde mir... Ich werde alle Bosse, die einen Schwanz haben... Äh... Werde ich den Schwanz abschlagen. Das werde ich machen. Also, ich werde mir die Waffe holen. Ob der Try dann, wo ich den Schwanz abschlage... auch wirklich zielführend zum Tod führt. Das muss ja nicht sein. Zumindest haben wir dann die Waffe... Auch wenn wir sie nicht tragen können. Aber das würde ich schon ganz gern machen, ja. Wir haben es bei... Ähm... Lass mich mal liegen. Wir haben es da. Klaff-Drache. Da haben wir es auch schon gemacht. Da habe ich mir auch schon die Waffe geholt. Und sonst hatten wir ja bisher noch keinen. Sonst hatten wir keinen, ja. Definitiv nicht. Upp. Ach Gott, ey. Ah, ihn. So, letzter Try. Komm. Okay. Jetzt müssen wir nämlich ihn machen. Ich habe, glaube ich, immer so drei Trys... ...vorher er hier kommt. Zeitlich gesehen. Ah, fuck. Okay. Get blockt. Aha. Ich dachte, ich kriege es mal ohne Schaden hin. Okay. Ich habe hier rein, weil du einfach Nico bist. Äh, wie ich nie ihn beschreibt, ohne zu viel Held oder Schleim hinzulassen. Wow. Wie beschreibt mich Janin eigentlich? Weit ich nicht. Ich höre das immer, aber... Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. Nimm sie mich übel. Äh, er wusste zumindest, dass du überhaupt schon mal hier warst. Wow. Aber das Gute ist, er liest mich eh oder liest es falsch. Ach, Frustivo. Es tut mir leid. Äh, Kala mit Schwanz ist relativ einfach, weil man seinen Schwanzangriff richtig gut erzwingen kann. Ähm, na okay. Ich habe den, glaube ich, noch nie abgeschlagen, tatsächlich. Traurig. Vor allem bei mir gefühlt eine Nachricht von 10, die er liest, wahrscheinlich nur eine von 20. Jetzt habe ich schon zwei vorgelesen für Sue. Äh, Seaves Schwanz ist am schlimmsten. Findest du? Äh, Seave weiß ich halt auch nicht. Ich glaube, ich habe noch nie alle Schwänze abgeschlagen. Weil ich... Ich habe es irgendwann... Ich habe es immer mal probiert. Habe alle dann... Allerdings irgendwann aufgegeben, nach zu vielen Tries. Und habe ihn dann einfach gelegt, glaube ich. Oder habe dann verschiedene Bosse mit Schwanz halt einfach gelegt. Wow. Erstens nicht getroffen, dann noch nicht abgekriegt. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. So. Ich weiß halt nicht, ob wir noch irgendwas optimieren können. Was halt Schaden vielleicht angeht. Fällt mir jetzt mal so ein. Ach Gott. Kriegen wir denn? Ja. Ausgewicht. Vor seiner Attacke. Und dann kam Ornstein und hat mir doch noch einen rein. Wie so oft. Ach Gott. Okay, wir gucken gleich mal. Ich gucke mal nach, nach, äh, Ringen oder so. Wie ich habe. Ich habe nicht so viele tatsächlich. Aber vielleicht habe ich hier und da doch noch irgendwas, was ich irgendwie optimieren kann. Auch wenn ich echt nicht viel habe. Ähm. Dingens wäre halt an sich ganz geil, äh, hier. Das Graswappenschild irgendwo. Monique, wir, äh, wir hatten, äh, wir hatten uns schon heute am Anfang des Streams. Oh. Oh. Tut mir leid, sag. Man hat Passiv quasi nur eine gute Chance am Anfang des Kampfes, sonst wird es schwierig. Ah, okay. Müssen wir mal gucken, irgendwie, wie wir das hinmachen. Dauert ja auch noch ein bisschen, bis wir da sind. Man kommt so schlecht rum um den Dicken. Äh, man kann es fast nur machen mit dem Stun vom Kristall. Ja, das stimmt. Der ist halt sehr weitläufig mit den Tentakeln. Das ist halt schwierig, da wirklich zum echten Schwanz halt durchzukommen. Das stimmt, ja. So, das ist nur Dingens. Da können wir halt wirklich nichts machen. Ähm, an Dingens auch nicht. Im Schild. Hartstahlring könnte man austauschen. Für was? Bestärkte Verteidigung bei Angriffen. Weiß ich nicht. Vielleicht, ist vielleicht gut. Warte mal, was kriegen wir an der AP? Ah, ist nix. Das ist halt nix, was wir dazu kriegen. Okay, da können wir halt wirklich nichts anderes machen. Okay, Lamotten auch nicht so richtig. Brandbomben könnte man halt tatsächlich für die zweite Phase noch nehmen. Oder wir nehmen halt einfach Smaug. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach Smaug als letztes nehmen? Also Smaug in Phase 2. Wärt ihr damit konform oder wollt ihr mich leiden sehen? Was frage ich euch eigentlich? Weiß ich nicht. Ähm, Schniem beschreibt Nico, laucht mit Kabel auf dem Kopf, eine Frisur, die aussieht wie eine leicht bäuerliche Echse, angeklebte Kinn-Bart-Haren und Fels am Fließband. Na toll. Die einzige gute Strategie ist, man stellt sich neben den Kristallen und wandert, bis Siv einen Angriff startet. Dann rennt man hinter Siv, dass Siv betäubt ist, hat man viel Zeit. Höchste Easy Mode. Leiden. Mach uns den kaputt. Grasfarben-Schild ist schon nice. Okay. Leiden. Leiden. Wir wollen nicht leiden sehen. Ah, okay. Na gut. Was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht, warum ich mich gefragt habe. Lege sie wie immer, ähm, das möglich ist. Also eins ist schon Challenge gesucht. Challenge genug. Gräudern ist wenigstens nett. Der Rest möchte mich leiden sehen. Es ist halt auch glücklich. Es ist jetzt nicht ultra schwer. Mit, mit Ornstein am Ende. Ich bin es halt nur nicht gewohnt halt, ne? Muss man dazu sagen. Ich bin es halt nicht gewohnt, uns den am Ende zu machen. Weil ich den, glaube ich, so noch nie gelegt habe. Außer einmal vielleicht, weil ich den Ring brauchte. Oder sowas. Oder wollte. Oder die Rüstung. Ah, toll. Okay, das war knapp. Ass fuck. Du willst mich halt schon richtig ärgern, ne? Du auch. Er sprengt jetzt einfach vorbei. Er positioniert sich halt schon wieder so extrem kacke. Okay. Ah, ja, ja, okay. Das war ein bisschen Pech. Obwohl eigentlich die Blitzattacke eigentlich so immer das Geilste ist. Ganz einfach dahinter her. Du siehst es halt ankommen. Du kannst nichts machen, weil du halt noch trinkst. Okay. Ja, 370 sogar diesmal. Warum auch immer. Die halt an manchen, oder bei manchen Hits, das ist nicht die Blutung, die halt ausgelöst wird. Bei manchen Hits 370 Schaden. Super strange. Also, 5 Estos noch. Okay. Okay. Das war, glaube ich, weniger Schaden, als dass wir von Smouten bekommen hätten. Wenn der uns getroffen hätte. Zumindest haben wir dann noch einen neuen, oder noch einen Hit quasi mitgenommen. Okay, das war Glück. Los, okay. Wow, der trifft mich trotzdem nochmal. Zum Hund. So. Again. Ah, fuck. Nein. Wow, 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 wow. Fuck you. Okay. Nein, nein. Das macht bestimmt rundsviel Schaden, ne? Okay. Tötet mich nicht. Fuck. Nein. Ach Gott, ey. Es war wieder unter die Hälfte. Was ist nicht? Gott, ey. Ah, Gott. Wie gut, dass jeder weiß, äh, über Schwänze, äh, wie ihr reden. Ein Schem, der Böses dabei denkt. Und Fehler. Komm, gut ins Bett. Vielen Dank fürs Moden. Ich sieh's gerade gar nicht. Ach, doch, da. Na gut, bin mal raus. Gute Nacht, Alter. Fehler. Komm, gut ins Bett. Vielen Dank fürs Moden. Für's Reinschauen. Und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, wenn du Bock hast. Äh, da. Okay. War gerade ein bisschen verwirrt. Wo muss ich hier lang gehen? Fuck. Ah, nein. Okay, lass uns ja. Töten wir doch mal. Können die halt echt mal das Gras von Beschild. Gut, es ist halt zu weit weg. Das könnten wir halt wirklich ohne zu sterben halt irgendwie kriegen. Ähm. Der Weg ist aber zu weit. Und das würde sich heute nicht mehr lohnen. Weil wir nicht mehr so ultra lang machen. Ähm. Machen wir immer ein paar Trys. Beziehungsweise legen ihn. Weil es ist halt so unmöglich. Er ist nicht so ultraschwer in Phase 2. Ich werde ein bisschen nervös in der Phase 2. Warte mal, hier waren wir zu hoch. Ah, fuck ey. Schon wieder am Vergang. Ich werde halt ein bisschen nervös in Phase 2. Weshalb dann noch mehr Fehler irgendwie passieren. Und das ist halt letztendlich der Tod. Und ich darf mich halt im Prinzip nur zweimal hitten lassen. Und vorhin hat mich halt diese Arschbombe, die hat mich halt gewonhitted. Glaube ich zumindest. Ich glaube ich war voll und die hat mich gewonhitted. Deswegen schwierig. Den Chloramantierring bekommst du auch ziemlich einfach. Ist aber zu weit weg gerade. Wo gab es den denn nochmal? Das weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr. Bei Wuscheln. Wo es den gab. Das sind halt so Sachen, die wusste ich eigentlich mal. Grasplappenschild, Chloramantierring. Solche Sachen halt. Weiß gar nicht mehr, wo der lag. Kann ich dir wiederum aber sagen, wo es in Dark Souls 3 mittlerweile das gibt. Deswegen freu ich mich nicht. Damit du meinst, wo du springen musst, könntest du ja mal ein Schriftzug hinmachen. Ja, ich weiß wie ungefähr. Es klappt ja meistens. Vorhin habe ich das komplett im First-Try gemacht. Und jetzt kriege ich es gerade irgendwie nicht mehr komplett im First-Try hin. Jetzt geht ja meine Stimme direkt weg. Auf dem Weg zum Aschensee muss ich den Baumstamm jumpen. Ach so, okay. Da ist der Chloramantierring. Oder Chlorantier. Ich weiß gar nicht gerade genau, wie der hieß. Echt? Hatte ich den dann immer? Ich weiß es gar nicht mehr. Und Glua. Einen schönen guten Abend. Willst du dich willkommen bei Dark Souls 1. Im S-Line. Mit diesem Drecks-Boss. Ach Gott, ey. Ich mache es mir aber halt auch selbst schwer, ne? Ich hoffe so ein bisschen auf Glück. Mach es dann und kriege dann halt einen Hit ab. Dann würde halt, ja. Es würde die erste Phase halt noch länger oder verlängern. Und viele anfälliger machen, wenn ich halt zu sehr backen würde irgendwie. Ja, bitte nicht zurückspringen, ey. Ah, fuck. Hat mich jetzt ein bisschen irritiert, dass er schon hinter mir war. Ohrnstein. Ah, nein. Nein. Das hat er mich, glaube ich, jetzt getötet. Trink vielleicht doch lieber Maus. Ach, Gott. Warum machst du denn jetzt immer diesen Kack? Ah. Natürlich kommt er wieder drum. Das hat er mich, glaube ich. 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 Das hat er mich. Okay, vielleicht noch zwei. Okay, diesmal tötet er mich nicht. Beziehungsweise kriegt er mich noch nicht durch. Okay, wieder Phase 2. Konzentration. Gucken und aufpassen und machen. Und vorbeispringen. Ich sollte vielleicht auch nicht springen. Ah! Ah! habe ich ein schwein menschlichkeit ich sag's euch nein 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 Na, Gott. Nein. Scheiße. Fuck. Es war schön, ey. Es war so echt schön, ey. Scheiße, 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 ey. Kann ich sagen, dass Smaugt uns der einzige schwierige Kampf in DS1 ist? Die DLC sind halt alle relativ schwer, würde ich schon sagen. Im Hauptspiel? Ja. Würde ich schon sagen. Im Hauptspiel schon. Aber super Versuch. Danke. Schön. Vielen Dank. Es ist halt... Wenn ich mich halt irgendwo verstecke. Das Problem ist halt die Menschlichkeit, ne? Ähm. Die braucht halt so lange, als dass sie mich heilt. Viel besser wäre es, wenn ich halt da wirklich auf Estos zurückgreifen könnte. Das ist halt das Ding. Und Kasimka. Good luck. Thanks. Ich komme nochmal hoch. Ich bin nicht da. Ähm. Mirli. In Phase 2 würde ich lieber mit Lock-On spielen. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Ich spiele generell ungern mit Lock-On, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Gerade bei großen Gegnern ist Lock-On eher so hinderlich, finde ich halt. Das ist halt vielleicht Geschmackssache. Aber ich mag es ja tatsächlich gar nicht so sehr. Ähm. Würde zumindest... Also das Lock-On würde zumindest meine Sprungattacken begünstigen. Das stimmt. Die würden dann wahrscheinlich nicht so oft daneben gehen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Umstellung, wenn ich jetzt mit Lock-On spielen würde, in der zweiten Phase, mich das mehr rausbringen würde, als dass es mir hilft. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ach Gott. Dann bleibst du an dem Klämen, wer deswegen, ja. Aber wenn er dann halt springt, wird es dann halt schon wieder schwierig. Aber wenn er springt, verliere ich ihn aus dem Block, ne? Ja, mal gucken. Ich will das nicht. Ich kann es mal probieren. Es wäre halt schon schön, wenn, wenn Sprungangriffe öfter treffen würden. Ah, wow. Und wo ist er? Achso, ich muss mal wieder zurückscrollen hier. Ich habe mich auch bisher noch nicht getraut, wirklich in Phase 2 Feuerbomben zu werfen. Wäre ein bisschen cheesy. Ah. Okay, die erste Estos kann man, kann man machen. Geht. Wenn der restliche Kampf halt auch so gehen würde, ne, dass wir halt halbwegs viele Estos mit in Phase 2 nehmen würden, wäre halt eigentlich schon ganz geil. Da ist das Ding zu kurz. Ja, ne. Mit Doppel... Oh Gott, ich sehe nichts. Ich weiß. Okay, das war dumm. Ich wusste nicht, wo er ist. Und ich habe gerade kurz überlegt, ob ich Menschlichkeit nutze, damit ich halt ein paar mehr Estos in Phase 2 habe. Aber das war richtig dumm. Mein Golem ist ohne Lock-On halt zehnmal leichter. Sonst bleibe ich immer hängen. Ja, wie gesagt, ich mache halt bei großen Bossen generell halt eigentlich ohne Lock-On. Aber was Mirli sagt, ich bleibe halt damit an seinem Bein hängen. Das ist halt nicht verkehrt. Gerade bei so Sprungangriffen, die du halt ohne Lock-On dann doch noch mal ein bisschen besser kolinieren musst, damit die halt treffen. Weil du halt schon in die Richtung dann zeigen musst. Das ist halt schon nicht ganz falsch halt irgendwo. Ob mich das dann halt verwirrt, weil die Kamera dann so ein bisschen nach oben zeigt, weil er ja größer ist, kann ich halt nicht genau sagen. Nico, denk bitte an meine Lebe. Ich gebe mir Mühe, Flussi. Kann man eigentlich was machen, wenn man so Lärm verpasst und den weißen Speckstand nicht hat und er nirgendwo spawnt? Oh, weiß ich gar nicht. Lichtreflex. Ich glaube, ich hatte das schon mal. Bin mir aber nicht sicher, ob ich, beziehungsweise ich hatte das auch schon mal. Weiß bloß nicht, ob ich da eine Lösung für hatte. Ob man... Ja, okay. Mach halt, ne? Ich weiß halt nicht, ob irgendwo noch mal die Möglichkeit besteht, einen Speckstein zu bekommen. Also der Dekorabstein. Quasi. Ah, fuck. Okay, das habe ich nicht gesehen. So Not-Null-Anfang. Ah, richtig doof, ey. Richtig kacke. Ach Gott, ach Gott. So, ich gehe erstmal eine Runde duschen. Ich gehe davon aus, dass in den 20 Minuten hier kein Broker stattfindet. Wir werden noch nicht mal so lange machen, Babuschel. Deswegen. Weil wir ein bisschen den Biognos reinhauen müssen. Dann machen wir heute gar nicht so lange. Also mal wieder nicht so lange. So, rennen. Ach Gott. So. Habe ihn verpasst und dann an und London am Leuchtfolger getroffen. Habe aber, glaube ich, nichts von ihm gekriegt. Ich glaube, du kriegst ihn halt wirklich nur beim ersten Gespräch. Also selbst wenn du später den nochmal treffen solltest, kriegst du den, glaube ich, trotzdem nicht den Speckstein. Weil das dann quasi ein anderes Event ist. Aber hat keine Garantie. Kann ich dir halt nicht genau sagen. War der Charge-Attack von uns den ich eigentlich schon immer so verpackt? Bei mir ist er, wenn er gegen eine Säule chargt, dass es aussieht, dass er die Attacke zu Ende ist und kurz darauf chargt er weiter. Ist bei mir auch so, Kepi. Und schönen guten Abend. Ich glaube, wir hatten es auch noch nicht, oder? Ich will es nicht. Das habe ich vorhin auch gemeint irgendwie. Das hat er ab und zu mal gemacht. Das ist halt super, super strange. Was halt auch sehr komisch ist. Genau, hier, da hat er den Charge gemacht. Die Animation für den Charge. Dann hat er sich normal wieder hingestellt und hat den Charge dann trotzdem ausgeführt. Kurze Zeit später hat er ein bisschen verzögert halt. Halt super, super komisch. Bin mir nicht sicher, ob das schon immer so war. Weil das ist halt super verwirrend. Hier, dass die Charge-Attacke. Okay, hier ist eine andere. Eine andere Charge. Weil er packt sich sozusagen in Position. Geht dann ganz normal in die gerade Position, wie er halt normal laufen würde irgendwie. Und dann kommt plötzlich der Charge. So aus dem Nichts quasi. Ohne zusätzliche Animationen. Ah. Fast No-Hit, ey. Wäre natürlich schön gewesen. Wäre auch sehr praktisch. Ja, okay. Jetzt kommen die Hits wieder. Wäre praktisch für Phase 2 gewesen. Ist trotzdem noch nach wie vor. Was habe ich gesagt? Was? Wehe ich nicht. Wehe ich nicht. Ja. Easy Mode bei SL1. Easy Mode wäre halt. Achso, Lock-On ist doch Easy Mode. Fenster, David? Nutzt du sonst auch Lock-On, David? Mal so gefragt. Ich mag halt Easy Mode an sich gar. Äh, Easy Mode, ja. Ich mag halt Lock-On so generell irgendwie gar nicht. Das war schon bei God of War nicht gut. Das ist auch hier irgendwie nicht so geil. Also in jedem Souls, das ist irgendwie nicht so geil. Gerade bei großen Gegnern halt. Und Dingens ist halt dann groß. Deswegen. Ah, weiß ich nicht. Ich spiele immer ohne Lock-On. Ich spiele immer ohne Lock-On. Ich probiere es mal aus. Ah, na. Er geht natürlich so weit nach hinten, Junge. Ich sollte nicht in den Chat gucken. Generell, bei Bossen, an sich eine echt schlechte Idee. Ja, jetzt geht er ein bisschen weg. Oh, nein. Der Schatten. Das ist halt das Doofe bei der Charge-Attacke. Der Hammer macht bei Berührung halt dann schon direkt Schaden. Okay, jetzt muss ich erst mal ein Stück weit weg hier. Sechs Estus. Nicht so geil. Ah, fuck. Der hat noch ganz schön viel Leben. So, hier pass auf. Da, da war's. Also nicht nur das quasi, dass er zweimal chargt, sondern, dass er quasi sich normal wieder hinstellt und dann doch chargt. Ah, wow. Ah, das war auch nicht schön. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Du kannst auch die Sonnentierchen in Lost Isles fahren. Äh, die tropfen auch die Medaillen. Ähm, oder halt 25 Wille, ja. Also es sind wo, ich komm ja nicht in die Eid ohne 25 Wille. Müsstest du halt Seen farmen, dann würde es halt funktionieren, ähm, Lichtreflex, ne. Halt Seen farmen, dann noch 25 Wille hochballern. Könnte halt je nachdem, ja, 15 Level oder so sein. Es könnte halt relativ lang dauern. Das ist halt schwierig. Hm, das Lustige an Happy Hop ist ja, äh, nachdem er zweimal bei Soho of Cinder getroffen wurde, äh, hat er dann DS3. Dominik, herzlich willkommen zurück bei den Fade hier. Vielen, vielen Dank für den Sub, ey. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, vielen, vielen Dank dafür. Ey, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß. Und, ja, fühlst dich schon ein bisschen wohl. Vielen Dank für die Unterstützung. Viel Spaß mit dem E-Mode. Aber bedacht, oder mit Bedacht einsetzen, wir haben nur eins. Deswegen, es verbraucht sich. Vielen, vielen Dank dafür. Und auf einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Ah, wie weit bist du denn schon, Lichtreflex? Äh, lohnt sich ein Restart? Hm, schwierig. Tam, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. Essl 1. Mauk und Olnstein. Dem ersten Boss, wo wir tatsächlich ein bisschen hängen. Was ich nicht so erwartet hätte. Wir hatten, haben, ja. Siehste, das macht mich total wahnsinnig, das Mauk und Olnstein. Ähm, wir haben heute echt nur Arnolonne gemacht. Und das noch nicht mal abgeschlossen, weil wir doch ein bisschen an dem Boss hängen. Hätte ich... Also ich wusste, dass es nicht einfach wird, aber dass wir dann doch schon ein bisschen dran hängen. Hätte ich nicht so erwartet. Ja, wow, okay. Das ist halt schon scheiße, dass er in Hindernisse drumherum chargen kann. Das können sie da zwar schon immer, aber trotzdem möchte ich das an dieser Stelle sehr kritisieren. Weil mich das oft... ...leben kostet. Ah, fuck. Sobald er halt die Attacke ansetzt, ist der Hammer halt schon gefährlich. Und sobald ich den berühre, gibt's halt schon Schaden. Da ist es halt... da ist es halt gut. Jetzt hängt er wieder davon, ey. Mehr als ein Emote. Ja, okay, man kriegt's. Du kannst aber nur ein Emote außerhalb des Streams benutzen. Das ist das Problem. Oder das ist das Ding. Die anderen kannst du ja nur hier benutzen. Ach, fuck, ey. Halt schon da echt viel, viel Schaden gekriegt. Ja. Ja. Ah, okay, da kommt natürlich er wieder um die Ecke hier hauen. Ja, das ist schön. Ah, ja. Ich muss mich halt mal heilen, ey. Hoffen. Ah, fuck. Jetzt hab ich echt ein bisschen Angst über uns, den halt so geblockt wird, äh, von, von Smaug. Dass er irgendwas, irgendwas macht. Okay. Das ist halt doof. Du weißt halt ne Attacke aus und kriegst du dann beim Aufstehen den anderen Hit ab. Das macht es nicht einfacher. Okay. Noch zwei Hits. Ja, wahrscheinlich ein Hit und so ein kleines Fizzichen. Und fünf Estos. Ach, scheiße. Halt nicht zu greedy werden. Das ist halt... Okay, das ist richtig kacke. Jo. Ach Gott, ist das ärgerlich. Ist das traurig. Ne, lohnt sich nicht. Bin so 55. Aber so von Nito und Battle of Chaos ja, du bist ja fast durch halt. Da machst du es halt im NG+. Ist halt die Frage, was du machen willst, Lichtreflex, ne? Ob du halt normal durchspielen möchtest oder Platin holen möchtest. Wenn du halt Platin holen möchtest, naja, machst du halt im NG+. Habst du zehn Stunden gebraucht, äh, aber auch so, äh, auch Sachen für Platin. Okay. Wenn du es halt eh für Platin schon machst, ne, dann machst du es halt. Verschiebst du das halt auf NG+. Und fertig ist halt, ne? Geht der Dick auch nochmal drauf. Aber man muss, ja... Ja, man sieht die Bosse, das stimmt halt schon, ja. Den Rest sieht man jetzt nicht so oft oder nicht so ultra lang. Leicht normal lang, weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir auch teilweise ein bisschen länger als normale Runs. Aber die Bosse sieht man dafür. Oder zumindest bestimmte Bosse sieht man dafür umso länger. Ach, stimmt schon, ja. Vor allem dann die DLC-Bosse. Die kann man so richtig schön auskosten, im Spiel. Aber die werden halt richtig bummshart. Selbst schon, äh, die vermeintlich leichten Mausoleumswächter. Die haben mich damals schon zur Weißdruck gebracht. Mal gucken, wie das halt dieses Mal sein wird. Er war damals schon mit Level 20, so ein, ähm, oder mit Level 15, was es war, weiß ich nicht. So ein Low-Level-Run gemacht und der DLC hat mich zur Weißdruck gebracht. Vor allem aber Arturias. Ah, okay, ja. Das war, das war doof. Ah, das war doof. Kann man eigentlich, äh, Bad Boss Design auf Chaos-Koop machen? Ja. Du kannst doch alle, du kannst alle Koop machen, ja. Du kannst theoretisch, äh, dir zwei Leute holen. kannst die an den Seiten halt irgendwie positionieren. Die können das halt gleichzeitig kaputt machen. Und du wartest halt am Anfang, bis halt, dass in der Mitte frei wird und dann lässt sich trocken halt. Das ist garantiert, ja, garantiert möglich. DS1 läuft nicht auf meinem PC. Ähm, ist doch erst 10 Jahre alt. Der PC? Ich hab damals, ähm, also kommt drauf an, was du, was du von DS, nimmst du das normale DS1, äh, TAM? Ah, fuck. Äh, bei Prepare to Die, äh, Dark Souls leckt halt bei jedem auf dem PC. Und daher, weil das halt, der Port ist halt nicht gut. Also das hat nichts damit zu tun, dass das PC schlecht ist. Das leckt halt immer. wenn es remastered ist, dann sollte nicht lecken, ja, wenn es das Remastered ist, weil da habe ich bisher tatsächlich noch keine Lecks gehabt und das normale Prepare to Die leckt halt sowieso wie Hund das war der Greed weißt du aus, weil der eine von links kommt, kommt der andere von rechts das ist zum Mäusemelken wo ist er? da egal, ich habe das Gefühl, egal wo ich hin ausweiche, er ändert nochmal schön seine Route, um mir doch noch einen mitzugeben oh Gott, ja, mach dreimal deine Charge-Attack das ist doch nicht wahr, viermal, sag mal, das ist aber genug, ne, okay was war das denn, das war die Kombo des Todes, wollte er mir reinhauen die Kombo des Todes, mit DS-Fix geht's schon, ja, mit DS-Fix geht's halt schon, ne, aber selbst, ich würde behaupten, so ohne DS-Fix hast du auch so deine 15-20 FPS und hat keine 1080p glaube ich, ich glaube die Auflösung ist nicht mit drin da ist glaube ich nur 720p drin, bin ich mir jetzt gar nicht sicher und ja, manche Gebiete lecken halt noch mehr wie Hund das ist halt das Ding, also ich würde halt, ich würde es halt nicht unbedingt zwangsweise aus dem PC schieben, was bei zehn Jahre Alter allerdings doch trotzdem möglich sein kann, von daher mit DS-Fix, äh, bugse ich aber auch manchmal durch Bühnen durch das ist mir noch nie passiert, tatsächlich wie schwer findest du Bloodborne im Vergleich zu DS-3? leichter als DS-3 kommt immer, also Gott, ey, wow, was jetzt hat, kam der, der Typ von rechts, der Ritter hat mich so ein bisschen weggedrückt und der Bogenschützer von oben hat mir noch einen Pfeil reingejagt Ei, ei, ei Ei, ei Ähm, was wollte ich gerade sagen, also Bloodborne Bloodborne ist, äh, für mich halt irgendwie einfacher, was so das Level angeht weil ich halt relativ viel Offensiv halt gespielt hab und das wird halt durch Bloodborne halt so ein bisschen belohnt, das Ganze und je nachdem wie dein Spielstil ist, findest du halt Bloodborne schwieriger oder oder leichter halt in dem Fall wenn du halt defensiv spielst, nutzt du natürlich dann die Mechanik nicht richtig aus von Bloodborne, und dann findest du es halt schwieriger ähm, und ich war halt eher so offensiv, deswegen hat mir das immer, hat mich dieses Offensive und dieses Regain von HP halt immer belohnt in Bloodborne ich würde halt sagen Bloodborne hat halt doch schon zwei, drei harte Bosse aber im Großen und Ganzen ist meines Erachtens Dark Souls 3 doch noch ein bisschen härter was Bosse halt in sowas angeht aber es ist halt Geschmackssache, beziehungsweise kommt halt glaube ich echt viel auf den Spielstil drauf an was du dann halt, ja, wie gesagt, schwerer oder leichter findest hast du dieses 1 schon oft gespielt? das ist glaube ich der siebte Run jetzt also nie Platin gemacht, ähm oder lass es den sechsten Run sein, irgendwie vier, fünf Mal für YouTube äh, gespielt ich glaube ein einziges Mal mal privat im NG Plus mal gespielt also es müsste ja der sechste oder siebte Run halt sein, sowas mit halt mit verschiedenen Mods dann mal gespielt, verschiedene Specs halt genommen wow sowas halt aber noch nie ein SL1 gemacht das muss halt auch noch dabei sein natürlich, äh, er kommt angetarged du siehst ihn halt nicht so richtig also vielleicht geht's nur mir so, aber ich seh, ich seh ihn halt wenn ich Smaug vor der Nase hab, seh ich ihn halt nicht so richtig das ist so ein Pech, ne genau da, wo Smaug ist, ballert er den, äh, den Blitzen vier Estos ah ah, fuck ey naja was soll ich sagen es sollte nicht sein es waren echt coole Charts dabei es waren echt coole Dinger nehm mir mal, äh, bitte die zwei, drei harten Basse hab halt morgen Hebamme im Trifstray gemacht und musste feststellen ähm, Ludwig ist ein Hype, also auch DLC halt Lady Maria, ein schöner Kampf kann schwer sein, Ludwig ist halt einer und Kos Lawrence je nachdem Lawrence fand ich halt nicht so schwer finden einige aber auch sehr schwer kommt halt wieder auf den Spielstil irgendwie an ähm, find ich halt zum Beispiel auch nicht so schwer tatsächlich ähm, mein PC ist schon, äh, schon zu alt aber ich kann mich dazu, äh, nicht dazu durchringen mir ein PC oder eine Konsole zu kaufen weiß nicht was ich will wenn du nur zocken willst und sag ich mir erstmal nicht so viel ausgeben möchtest PC Spiele sind halt günstiger theoretisch als Konsolenspiele und wenn du jetzt erstmal für die nächsten paar Jahre irgendwie ne Konsole willst, dann halt eher PS4 Pro irgendwie holen das Ding ist ja, in den nächsten zwei Jahren kommen wahrscheinlich auch die PS5 oder sowas von daher vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt sich jetzt doch noch ne Konsole oder die PS5 oder 4 zu kaufen ist halt schwierig von dem PC bezahlst du letztendlich mehr kannst du aber auch mit mehr mitmachen, ne ist halt schwierig, ähm was man dann letztendlich wirklich will will man nur spielen oder will man noch ein bisschen mehr Gedöns nebenbei machen wie sieht mich liebe Freunde ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend für heute wir müssen den Biorhythmus fixen Smoke und On-Steen sollte es heute nicht sein das gibt es dann beim nächsten Mal hoffentlich wir konnten uns ein bisschen den